klick klick ja der meinung bin ich auch man kann ja halten was man will von ihm aber selbst Jeff hatte dann eine mega Rolle mit dabei ja wir haben die leider nicht weiter ausgespielt ich bin nicht böse ich fühle das genauso wie du ich fühle das genauso ich werde das niemals vergessen wie du damals mit deinem Panto mit dem Koffer auf dem Dach durch die Gegend gefahren bist und dich von uns verabschiedet hast was geht ab Pamadini das war ein Guitarsound checken okay er hat sich das Fenster geöffnet jetzt könnte er pennen gehen 20 Uhr ne ach tschau leben viel zu spät was geht ab Pamadini Tach wie sieht die denn schon Bilder aus bisschen motiviert achtstag bald wann ist die 21.30 Uhr wo ist der John warum hast du gerufen mich auf mein Handy weil du mich angerufen hast weil du mich angerufen hast ja gestern Abend ja ich weiß fuck you ich gebe mich auch umzählen sind wir aber mal ehrlich damals hatte zum ende keiner mit euch stressen weil ihr zu stark wart und ich glaube da hat auch der Faktor reingespielt dass ich Projektleitung war genau wie bei Stay als ich damals vorne alle weggegangen bin und mich vom EP ferngehalten habe nach Homestand und so habe ich mich mit vielen Leuten unterhalten zum Beispiel wie mit Patrick mit dem ich gestern in WoW war und der war auf ALC wie und so und der hat mir mal seine Sicht der Dinge so erklärt wie das für den auch sah und der hat richtig oft mitbekommen im EP wie das ganz ganz viele Leute der Projektleitung und den Support Charactern die ganze Sache so aus dem Weg gegangen sind fuck also dass die gar nicht mit denen spielen wollten so die sind dann komplett aus dem Weg gegangen nein dann zieh dich um Deod du musst dich auch umziehen genau Deod no drugs in the north das ist meines Haushalt das ist meines Haushalt Junge du bist hier auf der Yardis Ranch ich bin no G der Yardis Junge du wirst nicht mal ein OG was willst du? pass auf dass du eigentlich wo der Kuh gekickt wirst wollt ihr Stress haben? jaa wollt ihr ein Brett du gehst doch schon Hausmeister auf die Fresse gehauen Junge dann stellt euch schon mal nach Rancho die Zielertrappen aaaa kräftig keine bewegten Ziele oder was? hehehe oh jetzt bin ich nur richtiger Yardis ja besser ist das in der Nacht Wannabegees am Tag alles Junge vielleicht wie das geht ihr auch auf die Hochzeit? ja das ist doch wo wir sangenzogen sind hallo das sieht man noch hallo das liest du hallo das sieht gut aus hallo 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 was für ein chapter rocks du Junge hallo hallo achllo hallo ich dachte der hat schon ein Outfit ja aber der hat halt ein nicestes Outfit hallo hallo was geht Freunde Ist das ein Mädchen? Wer hat da geredet? Ja, ein Weib. Ja, da vorne steht ein Mädchen, Bro. Weit hinten unten ein Schlitz, hast du gut erkannt. Oha, du bist sexistisch. Was hat denn das damit zu tun, dass ich dann in Turnier einer Frau kenne? Ja, wie du das Saubild durch ausdrückst. Bro, guck mich mal an. Das ist auch so ein Idiot. Ich merke direkt, wie man die Kuh sinkt, Junge. Ins Negative. Obwohl, obwohl, obwohl. Ich lasse es überreden. Björk, bleibst du jetzt so? Ja. Nein, bitte nicht. Kannst du bitte ein rosa Hell, also rosa Oberteil, also ne? Also das sehe ich ja noch fest aus. Ich habe doch einen Hut. Ja, aber einen rosa. Achso, einen rosa Hut? Ja. Oberteil auch? Ne, das ist egal. Ja, warte, vielleicht finde ich noch ein bisschen besser. Ja, das sehe ich auch. Doch, doch. Nimm das. Da sehe ich mich. Junge Reese. Ihr seid scheiße. Ey, du bist scheiße. Oh, sorry, Lady. Du bist kacke. Jetzt sitzt du wieder sauer auf dich, Reese. Ich verpatt mich für den Park. Oh, trau dich. Ich rufe den Johnny an. Mach doch. Er schlägt dich. Halt schöne Erinnerungen. Aber jetzt live kann sich noch jemand an das Lachverstehen am Observatorium ändern. Ja, klar, Mann. Wenn ich schon wieder sehe, wie die sich angezogen haben, ne, für die Hochzeit, Alter. Das hat einfach gar nichts mehr mit damals zu tun, so. Chad ist immer müde. Ist dir nichts Neues. Ja, bist du Felder da? Hm, wie soll ich sagen? Na, bin sie real, Magnum. Z zu dem... Ilvio. Ist das richtig? Dankeschön für den Prime Dritten. Scheinle, dankeschön für den Prime Viertel. Und Touch My Pew Pew, dankeschön für den Weasel 24. Küsse auf die Miau. Was geht, Herr Pol? 600 Dollar, Alter. Was geht, was geht? So. Oh, ich habe noch gehört, bei. Ich habe auch schon überlegt, einen Lowrider zu kaufen, aber... Rage, Alter. Wir sind halt so ekelhaft auf Rage. ... Wir sind halt so. GTA Live wollte starten, aber ich habe keine Ahnung wie weit die sind. Die haben auch nur einen Def. Hast du davor so mal eine Kugel gesehen? Kuma, Dankeschön für den Prime 26. Und Noisy, Dankeschön für den Reset um 8. Lass mal L starten, ich habe 30k rumfliegen, damit kommst du nicht weit für den Code von L. 30k Du musst mir helfen, komm schnell mit. Wohin? Komm schnell mit, steig aus. Warum? Du musst mir helfen, bitte. Brauch einen starken Arm, komm mit. Komm schnell. Kriegst du mein Fahrrad da raus? Was zum... Ich habe auch ein kleines für dich hier hingestellt. Was? Ich habe ein kleines Fahrrad für dich hingestellt. Warum stellst du Fahrrad da rein? Ja, aber ab zur Kammer. Warum wirft jemand kaputte Fahrrad da ins Klo? Das kann ja nur der Paar gewesen sein. Ja, ich glaube, der Rockerclub war auch da und die haben mir ihre Flaschen stehen lassen. Warum? Ja, guck doch. Ich glaube, das war Tyrese. Pass auf. Ich habe doch schon jemanden gefunden. Hier ist ein Fernsehen drin. Ach wo? Das ist meiner. Pass auf, komm mit. Guck mal, da liegt ja der Lutscher. Wer ist denn das? Ich weiß nicht. Wer zum Toppen ist das? Ich hasse mein Leben. Wolltest du Kondome ziehen? Ich weiß es selber nicht, was ich wollte. Auch eine für dich schon. Komm und die ist für dich. Oh, jetzt haben wir für Memo und ein Zuhause. Memo kann nicht schlafen. Boah. Ich glaube, der ist dir schon eingezogen. Was machst du da? Guck mal, das ist die von Tyrese. Ich habe auf den Sticker geguckt. Und der hat nicht gespürt. Bier, Toll and Hookers. Ja guck, Tyrese hat nicht gespürt, der Eklige. Bah. Da ist eine Wurst drin. Was machen wir jetzt mit meinem Fahrrad? Brauchst du einen Krankenwagen? Da liegt ein Kinderfuß drin in der Toilette. Was? Das ist der Jürgen. Den wollten wir raus. Was liegt da drin? Ein Kinderfuß im Jürgen. Boah, mach mal Platz im Fettsack. Ja, schieb mich doch zur Seite. Warum ist da ein Fuß im Klo? Wer hat denn da einen Fuß im Klo? Oh, schon wieder eine Lustkotte. Lass mich raus. Ich muss raus. Lass mich raus. Ich mach auf die Tür, du kommst doch nicht raus. Mann. Lass mich raus. Wie lange liegst du noch im Klo? Lass mich raus. Was ist hier los? Hallo. Lass mich raus. Da hat jemand einen Fuß ins Klo geschmissen. Du musst die Tür auftreten. Lass mich raus. Lass mich raus. Warte, 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 warte. Mach das Tür von außen auf. Komm. Danke schön, komm. Ist echt Pferd geworden, Juri. Dankeschön. Bring drüber. Lass mich raus. Lass mich raus. Lass mich raus. Ich muss hier raus. Die Tür ist doch auf. Was kommst du da? Da ist ein Fuß im Klo. Guck mal. Guck mal ins Klo. Guck mal ins Klo. Jetzt ist doch ein Meerschweinchen. Will einer Fußpacks kaufen? Ach, ich hab hinten rein gestört. Was ist hier los? Alter, jetzt wird seine Jacke vergessen. Das ist die Lost Kutte. Da kriegen wir wieder Ärger für. Lass mich raus hier! Ulda! Komm, drück! Ja! Bademeister! Bademeister! Geh mal da im Klo gucken, was da drin liegt. Ich weiß, was da drin liegt. Was denn? Ja, die jetzt zum Beispiel. In die Kloschüssel. Ja, da ist ein Fuß drin. Warum ist da ein Fuß drin? Hat ein Zombie hier verloren. Du musst keinen Krankenwagen rufen. Nee. Der schafft das schon. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich war im Klo eingeschwenkt. Nein! 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 Werden die Toiletten so verunreinigt? nicht! Da hinten links ist meine da wo das Schild steht. Mit dem dem ich brauch Geld für Bier. Da ist nur ein Fuß im Klo drin. Grüß dich! Das ist nicht meine. Au! Nein! Hau da einfach zu! Was habt ihr denn für Probleme? Hilfe! Ich habe keine Hilfe! Der ist mehr auf den Tisch! aber ich verstehe gar nicht warum wir sagen hilfe bleib stehen warum denn erst mal abhängen gar kein bock heute ich habe Fick den! Fick den! Der ist alleine! Vor dem Brustkorb! Ey, lass mal den Körnitz in Ruhe hier! Die da umgetreten! Warum schlagt der mir auf mich ein? Da kannst du das machen! Oha! Oh, der liegt! Der liegt! Ihr habt ihn wirklich verhauen, ne? Hallo, ich brauche Hilfe! Banger Samstag wieder mit! Hahahaha! 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 Also ich kann den ganzen Tag mir die Seele bommeln lassen hier! Ja, dann hängst du halt ein bisschen! Ich rufe die Bullen! Ich halte mich mit meinem Schwanz fest! Hahahaha! Einmal rumgewickelt meinst du? Oh nein! Nein! Oha! Was zum... Fuck! Was guckst du so? Äh, okay! Eeeh... Heyeeh... Was geht?? Ähäääääääääää... Erstmal wegzahlen, wenn du so wirst. Das ist jetzt schlau anstelle. Kannst du das machen? Kannst du das machen? Ich brauche eine Motivation. An die Klappe. Ich habe Blasso dabei. Du bist Leiter, Bro? Bist du fett, Junge? Geh weg. Das ist unfair. Ihr seid unfair, kommen mit 70 Leute vor ein. Du schickst noch eure Mütter. Was machst du? Wer war denn die Frau, die mich hauen wollten? Ich knall dich runter da. Wo ist denn die Alte hin? Ich kann jetzt aber drüben ganz schön. Oh oh. Oh oh. Jetzt brauchst du nicht alles. Wir haben noch Hochzeit, Junge. Ich habe nur Massenchlägerei angefangen. Da liegt's. Komm, Wichser. Komm. Ich bin Spiderman. Komm her. Lauf nicht weg. Ja. Ja. Oha ja. Was geht denn auf mich? Nein. Nein. Ja. Komm, ich bin... Ja. Nein. Komm schon, okay. Ich will den Finisher. Mir geht's nicht gut. Scheiße. Ich will den Finisher. Mr. Medizino eine Hilfe. Ja. Ja. Ey. Hey. 10.000, der in liegt. Ey. 10.000, der in liegt. Ey. Ich... Ich... Hilfe. Ich werd mal den zweiten... Ich werd mal den zweiten RTW-Zugler zu suchen. Ich war die Medizinerin. Da. Äh. RTW... Massenchlägerei. Ich bin Dodge Meister. Ich bin Dodge Meister. Keiner pfickt mich. Wir sollten noch Boxen üben. Die Arme. Erstmal holen. Ich rufe die Bullen. Ich rufe deine Mama an. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Warte, das ist fair. Hallo? 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 Wo liegst du? Ja, es ist auf der Leiter da oben. Ich bin Öffin. Ich kann den ganzen Tage bleiben. Ja, ich merke das schon. Ja? Ich lege den so weg. So Kollege, geh sie runter. Sonst fall ich auf dich. Nö. Wollen wir mal sehen? Nö. Lass mich in Ruhe. Das ist ein OG-Call. Wo liegt Körtel? Der liegt nicht. Der liegt nicht. Der ist auf der Leiter. Der liegt noch eine Frau. Okay? Ich bin Körtel für eine Leiter. Gleich telefoniert der wieder und hält mit seinem Schwanz fest. Da liegt nicht so weg. Hey? Da liegt die OG. wie gehts mit dem Geld? Wer den leuten geht? Okay. Oh, 5. 5. 5. 2. 5. 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 Rotten. Das EP bewäsche ich mit MUCH. Hier hinten um ne Ecke liegen noch einige. Boah, jetzt könnt ihr erstmal schnüffeln. Dat mach ich schon. Tugusa, Dankeschön für den Re-Sub im 19. Und Tanks, Dankeschön für den Re-Sub im 13. Und Herr Arz, Dankeschön für den Prime Sub. Und er hat das Maul. Dat, dat war unfair. Sogar synchron sind die auch noch hier. Hans Maul. Er hat mich mit der Rozza gegaut. Na dann, Fressball sieht aus wie ein Waschbecken. Ich hol mal den Arzt, ich brauch nen Arzt. Ich brauch auch nen Arzt, Hilfe. Halt die Klappe, komm kuscheln. Der kommt gleich, bestimmt. Kuscheln, nein. Ma, du liegst direkt neben mir. Was hast du denn in der Nosentasche? Gar nix. Wenn das Bum Bums. Gar nix dabei. Mhm. Doch, RP bewährte ich darf mein eigenes RP bewerten. Pfiff keine Bonbons. Halt die Klappe. Selber. Du bist widerlich. Du bist widerlich. Du bist widerlich. Er hat gerülpst. Du bist widerlich. Er hat gerülpst. Oh, meine Schulter. Ah. 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 Oh, oh. Soll ich den Krankenwagen rufen? Kört es. Deine Schulter sieht nicht gut aus. Das sieht aus als, äh. Ja. Ausgekugelt. So. Kört es so viel. Oh, ne du schon wieder. Wie der Bresselprofi. Was machen sie denn da auf dem Boden? Bin am Kuscheln. Ah. Ah, da liegt der. Fuck Yadis. Hallo. Trägst du unser Fleck und sagst, fuck Yadis, Junge. Du musst Yadis. Oh, Junge. Wer hat dich jetzt weggeboxt? Und sonst, wie geht's dir? Au. Hilfe. Oh. Da liegt's euch im Schmutz, du Opfer. Du auch, du Opfer. Ah. 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 Ich hab' solche Schmerzen. Wie geht's euch zwei? Siehst du doch, wir sind am Kschellen. Guck wie die in meinem Arm liegt. Mir wurde gesagt, dass du auf dem Boden liegst. Und nochmal zehn andere. Ah. Ah. Ich hab' alle verkloppt. Kannst du mal bitte von seinem Ding da wegfahren, Alter? Ja. Ich schick' jetzt erstmal alles, was laufen oder getragen werden kann, zu den RTWs, dass wir da ein bisschen Organisation reinkriegen. Alles klar. So, dann lass' mal den Medik vorbei. Ah, ja, 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 ja. Ah. Ah. Jungs, was macht ihr denn? Das ist kein Junge, das ist ein Mädchen. Ah, Verzeihung. Du bist der Nächste, der liegt. Das ist ein Mediziner. Lass' in Ruhe. Nein, das fände ich gut, wenn du einen Medik schlägst. Was zum Teufel war das? Ich glaube, mein Tamagotchi ist angesprungen. Weiß ich nicht. Das hat Hunger. So. Der Herr, wie sieht das denn bei Ihnen aus mit Laufen? Ja, ich kann laufen. Mein Schulter tut nur weh. Alles klar. Dann gehen Sie mal bitte zum RTW, dort versorgen wir Sie dann gleich weiter. So, jetzt kümmere ich mich mal eben um die Dame hier. Ja, du wirst. Oh. 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 Leute, das läuft schneller. Jetzt kriegst du eine. Was geht der Basti? Guten Abend. So eine schöne Nackenschelle, ja. Schmutz bleibt Schmutz. Mal die Klappe. Oh. Okay. Du kannst... Ah, ne. Ich sag jetzt lieber nicht. Warum sind alle pink angezogen? Ja, keine Ahnung. Ach, ach, ach. Alle sind so auf da. Garnicht. So, ja, die sende hoch, ich habe mein Tunnel drauf. Aupa will die Punker, ich habe Schmerzen im Park. Kollege, Kollege, ich glaube, ich glaube, das können wir anders reden. Lass mich mal durch. Es gibt Krieg. Hallo? Ja, was hast du angestellt? Oh, Schmerzen! Ich hab alle Yardis bekommen! Echt? Hör mal! Hast du gleich Zeit? Wann nein? Bin gestolpert! Kommst du zu mir in der Pacht und ich wollte gleich FC gucken und die spielen gleich? Ne, ist doch schon Hochzeit! Ach so, was für eine Hochzeit? Ach du gehst auch auf eine Hochzeit? Ja! Von dem Hawks? Beiß nicht in die Hand! Äh, von dem Taxi-Fahrer von dem... Ich muss auflegen, ob er will. Ja, tschüss! Medizinische Hilfe braucht jetzt von dem RTWA bitte mal ein bisschen weg! Ja, tschüss! Hey, weil ich runter so einen Schlag abgekriegt! So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute, die jetzt medizinische Hilfe brauchen. Sehe ich das hier richtig? Ja! Also ich kann nicht zählen, aber wird zu stimmen bestimmt! Wunderbar! Äh, einige... Gibt es hier jemanden, der unbedingt ins Krankenhaus möchte? Nein, Mann, alles gut! Okay, so... Was ist das für eine Frage? Machen wir das jetzt mal ganz geordnet. Allesamt mal eine Reihe bilden wir. Wir handeln uns jetzt nacheinander. Ich bin zweiter! Ja, die sind first! Ja, die sind als Erste! Das ist unser Turf! Ja! Hast du es dir so jetzt? Ja, ich werde es nicht... Ich sollte jetzt nach Personalaufnahme! Komm, wir stürzen ab, oder was? Ja! Wat? So! Gut, dann der Erste! Jetzt, äh... Einmal bitte den... Einmal bitte den Personalausweis! Ach du Gott! Bittschön! Boah! Ich auch, Alter! Weiß, wie viele das waren! Ich kass mich jetzt nicht jahres an! Herr Kusch, wo genau tut es denn weh? An der linken Schulter! Hab ich einen drauf bekommen! So, äh... Willst du Akten machen? Dann mach ich die Behandlung! Äh... Name? Warte nochmal! Körtes Kusch! Ach, du schreib das auf meine Tagekarte ein! Ja, mach das mal! Ja, mach das mal! Ja! So! Ist das da vorne Finn? Ah... Grüße Sie, Sir! Kriegen Sie von mir jetzt einmal Voltaren und ein Kühlkissen! Okay! Ach, Junge! Ist das geil, ne? Ich guck's! Der war schon! Bratz, ne! Hallo, Motherfucker! Du geile Sorge! Was zum Teufel! Boah, stehst du, ne? Boah! So! Du geile Bocke, oder? Du geile Bocke, eyle! Jusow! 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 Ich halt das einfach dranen, ne? Neue Farben kommen wieder, oder was? Ja, einfach... Einfach dranhalten, dann ist das Ganze besser, oder Herr Kusch, dann sind das einfach 300 Dollar... Ist ein dick dick, ey! Weißt du? Achso... Ich hab oben den Ranch aufgemacht, wir haben alle unsere Knachen eingeschmolzen und dann sind jetzt meine Zäune draus... Gambo Outfit, oder was? Was? So... Ja, bitteschön. Bitteschön, Aua. Wunderbar, dann einmal bitte... Dann einmal bitte wieder von den Wagen, dass wir hier die Ordnung beibehalten. Das war crazy, Kollege. Plus Volt Arenas vergessen, genau. Ich weiß, er hat das Copyright für die Mucke, aber ich vertraue dem Braten trotzdem nicht. Heute wird sehr anstrengend für mich. Ich habe alle verkloppt. Ja, ich weiß, du lagst als erstes. Gar nicht. Warum gehst du dich nicht verarzen lassen? War ich doch gerade. Du hast aber ordentlich eine zentriert bekommen. Ja und? Geht's dir? Ja, ich muss Coolpack dran halten. Ist nur ein bisschen geschwollen. Okay. Wer ist der Typ da bei Phil? Ist das ein Kopf oder was ist das? Wo? Ja, hinter der... Wie heißt es? Hinter dem Gebüsch. War da kurz, aber ich sollte die allein lassen. Da hat so eine Marke um den Hals. Keine Ahnung was das ist. Das sind Verräter, ne? Echt jetzt? Ich glaube schon, dass die... Die machen irgendwelche Deals. Wegen den ganzen Autos, die uns immer weggenommen wohnen. Irgendjemand hat mir mein Auto geklaut. Wer? Weiß ich nicht. Ich bin das nicht mehr. Haben die gesagt, du sollst weg, gell? Ja, der Phil meinte, wir müssen gehen mal kurz. Warte, ich geh mal kurz hin. Was will denn der IA-Typ hier? Der wollte den Wademeister sprechen. Der würde gern wissen, wer hier das sagen hat. Warum denn sagen? Aber ich sag dir so wie es ist. Das wird nicht passieren und es ist ja auch keine Gang Gang. Du kannst die Ausweisung gerne kontrollieren. Wir sind einfach nur verdammt große Familie mit Cousins. Und ich klau gern die Pläck von den Jalis. Das kannst du auch sagen. Gut. Wenn du dir irgendwer wissen willst, wer das sagen hat, dann kannst du noch ein bisschen mehr Ermittlungsarbeit lassen. Warum und was geht es denn? So einfacher macht das denn. Ja, der ist neu in der Einheit und sein Chefwilling grad mal testen und sagt, finde mal heraus, was der Junkiepack ist, wer bei Junkiepack das sagen hat. Und weißt du, wer bei ihm angerufen hat? Der Bademeister, der darauf achtet, dass nicht die Kinder ins Becken springen. Und der wollte jetzt in seine Akte schreiben, der Bademeister hat das sagen. Also für 300.000 sage ich dir mal das sagen. Halt. Ich brauche Geld. Mela will einen Hund haben. Ich muss einen Hund kommen. Nee, tatsächlich nicht. Aber die Information wäre ja auch nicht für umsonst. Wäre nicht für umsonst. Wie teuer ist die Information denn? Na, ihr seid ja diejenigen, die die Information haben. Ja, aber du willst wissen, die hat keiner das sagen. So. Es ist keine Gang. Wir sind keine Straßengang oder sowas. Da ist einfach nur ein Park, wir wohnen hier. Und da hängen ganz viele andere Leute auch nur ab. Guck dir an, wie voll es hier ist. Ja. Wer hier alles rumläuft. Irgendwelche Medics stehen hier. Irgendwelche Junkies stehen hier. Andere Gangs stehen hier. Da kommst du nicht weit mit so einer Ermittlungsarbeit. Im Endeffekt haben die Leute, die hier stehen, oder alle die Leute, die hier im Park stehen, gleich viel zu sagen, außer die Leute, die hier noch wohnen. Weil das halt direkt vor deren Haustür. Oh, Samba zum Beispiel passt darauf auf, dass keiner bei der Wiese rennt. Der meckert immer. Hier rechts ist übrigens der Wels. Der guckt, dass im Teich die Fische auch alle schwimmen. Ja. Das ist mein Job. Und ich bin für die Toiletten zuständig. Der guckt auf die Toiletten. Der Bademeister passt auf, dass niemand der mit euch einspricht. Übrigens, wenn sie Ermittlungsarbeit machen wollen, wir haben da eine halbe Leiche. Eine halbe? Ja. Wollen sie mal mitkommen? Naja, da hat ein Zombie seinen Fuß. Na, ich glaube, das ist ein Marokka-Fuß. Weil da hängt nämlich schon eine Kutte. Wir haben noch nicht die Polizei gerufen. Die haben ja jetzt aber auch noch nichts gesagt, dass sie einen vermissen. Welche Hälfte habt ihr denn? Nur dem Fuß. Wollen sie sich das ansehen? Das hier direkt vorne. Ja, da vorne, die Toiletten. Kommen sie mal. Da muss auf jeden Fall mal ein Gerichtsmediziner kommen. Da kann man nur keinen Kaka mehr machen. Aber jetzt sind wir wirklich verpetzt alle für Geld, ne? Ich scheiße auf die alle hier. Das ist kein Witz. Hier in dem Klo. Da ist ein Fuß drin. Da ist ein Fuß drin. Nicht dran rumknabbern. Ist das ein echter? Na, ich geh da sicherlich nicht hin und fass den an. Ja, da muss die Polizei kommen, ne? Sag mal Bescheid. Bei den anderen ist keiner drin. Weiß nicht. Ich guck mal hier. Nö. Oh, wo? Oh, hier ist was drin. In dem ist auch was drin. Aber kann ich nicht identifizieren. Wollen die anderen gucken noch? Oh, da ist unser Fun drinne. Oh, okay. Ach, das sind meine Fahrräder. Und hier? Da wurden der und Samba. In dem letzten. Ey. Äh. Warte mal. Da hab ich's gar nicht vorgestellt. Ruhe. Was? Ja, CTF. Ruhe. Ich weiß, Bruder. Was mit dem Klo? Mach die Milch schnell. Ach, Memo. Können Sie uns da auch gerne einen Ausweis leisten? Da komm, ich hab dir ein Schlafzimmer gemacht. Ich hab doch ne Wohnung. Ja, jetzt hast du ne Eigentumswohnung. Okay. Das meinst du jetzt aber nicht ernst, oder? Ja doch, ich hab dir schon ein Bett hingemacht und so. Wo muss ich hin? Ach, nicht hier. Hier. Wo, Bruder? Ich hab schon deine Klamotten und so reingepackt. Und dein Fernsehen. Hä? Hä? Das... Das... Ja hier... Warum? Ich versteh halt nicht, warum die irgendwelche Neulinge nach hier versuchen zu schicken. Wenn ich auch gar keine Berührungspunkte hab. Weil die dem wahrscheinlich verarschen wollen. Ne? Ne? Als ich damals in meiner Ausbildung war, haben die mich nen Dings geschickt. Äh... Ich sollte nen Zündkerze holen mit rotem Faden. Jut. Sowas gibt's gar nicht. Dann hab ich die Ausbildung hingeschmissen. Nach drei Stunden. Lang durchgehalten, mein Junge. Bist du überhaupt von Polizei? Ja. Er hat auch das Gag gezeigt. Ja, ja, ja. Jetzt von der CCF. Ist doch die IA-Marke. Die jagen die Flaggen. Ne, hier. Capture the Flag. Was für Flaggen? Die im Gesicht? Auch. Also die Bandanas. Die jagen die Bandanas. Die Flaggen. Ne, danke. Ich putz da drin immer meine Nase. Weil ich versteh das nicht mit den Farben. Ja, die gelbe Fleck ist zum Nasenputzen. Die rote ist für die Frauen. Einmal im Monat. Mhm. Ich glaub der Polizei-Man ist ein bisschen überfordert. Die grüne ist wie das. Ne, ich überleg grad, ob die Flaggen nach oder vor der einen Woche rot ist. Was? Was? Ja, danach natürlich. Ja, danach natürlich. Ja, danach natürlich. Und dann dürfen wir die anziehen. Deswegen ist in den roten Gangs immer eine Frau dabei. Das ist aber sexistisch. Warum? Wenn wir vor eine Frau aus dem OG. Wo kommen wir denn da hin? Ja, sowas gibt, ne? Sind wir hier bei der 28 oder was? Hat es schon gegeben. Also, auch neben der 28. Gut. Also, ich verpetze hier alle für Geld. Ja, 300.000 haben sie gehört. Ich versuche hier aus dem Ghetto rauszukommen. Ich habe auch einen Schulabschluss. Und bald bin ich Besitzer einer Wachstraße. Oh. Das ist auf jeden Fall was, was es noch nicht gibt. Das ist was Legales vor allem. Da muss ich nicht mal auf der Straße rumrennen. Und mir den Scheiß hier angucken. Und irgendwelche Geiseln da machen. Guck doch mal da vorne. Das sind Gangster, die tragen rosa und so. Das sind total Idioten alle. Für Geld verpetzt sich jeden. Ja, 300.000. Der verrät dir, wer der Vater ist. Aber ich denke, es gibt keinen. Wie? Haben sie keinen Vater? Bei mir hat der Vater zu Hause das sagen. Na, der Vater. Ja, aber wenn jetzt von allen die Fehler da sind, welcher Vater hat ihn dann, also, bestärken wir uns. Oder ist das so eine Vaterdemokratie? 95% von Leuten, die kennen ihre Väter nicht. Die Väter hier an den Fliesentisch. Gibt den Fliesentischrad. Da setzen sich die Väter dann dran. Mit der Kippe. Die wird aber selbst gedreht. Willst du nur über uns Sachen wissen? Bin da ganz offen für alles. Ich habe den Herr Washington gestern Abend gesagt. Kennen Sie den? Ja, den kenne ich. Ich kenne diese Schwarzmarktdealer. Die wollen sowas verkaufen, was sie um den Hals haben. Ich könnte den dann zum Messer liefern. Aber das ist sehr teuer. Weil ich setze mein Leben in Gefahr damit. Wenn ich das verpätze. Bringst du die Marke überhaupt einen ordentlichen Preis? Oh, ja. Stellen Sie sich mal vor, ich würde mir die Marke anziehen. Ich könnte mich als jeder ausgeben. Genau. Na, bis sie nach dem Haushalt gefragt werden. Ja, den habe ich um Hals hing. An der Cover. Ja, bei Indizeausweis haben sie ja trotzdem dabei. Auch als an der Coveragent? Da kann ich keine Auskunft zu geben. Ja, sehen Sie, da halte man keinem bei. Weil, wenn sie überfallen werden, dann hat man ihre Identität. Ah, ich gucke für immer. Wir haben auch einen Hausmeister, der heißt Bauchnabel. Oh, Samba. Weil der die Fusseln aufsammelt. Ja. Was ist denn der Ausweis wert? Soweit ich weiß, sind da noch nicht viele von geklaut worden. Die sind ordentlich was wert. Das ist sprachlos. Wie gesagt, so viele sollten davon ja eigentlich gar nicht... Ja, umso schlimmer ist es, wenn nicht so viele fehlen. Oder im Umlauf sind. Das heißt, keiner rennt rum und macht damit Unsinn. Und wenn jemand mal damit auftaucht, dann glauben die Leute das. Weil die diesen Betrug noch nicht kennen. Ha, ich gucke nämlich Serien. Und das auch noch. Na klar. Guck, da drin ist mein Fernsehen. Hier. Hier gucke ich immer mal in Filme. Bier ist auch da. Naja. Da ist kein Bier. Ich habe Pfand da reingeschüttelt. Ich trinke keinen Alkohol. Dann gehen Sie mal zu Ihrem Vorgesetzten und sagen, wir verpeppen alles im Nielgen. Für Geld. Für Geld. Für genug Geld. Wir werden jetzt das einfach nieắmmel herbekommen. Unter alt. Walla bila. Wärts das mal so weiter geben. zum beispiel dieser komische tauris ich weiß dass der gestern zwei tangestellen befallen hat das weiß ich nicht gestern war ich nicht auch ich weiß das aber haben sie für den schmier gestanden oder was nur der hat mir das erzählt ich habe ihn getroffen als ich aus der tante zu tankstelle wollte kam der rausgerannt mit einem sag vor geld und hat gesagt ich habe geld naja wie sagt man wahrscheinlich nur nicht erwischen lassen die müssen alle ins gefängnis die kriminellen wie war jetzt ihr name miller mac millen mich halt gestern auch wohnen aber wegen dem gewerbe machen sie vielleicht auch was unter der hand wenn man so ein bisschen tauschgeschäfte machen wird ich meine wenn man infos hat über aktionen die in der stadt gehen und waren sie vielleicht das wertvolle die info desto mehr kann ich da machen im endeffekt sind das dann infos die ihn für eine leitestelle wie kann ich helfen ist da die leitestelle ja sie haben mich gestern abend angerufen ah ja kusch habe ich recht ja folgendes wir haben informationen bekommen dass sie demnächst autowaschanlage oder eine waschanlage eröffnen wollen auftragen polieren auftragen polieren ganz genau ich müsste mich oder ich leite das mal einen kollegen weiter dass ich im laufe des abends mit dem man treffen muss und zwar geht es um die gewerbesteuer die bald fällig wird dass sie da bescheid wissen wie das ganze abläuft dass sie direkt bescheid wissen worum es da geht wir haben gerade einen kollegen von ihnen hier wir haben gerade einen kollegen von ihnen hier bei uns im park ich glaube miller wie heißen sie noch mal mcmillan mcmillan der ist von der von der ctf ich bin vom fb der will nämlich informationen haben ja dann geben sie dem informationen ich verpett sie den aber nur für geld und ich weiß ganz viele sachen ist das schon mal gut zu wissen gut wenn sie jetzt gerade anstreffen sind herr kusch dann sage ich das mal dem kollegen bescheid dass der sich im laufe des amtsbein meldet okay und ja dann dürfte das ja kein problem sein ich schwöre mein gott ich verrate alle alter ich verpett die alle die welt alle im state landen ist mir scheiß egal mal ein bisschen schwung hier rein bringen ich bin kein 31er ich bin nur ein ehrlicher bürger der bei straftaten dabei war guckt euch die an die kann man nur nur verpetzen rennen rosa rum ich habe halt geschäfte ich habe die dvl geschäfte mit dem greif gemacht weil unsere richtung ja so richtung dings ging wie hieß wie hieß nummer von der ach man wie hießen noch nummer die dings da dieser pop von fans of anarchy wie hieß noch mal dieser gangster bus den hat sozusagen herr jeff dankstelle ist ja damit stelle warum gab nur einen stellplatz für die vögel drauf da sind doch gitter warum hast du mein auto kaputt wie habt ihr die autos nach hinbekommen hä die gitter sind doch offen okay bist du sicher ja ja die sind offen cool das sind nur lamellen ja ja da sind keine gitter da sind keine gitter das sind lamellen das ist ein vorhang ja könnte ist das deine mauer ja ich dachte das wäre unvorhang ich dachte das wäre unvorhang ja das hätte doch offen im vorhang sein oh 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 nein die rennen weg für kuhl auf jeden fall wohnert gizelahme kann man jetzt schon mal wie es aussieht immer wohnert lass uns raus die gehen jetzt schon auf die hochzeit treffen sich jetzt schon im gefängnis mit dir geht ihr auch auf die hochzeit ja was für eine hochzeit englern hochzeit cool oder frei essen frei trinken oh ja geil weißt du die haben auch was zu essen die torte scheißen und äh da steht auch ein lkw mit lustigen sachen ist da viel dj ja der jacks liegt auf ja ich will keine musik hören jacks ist ein tiki lala also bei der hochzeit gibt es keine musik ich weiß nicht vielleicht aber nicht von jacks ruft doch an dann könnt ihr ja ausstöpsel reinmachen ist ja nö die fallen immer wieder raus mein ohrloch ist zu groß ja nicht nur das lach dir ruhig geht ruhig zu der scheißhochzeit ich gebe euch währenddessen beim fb verraten nach scheiße kommt schon jetzt aber das reicht Wo ist der? Wann geht der denn? Weiß nicht, oder? Du kommst mit. Nö, ich will keine Mucke hören. Nein, wir gucken, wir gehen da, wo keine Musik geht. Bitte. Ich war da vor uns schon, das ist Riesengelände. Was? Wo ist das drin? Ich habe den DJ-Hopo. Gegenüber vom Parkhaus 20, da dieses Hotel. Was weiß ich denn, was Parkhaus 20 ist? Wo? Warte mal, die heiraten am Parkhaus? Ja, voll romantisch. Was sind das denn für Dioden? Jedis. Oder nicht? Nein, die heiraten nicht. Nein, das weiß ich, Bruder. Warum sagst du das, die heiraten? Ich habe verstanden, was sind das für Idioten hier. Hallo. Oh, wie cool. Was denn? Das ist voll scheiße. Da kannst du uns durchgehen, ne? Echt nicht? Das ist ein Gittervorhang. Das geht per Knopf auf. Wow, halb Harry Potter. Was machst du denn da? Jetzt kommst du nicht mehr raus, ne? Jetzt kommst du nicht mehr raus, ne? Hat noch jemand Vaseline? Ja, komm bei mir. Ja, das wäre doch Männer. Ja, natürlich. Na klar, das ist ein Amo Vaseline bereit. So. Emo. Was ist denn ein Journey? Halb neun. Keine Ahnung. Jetzt kannst du durch. Okay. Danke. Und was wollte der jetzt? Informationen? Der war die größte Flachweife von denen, die ich jemals kennengelernt habe. Ja, der war schon ein bisschen komisch, ne? Hat wirklich ausweis gezeigt? Der konnte nicht reden. Ja, hat der. Wie, der konnte nicht reden, Bruder? Der konnte nicht reden, so. Der... Weiß ich nicht. Du kannst doch nicht jemanden so nach hier schicken und der soll irgendwelche Informationen beschaffen. Wahrscheinlich haben seine Vorgesetzten gedacht, der schickt, der schickt, wir schicken ihn dahin, dann wird er verkloppt. Ja, das kann auch sein. Er hat mir den mal verkloppt. Habt ihr die Nummer von dem? Nö. Ne, ich hab die ja. Der war beim Kiez, hat danach gefragt und Kiez hat mich dann angerufen und gesagt, hier ist jemand, der wird mit dir oder Johnny sprechen. Und dann kommt der Herr und fragt, wer er das sagen hat. Obwohl Kiez den zu dich schickt. Ich hab Bademeister anrufen lassen und dann hat er gesagt, so von wegen, ich hab gehört, ich soll mich melden, ja. Jemand, der das sagen hat vom Junkie Park, bla bla. Ja, ich würde gerne mit dir sprechen. Bademeister. Ja, ja, kommst du vorbei. Ich bin in zwei Minuten, der ist sofort, ich bin in zwei Minuten da. Und ja, dann hat er dem das komplett abgekauft. Also er hätte es ihm abgekauft komplett, hätte ich da nicht eingegriffen. Er hätte in seine Akte geschrieben, Bademeister hat dir das gesagt. Hättest du mal gemacht. Vielleicht klärt der Geld, ne? Ja, ja, deswegen. Übrigens, die Waschanlage wurde genehmigt, ne? Und der Schuh baut. Geil. Geil. Wir müssen aufpassen wegen den illegalen Aktivitäten, ne? Ey, wo brauchst du mich beim Arbeiten, Bruder? Autowaschen. Auf tragen, polieren. Was? Wir haben auch eine kleine Werkstatt, aber dafür haben wir noch keinen Links abgegeben. Das wäre... Vielleicht machst du Memo, die kleine ADAC, DJ Memo. Ey, da seh ich mich drin, Bruder. Schwing den Lappen, Memo. Nackig? Jeff, hast du schon einen Anruf bekommen von dem? Ah, nö. Ja. Blöd. Und was ist das für'n Shop? Was dürfen wir da... Das ist der Absinthe-Shop, da gibt's Süßigkeiten. Absinthe-Shop? Da gibt's Cola, Fanta. Was noch? Ja, cool. Hukulu im Stil. Geil. Schisha. Echt jetzt? Ja. Wir wollen das, Bruder. Was für nicht mehr? Wir wollen Keller ausbauen für Shisha-Bar. Ja, Humus gibt's auch. Ja, Humus gibt's auch. Oh. Ja. Ich kümmere mich dann um die Shishas, Bruder. Oreo. Oreo Schiss? Shit, wieder müde. Ja, ich glaub Oreo Schiss gibt's auch. Bin mir nicht sicher. Und gemischte Tüten. Und, genau, Absz-Tüte. Und Powerriegel. Damit könnte jemanden zwingen, den zu essen. Da brauch ich auch einen Powerriegel. Da brauch ich einen Powerriegel für. Können wir nehmen dann der Friedenbude machen? Können wir nehmen dann der Friedenbude machen? Friedenbude? Wie heißen die? Also, wir haben Doppeltoni-Cop, Absz-Special-Cop, Southside-Verbot, Westside-Verbot, Westside-Verbot. Aber wir müssen die Lagerbestände noch austauschen. Also, halbieren und so. Hat der Typ mir gesagt. Es ist okay doch, Emma. Emma, du musst noch machen Eingang, ne? Und wir bekommen eine Metro-Karte. Haben wir auch einen Stapler dann. Habt ihr dann auf alles Zugriff oder nur auf eure Wahl? Weiß nicht. Ich glaub auf alles. Nein, nein. Aber wir haben Doppeltoni mit Brettergeruch. Ja. 420. Hallo, Lastpalme. Ich denk schon, ich wollte ein Auto. Was ist denn Brettergeruch? Du meinst wohl Holz? Ja, Bretter. Ja, Bretter. Brettchen. Achso. Brettchen. Mit Duftbäumen und Brett. Ja. Ja. Die häng ich den ganzen Leuten im Hals, wenn ich umgegeschlossen hab. Laminatneger. Wann ist die Hochzeit? Für dich ein Wölbchen. Na Stunde. 21.30. 23.30? 21.30. Die Party ist dann. Die Hochzeit ist jetzt schon. Warum gehen wir nicht da hin? Weil wir nicht eingeladen sind. Wir sind nicht auf die Hochzeit eingeladen. Aber dürfen wir auf die Party kommen. Ja. Wir laden uns selber ein dann. Was ist das denn für ein Quatsch? Hä? Ist doch immer. Ich glaub die Trauung ist um 21 Uhr. Wurde gerade eben gesünd. Wer oder wo? Na ich denk mal, da sind die Aris da jetzt zwischen den Gefahren, oder? Äh, ja. Übrigens, Mila geht's halt nicht gut. Oh. Ja, die hat fünf Kästen, die hat fünf Kästen Wasser geschleppt und ist die umgeknickt. Ah. Ich konnte nicht helfen. So einer bist du also, ne? Ich war am Essen. Und ich hab gegessen, ein Sandwich. Und die hat fünf Kästen auf einmal getragen. Und ne Waschmaschine? Ne, nur fünf Kästen. Volle. Und dann ist er umgeknickt. Und dann ist er umgeknickt. Der immer Driftbärm ist. Macht die Beklare heute zu, oder was? Der hat so Rollen im Schuh drin. Aber die leuchten, ne? Aber nur wenn er rennt. Auf Berührung. Einmal auf den Boden standen. Anderer Farbe. Sollen wir mal zur Waschstraße laufen? Ja, bitte. Kommt. Kommt. Ich kenn die noch gar nicht. Kommt, Jack. Komm bei mir. Brauchst du ne Tablette, Curtis? Nö. Sind mit Dankeschön für die Riesse beim 39. Skyronics, danke für den Prime im Dritten. Finn, danke für den Prime im Zweiten. Big Ultra, danke für den Prime im 19. Carlo, danke für den Prime im Vierundzunsten. Borat, danke für den Riesse beim Dritten. Distri, danke für den Prime im 22. Und Papa Roach, danke für den Prime im Dritten. Hauptsache, ich bin verletzt schneller als die gesund. Wir laufen mal zur Waschanlage. Ja, mach das. Ey, meiner, was geht? Der ist ja immer noch der Typ. Aber da ist nicht eine saubere Toilette, ne? Ich geh nur noch zu Hause pissen, echt. Oh, na klar. Mir muss sein Zimmer sauber. Du kannst doch am Stehen pissen. Hast du das Zimmer nicht gesehen? Ja, ich hab die Dinger nicht mehr. Ich muss erst wieder nachbestellen. Was? Was? Ich mein, die im Spiel. Ich glaub doch verletzt. Wie heißen die denn? Es gibt auch so ein Rollstuhl mit so Löchern. Ich hoffe, das passiert nicht, ne? Weil sonst... Wie? Warte. Einfach in die Wange pissen. Oh ja. Das sagt der Osamba immer. Osamba Wamba. Ich hab mich schon wieder verletzt, ne? Er passt wenigstens auf unseren Rasen auf. Pipilotta heißt das. Was heißt Pipilotta? Was? Pipilotta. Was ist das? Das hält man an sich da hin. Äh, ja, ne Mube. Blalalala. Blalalala. Was? 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 Bah! Puh! Chat ist... Ihr seid Ärgerer und ihr seid immer müde. Spür bei Gott, bald spiele ich hier Techno-Mucke ab während des Epis. Ja, Chat ist immer müde. Wir waren mal so cool. Wir hatten mal so einen richtigen Fußball-Stadion-Chat. Da haben alle mal gebrüllt. Und Lull gespammt und... Pockers in der Chatte und so. Hier macht man den übelsten Cringe. Man kriegt keine Reaktion. Das wird man botten. Stich in mein Herz. Hallo, Motherfucker. Dankeschön für den Prime im Elften. Musik. Ja, ja, ihr könnt doch du bloß bei euch behalten. Ihr habt mir weh getan. Ich verpetze euch bei Schwester Kush und bei Mila und bei Jess und Bagheera. Es war einmal, wir sind alt geworden. Ja, ja. Ausrede. Peter Klause, viel Spaß. Schlaf gut. Tschüss. Du sagst doch, du witzigen Spam. Und Mila ist nicht. Da kann ich hängt ja mit mir halt nur mit der Straße. Zockst du. Zockst du selber nebenbei. Was zockst du denn? Wo war? Wilder Vorkraft von mir? Hallo Michi, guten Tag. Ich bin so traurig. Ich mach mir erst mal ne Kerze an. Für die, an diejenigen, die nebenbei zocken. Was schwebt dir? Ich wette größtenteils BMW. Mach Bankheiß rein. Boah, würde ich gerne, Fabi. Aber dann ist hier richtig Spam des Todes, alter. Escape. Du spielst Escape vom Tarkov und hörst den nebenbei den Streamern? Musst du da nicht voll zuhören wegen Schritte und so? Das ist unsere Waschstraße, hands on. Hands on, car wash. Können die hier außen... Ja, okay, okay, okay. Das ist so ein Drive-In oder die fahren da durch? Ja, das ist ein automatischer Waschstraße. Aber ob die wohl aktuell ist? Ob die wohl aktuell ist? Da ist noch kein Waschstraße drin, also diese... Diese... Dinger da. Wir brauchen auf jeden Fall welche, die sagen, wo es reingeht, ne? Nicht, dass die alle hier vorne reinfahren. Wir haben doch ein Schild hier oben, guck mal. Ja, genau, dass die hinten reinfahren. Und die Müller-Tonne muss weg hier. Da oben, guck. Ah. Ne, hier oben ist ja richtig. Aber wir müssen eigentlich so Zäune nehmen, so, ne? Ja, der Typ vom Gewerbeamt hat mir gesagt, dieser Staatsarchitekt, für Gewerbe ist das viel, viel billiger. Wenn man hier ein paar Veränderungen machen will. Okay. Wenn der Herr kommt... Hat der eine Zahl gesagt? Ja, ich glaube komplett ausbauen, so 1,2 Millionen. Oho. Ach, easy. Dann müsst ihr mal alle zusammen sparen jetzt. Ja. Nö, ich besorg die Kohle. Ey, Memo, du hast zur Zeit nicht gesprochen. Mach dich keine Sorge, ich besorg die Kohle. In einem Büro habe ich die. Und wir brauchen ein bisschen Straßenkreide, damit wir den Plan hier drauf machen können. Wo was hingehört? Da vorne ist das Lager. Dann malen wir hier ins Zahn. Memo, da vorne ist das Lager. Wo ist das Lager? Die Tür da hinten? Mhm. Und hier vorne gibt's Handwäsche und Handjob. Da kann ich weiter mitmachen. Hier wird mit Hand gewaschen. Das hier arbeitet Steffi dann? Aber nur mit Bikini, ja? Macht euch keine Sorgen um das Geld, ich besorg das eine Woche. Ja, sonst können wir auch aushelfen. Nö, nö. Doch, natürlich. Und hier das Plakat muss denken, ne? Wir checkern den Jacks einfach aufs Feld. Warum? Nein, das Plakat bleibt erst lockt Kunden an. Okay. Aber wir verarschen die dann, oder was? Mhm. Was? Hier wird niemand verarschen. Nein, eine Wäsche kostet glaube ich 250 Dollar und da sind die 50% schon drauf. 300 Dollar. 300? Eigentlich kostet es 600. Ah, okay. Aber wir haben 50% Wucher. Wir sind aber auf Wucher, ne? Fürs Lächeln 2 Dollar. Der normal. Phil. Aber nur lächeln, wenn die komplette Zähne haben. Phil? Von Montag bis Donnerstag steht da. Oder liege ich falsch? Ah, hö. Wir sind noch in der Waschanlage. Genaue Zahnreich. Ich werde einfach alle verpassen für Kohle. Ist mir schlecht egal. Sollen sie rankommen? Ja, okay. Alles klar, wir warten hier. Ja, aber nur auf Detailing, also wirklich. Nö, nö. Sind noch hier. Okay. Komm mit, ich zeig euch das Büro. Alle Waschanlage drücken. Wir laufen hier rum. Trottel. Sagt man nicht. Sagt man nicht. Sagt man nicht schon. Hier ist das Büro, aber ich habe keinen Schlüssel. Und die Fensterscheibe kann man hoch machen. Das Rollo. Aha. Und hier kommt eine ganze Anlage rein. Mit Wushi-Washi. Wushi-Washi-Lappen und so. Denk dran, da ist auch ein großes Schild, wo die Preise draufstehen. Das muss weg. Manuel, das sind alte Preise. Okay. Das wird geändert. Hallo. Hast du deinen Laden jetzt? Was? Hast du deinen... Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Was zum Teufel? Wo kommst du denn her? Wo komm ich? Ich bin von... Von nach Hause. Warte. Ach du. Nein, noch ein... Also wir haben schon die Genehmigung. Cool. Und der Shop wurde auch schon genehmigt. Ja? Ja, der wird sich bald melden, aber... Mittags immer. Haben die auch. Das sehe ich uns zwei her, ne? Beim Waschen. Und die können drei Autos gleichzeitig gewaschen werden. Und der Autos hat schon Wurststraße. Reicht die? Und hinten auch noch welche. Und hinten auch zwei Stück mit Handwäsche. Aber wir... Wir beantragen staatliche Hilfe. Ja. Dann putzen wir aber Polizeiholos umsonst. Dann können wir auch klauen. Geil. Das ist schon Glück. Ja, beides durchkalkuliert. Polizei und Krankenwagen. Was denn? Wird das noch aufgemacht? Weiß nicht. Da können wir ja... So dass du von innen rauskommen kannst oder so? Da können wir ja so ein Bällebad machen für die kleinen Kinder. Oder ein... Ein Schwimmbecken nach römischer Art. Das gehört zu... Das gehört zu... Ach komm mit. Das gehört zu kleinen Werkstatt. Das gehört zu kleinen Werkstatt. Hier. Boah geil. Ach so ein kleiner... Ja so ein kleiner Mini-Werkstatt. Ja so ein kleiner Mini-Werkstatt. Eine kleine Mini-Werkstatt. Ein Camberlein. Für Ausbeulen und so. Ein Camberlein. Für Einschuss vielleicht ja. Für Kratzer. Guck mal da wird ein Camberlein. Was? Hey Mo hast du einen Schlaganfall? Nein. Hast du ja gut gelaunt oder was? Ey das ist perfekt für mich Schüler. Guck mal jetzt sind auch noch ganz viele Parkplätze da vorne. Da ist voll cool. Da wohnt denn da hinten? Also Chat ich glaub ich mach das wirklich. Ich glaub ich verpetz wirklich alle für Kohle. Damit wir das Ding ausbauen können. Ich glaub ich mach das. Alter was machen die denn Autos da man? Warum packen die Autos? Ich verpetz alle. Ich weiß nicht. Wir sind im Garten. Oh vielleicht wachsen da Autos. Das wird lustig. Sollen die doch alle sauer sein? Mir doch egal. Das kommt ja nicht raus, dass ich das... Sind die Autos reingeht? Hoffe ich. Wir haben die da geparkt. Wir haben die hier die Autos drin bekommen. Das ja mal. Ey. Was zum... Die sind da vorne durch. Ach da drüben, ja. Was zum Teufel. Wir müssen ja eigentlich hier durchgekommen sein. Okay ich hab ein Auto. Was zum... Was? Wie warte mal ist der Motor angewesen? Ja. Was? Was? Der auch. Da ist noch eins. Hä? Irgendwas stimmt hier nicht. Das... Das sieht nicht... Geht immer lieber weg von den Autos. Das ist nicht koscher. Nein, nein, nein. Lass uns von dir auf. Das hört sich ganz stark nach EMF5 an. Sehr kalt hier. Hehehehe. Pow. Ob Jacks da ne Karre vorne geklaut. Was ist das hier links? Ich mein alle anderen okayer. Scheiß auf die. Aber eigene Leute. Ja, er schafft doch einfach wieder RPs. Aber nix drin im Kofferraum leider. Ey du Penner. Was denn? Weißt du was? Das Pinladen ist da? Hinter uns. Wo? Ja. Der neben uns. Nö. Lass gucken gehen. Nicht dass die Parkplätze für den Laden sind. Nö. Das sind unsere. Die gehören jetzt uns ihr Penner. Mal gucken wie ich das mach. Ja das sieht nach keinem Laden aus. Okay. Alles verrammeln. Ha. Die Loser haben dicht gemacht. Welchen Shop... Welchen Shop... Ist dann da? Da vorne der. Na der hier auf der anderen Seite. Ja. Ja. Der ist cool. Ja. Wenn Körte stirbt, komm ich mit Big Peanut. Ja. So ein Haus. Was für eine MP-Geschichte. Ja dort verpetzt sich auch alles dann. Mal gucken. Ich spiele halt einfach Freestyle-MRP aus. Da sind Leute drin. Was für eine. Was ist unser Laden hier Penner. Die gehören zu uns. Das ist Jack und Johnny. Und Joko. Ne das geht nicht. Ne das geht nicht. Ja ja ja. Hallo. Willkommen im 24. Ähm. Johnny. Der Typ vom Gewerbeamt ne. Ja. Meinte das der Shop zu viele Waren hat. Wir müssen das aufteilen. Ja kein Thema. Dann nehmen wir die Duftbäume. Schoko. Ähm. Das Ticket selber. Ja. Das Ticket selber. Denn hier wollten wir ja sowieso selber haben. Ja. Die Duftbäume und die Tickets. Ja. Und dann. Da Popcorn da raus oder? Ja. Mach Popcorn raus. Ja Popcorn brauchen wir nicht. Wir haben eh kein Kino dran. Aber sag Popcorn. Das brauchen wir nicht. Ja wir müssen. Dann passt das doch. Du musst das dann. Ich glaube noch. Wir müssen noch mal neu was schreiben. Was kleines. Und das einreichen. Beim Bob. Warte ich gucken ob der da ist. Warst du ein Neuschreiben? Haben wir. Hast du was? Zwiebeln. Ne. Geht keiner. Was meinst du Neuschreiben? Nur die Warenliste. Ja die können wir doch einfach abändern. Ja. Dann streichen wir das eine da raus. Und dann passt das doch wieder. Der hat euch bestimmt schon angerufen. Ne. Aber der geht nicht am Handy. Ich habe keinen Anruf in Abwesenheit von dem. Dann rufe ich den jetzt ein paar mal an. Dass der sich bei mir meldet. Mich hat auch keiner angerufen. Hat einer von den United Leute heute schon mit euch gesprochen? Ne. Ja ich mit dem Shorty vor uns hab ich mich betroffen. Wann? 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 Wann war das Steffi? Halb 8. Ja. Okay der hat mich irgendwann um 1924 angerufen. Ich weiß nicht was der wollte. Ja ich denke mal das war das. Weil davor hat er doch nicht. Ries hat mich angerufen. Ja das ist wegen dem was ich erzählt hab ne. Egon. Ja das ist wegen dem was ich erzählt hab ne. Egon. Ja. Ach den mal guck wieviel die bieten. Ach den sie trinken. Ich bin grade in meinen Laden den ich genehmigt bekommen hab. Ach ja, Juni. Wir hatten die 24-7 in der Süd. Der Typ vom Gewerbeamt hat mir auch gesagt, dass dieser Startarchitekt dass das für Gewerbeumbau nicht so teuer ist, ne? Wie für Privat. Okay, das ist gut. Das brauchen wir Geld. Dann können wir ja einen Tunnel von hier bis zum Junkie Park machen. Dann ist das immer noch von der Gewerbe und nicht von Privat. Das ist voll die gute Idee. Jack ist ein Imposter, der ist im Venn verschwunden. Boah, steh mal vor. Ich hab hier gegenüber von der Waschstraße in der Süden hab ich den. Und hier kommt Shisha-Ball, ne? Und Candy Shop. Ja, unten. Müssen halt ausbauen. Boah, voll geil, der kommt West-Halt-Verbot. Können wir dann auch Shisha-Bar-Verbot verteilen? Na klar. Geil. Will jemand rum? Ja, ich bin auch sofort mahnen. Willst du rum machen oder rum machen? Ne, verschenken. Ja? Boah, ich will hier chillen, ne? Mit Shisha-Mesha, dies, das. Willst du rum machen, verschenken? Oder ich mach dir den besten Kopf, den du in die Ehe geraucht hast, Alter. Ja? Ist die Kellertreppe da drin? Oh, Memo. Boah, Bruder, ich glaube nicht. Er hat da eine Kutte an von uns. Ich glaube, du kannst dir da gut helfen. Oh, Memo. Er hat da eine Kutte an. Was für eine Kutte? Was für eine Kutte meiner? Die Kutte aus dem Wichser. Er ist ganz auf der Nusskasten, Junge. Oh, hier ist ja nur eine Tür. Hier geht's bestimmt zum Keller. Warum machst du die Flasche kaputt? Das war ein Abgelaufene. Kann ich mir einen Dönert nehmen? Junge, wer dein Nicknar weiter? Kann ich mir einen Dönert nehmen? Nimm doch. Aber ihr verkauft keiner. Kommt hier die Treppe nach unten? Ich glaube, hier ist der Keller. Geil. Eine Kellertreppe zur Shisha-Bahn. Wer spielt mir meine Pausenbote? Deine Mutter. Ey, 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 ey. Mach dir das nicht? Was? Warum bist du nicht auf der Hochzeit? Ja. Was für eine Hochzeit? Wer bist denn du überhaupt? Wer bist du? Was wäre denn ich? Wer bist du? Ich bin Köln, das ist ja Salame. Okay. Ich bin tiefgehe. Kau. Tach, tach, tach. Ey. Ey. Der Ries von den Yardis hat ja die Anteile hier gekauft. Okay. Ja. Ein Million Dollar. Aus der Truhe. Ja, ich guck mal, ich bin nicht. Ja, doch. Doch, ey, genau. Wir suchen Investoren. Und dann zahlen wir die in zwei Wochen was aus und dann bekommen die G-Nix mehr. Ich will doch ein Bild machen. Aber würdest du die Yardis verarschen? Na klar. Scheiße, wo die Yardis. Wir müssen übrigens fast 9% Steuern zahlen im Monat, ne? Auf das, was wir komplett verdienen. Ja. Das ist voll viel. Das ist echt viel. Ich kümmere mich um die Intention, macht dir keinen Kopf. Aber wir besorgen uns jemanden, der unsere Bücher frisiert. Damit wir Steuern zahlen machen können. Ja. Steffi, ich bin guter. Bücher frisiert. Aber das Ding ist halt, so kommt er einmal raus, dann will den Laden los, ne? Okay, dann sind wir ja ganz, ganz normale Bürger. Jetzt zahlen wir halt 9%. Aber wir können Investoren suchen. In erster Linie können wir das Ding auch richtig gut nutzen für Lager und so weiter. Johnny, was kann man eigentlich dabei hosten mit Dretzmann in seine Werkstatt? Ich habe die Nummer von dem Chef da gekriegt. Ich habe gehört, dass dieser Wisch, den der Dretzmann hatte, wohl eigentlich ein Scheißwert ist. Weil er ganz, ganz blöd nur geschrieben ist und so. Also eigentlich ist das, was der da hat, irgendwie wohl nichts wert. Okay, pass auf. Ich habe eine Idee. Ja. Der hat Finn oder Bademeister mich gestern angerufen. Und ich wusste gar nicht, dass unter der Werkstatt von Dretzmann die Werkstatt von den 187er ist. Ja, ist. Und ich glaube, das ist im Logan sein Interesse, wenn die Werkstatt da oben zumacht, ne? Oder da keiner mehr hingeht. Weil die sind da gemeinander. Ja, schon. Aber wir haben da jemanden, und das ist der Chefmitarbeiter, nicht Chef, sondern der ist unterm Chef, der kümmert sich um die ganzen Mitarbeiter. Der macht uns Autos für die, die nicht angemeldet sind und so einen Scheiß, ne? Also der hat uns schon aus Patsche geholfen. Ja, weil das gehört Dretzmann. Wir wollen Geld haben. Der hat mir ja die Nummer gegeben von dem richtigen Chef. Die sollen Schutzgeld zahlen. Aber der richtige Chef ist leider nicht immer da. Und der ist ganz, ganz selten nur draußen. Und das ist das Problem. Der hat sie im Schutzgeld zahlen. Oder nicht. Wie sollen die denn an Schutzgeld rankommen? Oder wie sollen die an das Geld rankommen, wenn der Chef nur das Kaffee da ist? Indem der eine Typ sich bar bezahlen lässt. Zwei, dreimal. Die sollen 50.000 die Woche abdrücken. Eine Lackierung kostet 13.000 Dollar. Da macht er fünf Autos auf schwarz. Ich bin so schlau, ne? Ach, hier kann man nichts kaufen. Wie gesagt, ich finde das nicht so schlau. Ich würde das nicht machen, weil, wie gesagt, das sind Jute und die haben uns schon geholfen. Aber vielleicht zahl der Logen mehr. Oder kann uns mehr helfen. Dann soll der uns erstmal ein Angebot geben. Vorher mache ich da gar nichts. Soll ich den mal callen auf seinem Cellphone? Das Problem ist, die Werkstatt ist die einzige, die LKWs lackieren darf, ne? Ja, eben. Ja, umso besser. Ja. Vielleicht kann Logen das an sich reißen. Nein. Vielleicht kann der das komplett übernehmen. Aufkaufen. Nein. Ich glaube nicht. Also, du kannst es gerne probieren, aber ich glaube nicht. Wie, warte mal, die lackieren LKWs, die so ein Geld zahlen, sonst gehe ich da hin. Weißt du, was das Ding ist? Das ist die einzige Werkstatt, die so groß ist, dass da überhaupt ein LKW reinpasst. Der Hund ist doch nicht unser Problem. Lack, das ist von Dretzmann. Dretzmann ist einer von uns. Und einen von uns behandelt keiner wie den Hund. Ja, hast du Dretzmann mal gesehen? Ja, der ist ein Haiti-Urlo. Ja. Oder, keine Ahnung, Aserbaidschan. Keine Ahnung, wo der jetzt wieder rumtreibt. Aber trotzdem gehört denen das zur Hälfte. Wie gesagt, ich würde erstmal auf den Dretzmann warten. Der soll uns den Wisch geben und dann können wir immer noch dahin. Ja, aber kommen wir nicht mit Anwalt und so. Was für ein Anwalt, Mann? Lack, ich bin jetzt der Boss hier. Was machst du? Was? Komm zu. Okay, tut mir leid. Ähm, 21.30 Uhr ist die Ding jetzt da, die, wie heißt die? Party? Ja, die Hochzeit, ne? Zur Party. Ja, aber ich gehe da nicht hin. Nein? Ich will keine Musik hören. Mein Ohren tun weh. Soll aber auch eine ruhige Stelle geben, ne? Ja, dann zeigt mir erstmal die ruhige Stelle. Ja, wir gehen da hin und dann gucken wir. Okay. Was ist denn jetzt mit der BOM? Ja, das Ding ist halt so, ich weiß nicht, waren die anderen heute schon mal unterwegs wieder? Bademeister und so? Ja. Äh, kann man nur reden? Keiner, keiner angetroffen hat. Ich rufe den mal eben kurz ab, warte mal eben. Ja, wir haben mit dem Maxis hier redet. Was geht ab, Liede, Sausage? Die kam da ran. Was machst du? Wer bist denn du hier mit dem orangenen T-Shirt? Hey, 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 jetzt reicht's mir aber. Das T-Cake, oder? Ach, Tiefkultur. Jetzt reicht's. Beleidige mich. Ich kann euch nicht auseinanderhalten, ihr seid alle der Serben-Panner. Beleidige nicht die Kutte. Lack, ich bin die Radio-G. Ja, für die Liebe, du war meiner. Was brützt denn ihr so rum? Ey, tut mir leid. Okay, kein Problem. Boah, ich freu mich für eine legale Arbeit, ne? Keine Geldsinnahme mehr. Boah, Curtis, ich will die Werkstatt da hinten drin. Ja, wir müssen, wir brauchen Geld dafür. Ja, ich hol das Geld, wie viel brauchst du? Ja, wir brauchen locker. Um alles komplett auszubauen, locker, drei, vier Millionen. Ja, ist doch easy. Mindestens. Du. Aber da ist eine kleine Werkstatt, da wird nur repariert, ne? Ja. Nur ausgebaut. Und vielleicht abgeschleppt dahin. Ja. Lackstück brauchst du. Nur, die haben keine Lackierkabine. Nur Lackstück. Für Kratzer. Also. Filly und so, die waren heute auf der Route. Haben Drifts da getroffen. Die Drifts meinten, die sind von der BOM. Danach haben die die Maxis angerufen. Die Maxis kamen da hin. Dann hat der Filly gesagt, hey, wir sind vom Junkie Park und so. Die BOM hat hier nichts mehr zu suchen. Die sind hier raus und so ein Scheiß. Und die Maxis meinten, ja, nee, davon wissen wir gar nichts und so ein Scheiß. Wie gesagt, die BOM ist da irgendwie noch drin. Und, und, und. Die haben denen nichts gesagt, obwohl die bei denen pennen und so ein Scheiß. Also, Fazit daraus. Hat der Typ das gestern nicht weitergegeben? Hat der Typ nicht weitergegeben? Also kriegen die einen aufs Maul. Oh, ja, Alter. Oh, ich verrufst. Ja, aber vielleicht hat der dem mittlerweile das weitergegeben. Ich wäre dafür, dass man denen vielleicht vier, fünf Tage Zeit gibt. Nein, Mann. Wer bist du überhaupt? Der Tiefkühl. Halt die Schnauze. Ruhe. Lass mich. Ich rede. Dr. Geil, den Rand jetzt. Wir geben den an über den Deckel. Damit die merken, dass wir das ernst meinen. Wir machen kein Larifari. Also wollt ihr heute Stress machen? Ja. Aber nur gegen BOM? Ja. Und was sollen die sich wieder verstecken oben? Dann sollen die sich verstecken. Dann willst du da hin? Die werden sehr wahrscheinlich zur Hochzeit kommen. Dann willst du dich auf der Hochzeit bergbaren? Ja. Eine schöne Überraschung, finde ich nicht. Ist sowieso mit United schon abgeklärt, ne? Achso, die wissen davon. Ja klar, die wollen das doch. Die haben gesagt, geil, Bluthochzeit. Die wollen auf ihre eigenen Hochzeiten. Ja. Oh mein Gott. Die freuen sich darüber, weil die die selber am Boden liegen sehen. Weil die BOM versucht, die United aus dem Business rauszudringen. Und wollten die mit irgendjemand anders ersetzen. Ja, wahrscheinlich mit Drips. Ja. Gehe ich auch von aus. Ja. Ja. Besorgt euch, ey. Besorgt euch alle mal Affenmasken. Komm, oder? Ich hab genug einen. Ich hab genug einen. Komm, oder hab ich vollgemacht. Okay, dann brauche ich einen. Sehr gut, sehr gut. Wo steht der? Willst du da mit Masken hingehen? Hä? Ja, die haben auf jeden Fall ne Tasche. Wer hat ne Tasche? Die Maske. Die nehmen wir mit. In ne Tasche. Achso. 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 Ja, dann muss ich gleich einen rausnehmen. Ja, ja, mach auch einen. Machen sie das. Aber ich bin Yadi, OG. Ja, ja. Was soll eigentlich diese orangene Fleck und die Hose? Ich versteh das nicht. Was? Mach dir jetzt einen aus Gang. Nein. Ja, warum tragt ihr denn so Hosen? Wir sind Freunde. Wir machen Spaß an. Das ist ein bisschen Verwirrungstaktik. Achso. Weil ich bekenn keine Farbe. Ich bin ein Mensch of Color. Mh, deswegen sagst du mir gerade, du bist der OG von Yadis. Ja, aber das mach ich nur, um die zu ärgern. Ne, die sagen das aber auch. Ja, weil die dumm sind. Ist unser OG bei euch? Ich dachte, ne. Die haben das auch schon akzeptiert. Cool. Ja, schnell. Und wo ist die Party? Und die Glala? Ne. Ne, da im Hotel. In der Westseite. In der Westseite. Genau. West-Taping. Was für ein Hotel? Westseitchen. Das ist ein komisches Hotel. War der Tankstelle da in der Nähe? Gegenüber vom Parkhaus. Das ist ein Hotel? Ach, über der Tankstelle, glaube ich, ne? Ja, Parkhaus 2020. Kriegen wir das hin, dass wir alle mal von uns zusammen rufen können. Dann ein Goofli. Ich glaube, wir sind gerade was zu tun. Wir haben gerade Jacks zwischen. In der Fleischfabrik. Der tut wieder. Will ich wissen, warum? Wie lange habt ihr da noch? Wie, die haben die einen Jacks eingepackt? Schon wieder? Der Arme. Naja, der schlendert hier rum, kauft sich teure Autos. Und dann sagt er, ne, ich gehe nicht arbeiten. Vielleicht macht der Schulden. Naja, den Jubilä hat er auch Schulden gemacht. Ja, richtig. Der Arme, ja. Der hat nicht mal die Fahrzeugpapiere dafür. Popcorn. Ja, dann hast du einen Park. Ja, ja, ab zu Park. Park. Ja, der ist plus 15. Mach's nicht. Schmeckt's. Boah, sie sieht voll gefärblich aus. Ja, ja. Das sehe ich genauso. Ich kriege unter der Maske keine Luft. Dann macht ihr ein Loch so rein vorne. So ein Zigarettenlöschen. Das ist gut. Halt die Klappe. Ich war halt auf der Highschool, crazy. Ja. Stimmt, zur Highschool wollten wir auch nochmal wieder Sport machen. Alleine. Der Arme schafft es nicht, für mich zu sorgen. Nee. Sorgt für mich selber jetzt. Und du laufst zurück jetzt, oder was? Noxalos, Dankeschön für den Muis am 23. Hallo zurück. Und Elise Sausage, Dankeschön für den Giftezapper und Mrs. Löffli. Hab die aber gar nicht verdient. Die hat mich bei Dexos gebannt. Weil ich bankheißsüchtig war. und den Caps geschrieben hab. Und aus BlockTV, Dankeschön für den Muis am 4. Chad, warum seid ihr so müde heute? Heute ist Friday. Mhm. Der hat mich gebannt. Der hat mein Herz weh getan. Hast du klappt gut dabei? Ich bin auch jetzt müde, aber ich riet trotzdem die ganze Zeit. Bist du schon fahren, wenn du klappst? Piu, 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 piu. Fuck, Aimbot. Scheiße. Aimbot klemmt. Oh nein. Ich bin nur konzentriert am trainen. Was machst du? Daytraining? Warum bist du so wach? Weiß nicht. Soll ich lieber ruhig sein? Ja, Wetter macht echt müde. Todes, todes, ekelhaft. Yeboi! Hallo Martini. Und Zengi.de, dankeschön für den Prime-Sub und herzlich willkommen. Bin Team Fortress 2 am Reinschwitzen. Ich bin fit, Yeeias, Niki, Yeeias. Hallo Steini, guten Abend. Ich hasse diese Jahre Zeit, aber es ist immer so kaputt. Es ist halt so Winterdepression, ne? Sonne fehlt, Vitamin-D-Mangel dann. Ich wollte letztes Mal ein bisschen dagegen wirken und heiße Zitrone trinken, aber ich konnte das nicht trinken. Das ist ekelhaft. Ich mag den Winter eigentlich auch, Unicorn, aber... Weiß nicht. Man muss einen Ausgleich finden dafür. Ich glaube, mehr spazieren gehen und alles. Bin auch fit. Frost Mage levelet sich nicht von alleine. Mit ganz viel Honig. Honig hatte ich nicht drin. Ich habe den so getrunken, mit ein bisschen Zucker. Aber das war mir zu sauer. Äh, Kiebert, wir haben... Keiner, wir gehen gleich auf so eine Hochzeitsparty. Und wenn da welche sind, dann gibt es irgendwie Stress, irgendwie so. Ne, ist nix, kenne ich nicht. War doch den ganzen Tag sonnig heute, aber nicht bei mir. Mehr Zucker dann. Ja, beim nächsten Mal. Ja, Still Arise, das Wetter an sich ist ja nicht schlimm. Nur, nur, dass die Sonne halt... ...so früh untergeht und alles. Wieso Stress? Immer P-Stress. Hast du schon die Toiletten angesehen, was die gemacht haben? Nein, habe ich schon nicht. Guck mal rein. Ich pinkele immer ins Waschbecken. Ne, guck mal hier. Die erste Toilette. Was sucht denn der Fuß da drin? Da ist doch ein Fuß drin. Ist da ein Stinkerrocker im Klo? Im zweiten Klo wohnt der Memo jetzt. Ey, was ist? In der zweiten Toilette wohnt Memo jetzt. Hört ihr meine Kunden den Tränke zaubern? Nicht die zweite von rechts. Nein, die dritte. Die zweite von links, ja. Da hier wohnt Memo. Da ist... Oh, schluss in der Toilette. Finger weg bitte von meinem Bett. Ne, da schlafe ich jetzt. Wo ist denn der Fuß eigentlich? Im ersten Klo. Raus aus meinem Bett. Soll ich mal die Polizei? Ich ruf mal die Polizei. Warum? Weil da ein Fuß im Toilette. Da ist ein Stinkerrocker drin in der Toilette, ne? Was ist da drin? Das ist ein Fuß drin in der Toilette. Das war der eine, der frech war. Alle, die ihr wisst? Haben sie den Jacks den Fuß abgehakt, oder? Das war der eine an der Tankstelle, der wurde frech. Schau mal, ich schau mal. Was? Hä? Da ist ein Stinkerrocker drin. Da ist ein Fuß im Klo. Was für ein Fuß? Da siehst du nicht den Fuß. Ah! Was macht denn da ein Fuß drin? Ja, keine Ahnung. Da ist ein Stinkerrocker. Mal gucken, da ist die Kutte. Ich muss pippen. Lass mich raus hier. Ich muss pippen. Geh weg von der Tür. Ach, du nimmst jetzt zu. Da pisst dich lang. Ich schwör, ich dreht gleich, ne? Ich schwörst dich auch nicht. Du restliche Kuh. Sag mal. Ist das Trinkwasser? Ja, trink mal. Kommt das vom Quellwasser da so? Ja, das ist... Du, 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 du. Du, 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 du. Ein Pflush. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, du, du. Langsam wird es unangenehm. Leitstelle des NSPD, Papst mein Name, was kann ich für Sie tun? Hallo Papst, hier ist Kaldus. Hi. Ich habe mal eine Frage. Bitte. Wenn man eine Leiche findet oder Teile von einer Leiche, muss man das doch auf Polizei melden, ne? Ja. Hier bei uns am Park, hier sind Toiletten und in einer Toilette ist ein abgetrennter Fuß drin. Was? Ja. Das ist kein Witz. Wo? Am Junkiepark, gegenüber der von der Polizei-Verwahrstelle. Am Junkiepark? Ja. Und da ist eine... Da ist ein abgetrennter Fuß drin. Eine Toilette. Okay. Vielleicht sollte sich das mal jemand von der Gerichtsmedizin angucken. Ja, ich schicke gleich die Medics hin. Okay. Und dann können die sich drum kümmern. Okay. Dankeschön. Jo, tschüssi. Gleich kommt ein Krankenwagen, der guckt sich den Fuß an. Oder ich muss da Pipi. Ja, pinkel drauf. Nein, mach nicht, sonst ist deine Dehner da dran. Was? Sonst ist deine Dehner da dran. Ja, dann mach ich ins Waschbecken. Okay. Nur gucken. Ich mag die PO-Märzballerei. Ach. Ich, ich... Was? Ich grüße. Grüße. Ach, tach. Nee. Ach, tach. Cyrus. Ja. Frisch. Warst du das mit dem Fuß? Ich find Fuß. Ja, geh mal da in die Toilette rein. Nee, geh mal nicht gucken. Die zweite von rechts. Nee, die erste. Die erste, ja. Ja. Der ist doch gerade am Pippen. Der macht keinen Pipi. Ja, da ist doch gerade einer drin. Liga, Alter. Ich wollte ja verarschen, Alter. Das ist doch die Scheiße. Hä? Du musst warten, bis er rauskommt. Nein, der ist gerade Pipi machen. Ach so. Ich dachte, ihr habt dich deswegen reingeschickt. Nein, nein. Da ist ein Fuß im Klo. Beim Würfelpark ist auch alles weg, ne? Was ist da weg? Die ganze Bänke und alles. Alles weg. Vielleicht haben wieder so asoziale Sang-West dagegen getreten. Die Cousins und so. Ich glaub, da kenn ich ein paar. Au. Au. Wann fahren wir los? Wollte ich gerade aufhören. Wir warten auf Philly und so, ne? Haben die, hast du die erreicht? Was machen die jetzt wieder mit dem Jacks da drin? Die beiden 10 Minuten oder so. Okay. Was machen die jetzt wieder mit dem? Die geben dem Ultimatum. Was für ein Ultimatum? Bis wann der das Geld oder die Joint bringt. Hat der Schulden bei uns? Ja. Wie viel? Entweder 250.000 oder 550.000. Hä, aber der fährt doch jedes Mal ein neues Auto. Ja, damit macht er ja auch. Hat er immer noch so die Schulden? Ja, aber der hat sich wieder Schulden gemacht damit. Der hat sich ein Jugular gekauft, beziehungsweise angekauft. Hat noch nicht mal die Fahrzeugpapiere, weil er die Schulden abbezahlen muss. Aber zuerst kommen unsere Schulden. Sonst nebenbei dem seinen Auto. Der hat doch so ein Dings, ne? Allergy. Retro-Custom. Na ja, ab und zu hat er ihn. Der steht beim Ali. Der steht beim Ali. Wie viel voll ist die Karre? 80 vielleicht. Ja, als Anzahlung. Ich würde den gern fahren. Du fahrst. Du fahrst. Was du dann durch vermisst? Ja klar. Boah, wie lange ist der pinkeln? Der Pipi-Mann. Aber ich muss auch pipi. Ich gehe beim Memo pinkeln. Ich gehe beim Memo zu Hause pinkeln. Ey, könntest du aber bitte nicht packen. Nein, du hast gar kein Klo. Lass es dich hier gemütlich schlafen? War schon bequem, ja? Was hält er wohl mit den Taschentüchern vor? Vielleicht Nase putzen. Jetzt bist du erledigt. Was machst du mit den Taschentüchern, Memo? Weißt du, du weißt ja, ich bin zur Zeit alleine. Ja. Und deswegen auch die Bong, weißt du? Nee. Komm schon. Mach nicht so. Du hast ja nicht mal ein Klo. Hauptsache ein Kondom-Automat. Sag das niemandem so. Okay. Ich habe zu denen gesagt, das ist ein Kaugummi-Automat. Boah. Was ist auf der anderen Seite? Da habe ich meine Fahrräder versteckt, Komet. Fahrräder? Ja, meine BMX-Bikes, die kaputt gegangen sind. Hä? Hier. Boah, da ist jemand drin. Wer? Ich weiß nicht, Bruder, da ist was. Wer bist du? Boah, der John ist hier im Park. Boah, John, du Ickenhaft, Alter. Stinkt voll in der Spargel. Hier habe ich meine Fahrräder reingemacht. Ich wollte, dass du die Toilette runterspülen. Hat nicht funktioniert. Hallo, Benmi. Hallo, Lambeck. Christi, danke für den Reset 15. Und Recliffe, danke für den Reset 19. Was machst du da? Was denn? Hallo. Und hier gucke ich immer meine Serien. Und meine Filme. Hier empfiehlt Mila mich nicht. Guck. Das ist deine Bierflaschen. Ja, aber das ist Fanta drin. Der Fernseher ist auch cool. Mhm, damit kriege ich jeden Nachrichten senden rein. Aber hier ist nichts, oder? Hier vorne. Was soll denn hier sein? Warum macht der einen Haufen Schulden und will da nicht arbeiten? Ja, weil der... Oder wieder nicht. Habt ihr noch nicht bemerkt, dass der Typ komplett dumm in der Bühne ist? So leid es mir tut. Aber der hat voll den Schatten neben sich. Ich frage mich, wie er es schafft, so viel Schuld zu machen. Wer gibt der denn denn das Zeug? Jeff K., der ist vorhin die ganze Zeit fünf Minuten lang in den Baum gerannt. Ich hab's gesehen, aber wer gibt dem denn den ganzen Scheiß, dass er so viel Schulden machen kann? Irgendwelche Duden. Ich weiß nicht, wer dümmer ist. Anscheinend hat er mit den Graffitis nicht geklappt, Jeff. Naja, der legt ja heute irgendwo auf, ne? Dann kriegt er wieder ein bisschen Geld. Eigentlich müssten wir den vom DJ-Pult wegboxen. Galaxy legt er auf. Ah, okay. Da erst recht. Nee, tiki-lala. Tiki-lala? Was denn jetzt? Ich dachte, der lädt bald die Party da auf. Nee, nee, tiki-lala legt da weg auf. Eben gehört das Tiki-lala eigentlich jetzt. Boah, ich glaub, das gehört. Mir nicht. Mir auch nicht. Oh, mir wurde es letztens gesammert gescheißen. Dir gehört das, Steffi? Nee. Hm, schade. Wann kommen denn die Mediziner? Ja, die waren doch eben erst hier. Ja, ja. Die wollten den Fuß holen aus dem Klo. Tja, gut. Wie lange liegt der schon da drin? Wer liegt wo lange drin? Der Fuß im Klo. Seit heute Mittag würde ich sagen. Also, der hat noch geschnittene Fußnägel. Der ist nur ganz frisch. Ach, die wachsen weiter, ne? Ja. Die hast du doch abgeklappert. Fußnägel wachsen weiter. Echt jetzt? Und Haare auch. Haare auch. Wo? Hä, aber warte, nein. Doch. Wo, oder nur ein Fuß ist? Guck doch im Forensikbuch. Nein, nein. Ja, wenn da nur ein Fuß ist, dann wächst er doch nicht weiter. Na klar. Die wachsen nicht weiter. Hühner laufen noch ohne Kopf noch weiter. Ja, ha. Ist das? Bartmeister, Film und Max. Die Scheibe sind zugetänt. Getuned. Tach. Haar. Tach. Äh, Tach. Fehlt da noch einer? Fehlt da noch einer? Ja, Finn. Ja, Finn, der setzt. Haben wir noch Massagen. Okay, hört mir mal zu. Ähm, da die Spackkosten das nicht weitergeleitet haben, das die jetzt raus sind, ähm, setzen wir heute mal ein Zeichen. Habt ihr mich verstanden? Ja. Wir helfen da ein bisschen. Geh mal ein bisschen nach. Und wie willst du ein Zeichen setzen, wenn die da nicht maskiert sind? Woher willst du wissen, wer dazu gehört? Die werden bestimmt weiße Sachen tragen. Ja, aber, mhm. Oder die, wir kriegen da bestimmt so hin, dass die United die in irgendeine Ecke lockt, sag ich mal. So, holen wir deine Jungen zusammen, wir müssen doch mal mit euch reden oder so. Dann gehen die in eine Ecke und dann kommen wir. Da kriegt man bestimmt irgendwas geregelt. Ähm. Genau. Dann setzen wir ein Zeichen und geben da mal ein bisschen Nachdruck. Damit ihr checkt, wann das das Ernst ist, was wir gesagt haben. In meinen Augen vergisst du viel zu viel. Oder mit wem hast du gestern gesprochen? Hä? Mit wem von denen hast du gestern geregelt? Was weiß ich? Irgendeiner von denen. Ja, woher willst du wissen, ob der überhaupt dazu gehört oder ob der... Der hat dazu gehört. So schwierig hier halt. Der hat dazu gehört. Zu eine Million Prozent. Und was ist, wenn der das gerade weitergegeben hat? Nicht vorhin jetzt gerade? Die waren gestern zu viert oder so. Der hatte genug Zeit, weiterzugeben. Plus hat er bei den Maxis geschlafen. Und die Maxis wussten heute immer noch nichts davon. Ja. Vielleicht sagen die Maxis auch nur, die wussten. Ja, vielleicht lügen die. Ja, aber dann... Ja, dann ist das nicht unser Problem. Richtig. Ja, aber deshalb rumschuten auf Nordseid. Ich hab ein Messer dabei. Musst du nicht schießen. Ich schieße dich auch auf der Hauptseid um. Ist mir scheißegal. Wenn die Maxis gelogen haben, kriegen die auch eine Packung. Richtig. Und das Ding ist, du hast gesagt, wir sollen die... Wir wollen die... Wir wollen die Route nehmen. Richtig? Und dieses Geschäft ist nun mal so dreckig. Ja, okay. Wir machen... Wir machen kein Ajak. Was? Hat er juckt die Presse oder was? Boah, das war voll der Krasse. Ich kenne... Also ich bin ganz ehrlich, die tun mir ein bisschen leid. Nein, aber nur ein bisschen. Jetzt hast du Gewissensbisse oder was? Ich hab schon lange keine Gewissensbisse mehr. Ja, also... Aber das sind halt Trottel. Ja, das ist mir doch egal. Das ist so, als würdest du im Kindergarten rinnen und kleinen Menschen fahren. Dann sollen die sich nicht so benehmen, Bruder. Ja, aber die kleinen Menschen wollen eine Route für sich beanspruchen. Manchmal sind Kinder, nicht kleine Menschen. Die verstecken sich, bevor wir überhaupt Ärger mit denen hatten, verstecken die sich irgendwo im Hafengebiet da unten. Nicht Hafengebiet. Da in diesem reichen Viertel und so. Ja, und die kommen... Dann schlafen die bei irgendwelchen Typen zu Hause. Kommen die irgendwie hin und versuchen die rumzüberladen oder Leute hochzunehmen. Ja, aber du darfst nicht vergessen, weshalb, ne? Vergiss das nicht. Ja, vergisst du nicht, weshalb die gekommen sind. Ja, ist mir scheißegal. Ja, dann ist es wieder egal. Die sind gekommen wegen dem Zipf von den Maxis. Ja. Ja, aber wir wissen, dass sie vorher da waren. Ja, aber das wissen die nicht. Und die Maxis erst recht nicht. Mir ist egal. Ich bin ne Ball. Da haben die Maxis Augen von oben im Norden bis hier unten in die Stadt. Vielleicht haben die Fernglas. Ja, glaube ich auch. Schleiper. Dicke Luper. Und die Maxis haben selber gesagt, dass es dann keine Stadtmenschen. Die sind hier so gering wie möglich. Die tragen auch Schal. Aber waren die nicht auch hier, mein Drei-Auto? Das sind Familienväter. Ja, die waren ganz kurz hier von einem Land, glaube ich. Die haben geguckt, wer hier ist. Die haben mich da ausgefragt, Phil. Ja. Mit 13 Leuten. Achso, auch nochmal. Die haben die dich gefragt haben. Erzähl mal. Die haben mich gefragt, ob wir ne Gruppierung sind, ob wir als Gruppierung handeln. Was ist denn ne Gruppierung? Ich sag, wir wohnen hier. Und dann hat... Ich sag, wir handeln sie als Gruppierung. Dann gehen wir da als Gruppe hin. Aber ansonsten... Wie der Macmillan vorhin. Agiert ihr als Gruppierung? Aktiv oder passiv? Habt ihr ne Fleck? Wenn wir so was auf ihr im Gesicht haben. Ich sag, Trockentücher haben wir nicht. Wartet mal ganz kurz noch, bevor jetzt... Lass mal ne Fleck hier aufstellen. Für euch zur Info. Der Jax, der hat noch bis nächsten Freitag Zeit um 21 Uhr seine Schulden zu bezahlen. Wir haben mit seiner Fahrzeugpapiere. Wenn er die bis dahin nicht bezahlt hat, haben wir seine Fahrzeuge und wir machen den Kopf kürzer. Wie viel muss er... Wie kam es dazu, dass er Schulden hat? Weil der Hops genommen wurde? Weil der Hops genommen wurde und die Dreistigkeit besitzt, anstatt seine Schulden zu bezahlen, sich ein Auto auf Cookie zu holen. Er hat sich einen Jugular gekauft. Ja, Bruder, wie viel... Und den Jugular, den konnte er noch nicht mal fertig abbezahlen, die 130.000. Der konnte nur 100.000 anzahlen. Warum macht er sich Schulden wegen dem Auto, wenn er noch Schulden hat? Ja, weil er dumm ist. Er hat jetzt 280.000 Dollar Schulden bei uns. Bis nächsten Freitag hat er Zeit. Glaub mir, der Mutter kann der die. Glaub mir. Der hat die Monsch. Der rufst ihm eine Stunde an, Bruder. Der rennt mit Rasen mehr auf Erdbefeld. Der letzte 150.000 hat er in zwei Tagen gemacht. Glaub mir, hast du nicht spätestens Dienstag, hat er das Geld. Glaubst du mir? Es sei egal, er hat die Erdbefeld drunter. Was für Autos haben... Was für Papiere haben wir jetzt? LG und Jugular. Ich dachte, er hätte die nicht, die Papiere von Jugular. Die Jugular-Papiere haben wir gerade geholt bei Circle Cups. Ah, okay. Na ja, die kriegen wir noch nach. Ach so, habt ihr ausgelöst, die 30.000? Ja, haben wir. Warum hat der jetzt 280.000? Entschuldigung. Nochmal 30.000 mehr. Die hat er ja so oder so gehabt, nur hat er die jetzt bei uns statt bei Zürich. Armer Jacks. Ja, dummer Jacks. Jetzt tut er dir leid, ne? Soll ich dir noch eine witzige Geschichte erzählen? Der macht jetzt gleich einen DJ-Job auf der Hochzeit, ne? Ja. Da hab ich gefragt, was er dafür kriegt. Da sagt er, er hat den nicht ausgemacht. Die bezahlen den so, wie die jede Bock drauf haben. Das heißt, wir könnten auch hingehen und dem sagen, ja, du hast ja Essen, Trinken frei gehabt. Okay, können wir nicht für die ganze Scheiße, die wir machen, wenigstens auch mal was Gutes tun? Nachdem er seine Schulden bezahlt hat, auf den Aufpassen? Nachdem er seine Schulden bezahlt hat, hab ich ihm gesagt, das hat wie ein Neuanfang. Können wir nicht auf den Aufpassen? Ich hab eben das Gefühl, dass er da dem verarschen will. Was kann ich für die Stolik? Ich hab's echt versucht, Curtis, ne? Ich hab's ihm so oft versucht. Ja, ja, die Fahrzeugpapiere, die holen wir uns nachher ab, wenn der Geschäftsführer da ist. Dann können wir noch mal zum Friseur. Ich bin in den Knast gefahren und hab den ausgelöst, damit er rauskommt. Was soll ich denn noch mal? Ja, Hauptsache, vielleicht darf ich auch den Aufpassen ein bisschen mitnehmen. Das ist kein anderer, ich glaube... Nächste Woche Freitag abends um 9.21 Uhr. Ich habe das Gefühl, dass alle den verarschen. Aber warum denn? Weiß nicht, vielleicht wollen die den als Fluchtwagenfahrer. Ich habe doch auch keine Ahnung. Ich muss nur wissen, was du machen willst. Was Arbeit angeht, auf dem Feld habe ich gar keinen Plan von. Ach, der Bruder, der München. Der Flöchen ist voll der nette Kerl. Auf jedem Server ist irgendwas so. Entweder sind ein 13-Jähriger, der mit Voice Changer am RP so tut, als wäre seine Freundin, damit er ihm Autos kauft und so. Ich habe das Gefühl, jeder will den irgendwie verarschen, den armen Kerl. Aber so richtig. Nicht so wie bei uns, auf lustige Art und Weise, dass wir sagen, ja komm, häng hier ab und so und mach RP mit uns, Deal, ein bisschen Drogen und bla bla bla. Sondern so richtig am Braschen. Also, weiß nicht. Wenn nicht, dann suchen wir die. Ja. Also, vielleicht mal versuchen, den lieben Maddox anzurufen. Was? Noch nicht. Nee, das ist nicht nett. Weil ich habe mit ihm keinen Stress, wir verstehen uns ja relativ gut. Ja, aber der weiß, dass er hier immer rumsteht. Ja, warum steht auch wieder. Erzmal. Wollte mich ja ausfragen, letztens im Tiefs. Ich weiß nicht, warum. Hat jeder eine Affenmaske dabei? Nur, ich habe noch keinen, ne? Dann lass mal zu dem Komodo gehen. Wer keine hat, wenn man mit dem Komodo geht. Genau, geht zum blauen Komodo mit dem Wanted-Kanzlerchen. Ja, weißt du, aber du siehst ja, selbst der spielt ja mit uns und so. Ich würde den immer verteidigen, wenn irgendwas wäre. Aber, der, der, der nackt selbst uns so. Der hat Schulden bei uns und macht sich noch mehr Schulden, damit er sich ein Auto kaufen kann. Der denkt halt nicht drüber nach. Hier drin, ne? Ist offen. Du musst hinten zum Koffer. Da bin ich doch. Ja. Okay. Er hat halt ne komische Eigenschaft, aber da das, jeder Mensch ist doch auch irgendwo auf irgendeine Art und Weise komisch so. Das ist nix, wo man jemanden hatet oder auf den Sack geht. Ist halt schade. Und der haut halt auch recht rein, ne? Der ist so übertrieben, ist aktiv mit seinem Stream, so der Wilder, so der Wilder, der wirklich. Mann, der macht jeden Tag einen 12-Stunden-Stream. Weakliff hat ne Tobas, Dankeschön für den Prime im vierten. Scoop, Dankeschön für den Re-Sub im dritten. BlaBla, Dankeschön für den Gifted Sub in die Community. Spoon, Dankeschön für drei Gifted Subs. Sein Vater nicht Sänger? Weiß ich nicht, ich will auch nicht über sein Privatleben reden. Aber nicht jeder ist dafür gemacht. Naja, was ich damit sagen wollte ist, dass man dem halt wirklich ansieht, so dass er, dass das sein Traum ist und so. Und er wird halt permanent fertig gemacht und alles. Man kann ja Späße machen, aber guck mal, der hat auf Unity angefangen zu zocken und schon kommen irgendwelche Leute, die sein Auto wegpauten und ins Meer pauten und so, ne? Er hat mich Schrott genannt. Schrotpanda, sorry. Justin, danke für den Prime zweiten. Grüße. Darf halt kein Mobbing werden. Wir müssen ja im EP auch darauf reagieren, wenn er uns versucht, irgendwie zu verarschen, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich guck mal, dass ich die Hand bisher über den Leid. Es ist wunderschön. Ich danke. Richtig, wir gehen als Pärchen, wir machen das heute offiziell. Wann ist die Party jetzt? Oh süß. Ja, wir müssen eigentlich schon los, ne? Ja, zu spät kommt, ist cool. Äh, Tiki. Genau, die coolen sitzen hinten im Boot. Zeig mal dein hässliches Gesicht. Okay, reicht. Ich lach morgen, okay? Nein, lach morgen. Ich spät. Ich stiche. Hallo. Uff, doch nicht einbeleggen. Was macht ihr? Und die Mediziner waren immer noch nicht da. Wir haben Wind gebändigt. Die haben das nur gesagt, die kommen nicht. Gibt es eigentlich Transcodes? Hm? Gibt es Transcodes auf der Hochzeit? Na klar, BH dran. Black and White. Boah, geil. Black and Yellow, Black and Yellow, Black and Yellow. Da vorne auch was geholt. Black and White wäre aber scheiße. halb zehn. Ich glaube, ich mache die Nacht durch. Wieso? Ich wollte nicht. Du bist voll gut gelaunt. Warum? Ja. Erzähl mal. Weiß nicht. Memo hat neuen Schlaf. Memo hatte Sex. Was? Hast du Hand angelegt? Ne Toilette. Ja klar, deshalb halt die Zählerbüche weg. Mit dem Fuß in der Toilette. Ich habe dir gesagt, sei ruhig, dass du für Hände absägen warst. Oh nö. Aua. Boah, ich vertrage diese Medikamente nicht. Man will dir mal schwarz haugen. Das ist super. Auf wen warten wir jetzt? Hallo. Wann wollen wir denn da hin? Jetzt gleich, war da, denke ich mal. Ja. Ja, aber wir gehen vorher noch einkaufen, Tankstelle und so. Ja. Wie, wir bringen uns da eigentlich zu essen mit? Nein, da gibt es da essen, oder? Ich glaube, essen und drehen haben die dort. Lass uns gehen. Aber nehmt mit, was geht doch. Na klar, Cody steht auch dort. Alles mitnehmen. Yallah haben sie, lass mal los hier. Womit fahren wir denn? Ja, na gut. Alter, der Wester wird richtig viel los sein, ne? Die Cube-Eröffnung, das ist die Hochzeit, die andere Hochzeit, das wird so full, full, full da. Mit oder ohne Shot ran. Mit, ne? Ich hasse diesen Effekt von den Tabletten. Ich hasse ihn einfach nur so sehr. Du kannst spotten, genau. Ja, ich geh mich auch umhören. Ich brauche eine Menge. Aber wenn, wenn's knallt, ne, rennst du weg. Ja, das ist selbstverständlich. Hey, lass doch lieber mit Viersitzern fahren. Ich fahr allein, ich hab Angst. Nö. Damit du auch hauen kannst, wa? Ich geh nicht da drauf. Mein Ohr tut weh. Was fahren wir denn? Der Jugodas. Ja, okay. Jeff, komm, fahr mit Sterling. Cool, Sterling. Pass auf, die Gardine. Nicht zu der Seite. Das war echt die beste Anschaffung. Sieht voll realistisch aus. Ja. War auch nicht billig so transparent auf der einen Seite und so. Haben die den Tourismo lackiert? Ist das der Tourismo? Keine Ahnung. In Gelb sieht der voll cool aus. Magst du auch Duftkärten? Ich will ein Tourismo. In Gelben. Wir haben Neulen. Aber ich will auch einen. Nö. Mir will du mal schwarze Augen. Warum? Wegen Tablette. Aha, hast du wieder Tabletten genommen, ja? Ja. Du scheiß Junkie. Die wissen, wo es lang geht, oder? Ich glaube schon. Ich wäre mir da nicht so sicher. Doch irgendwann, wo es da halt. Jetzt wird mir schlecht. Boah, da war aber ein großer Schlag noch unter Strafe. Nein! Herzlich willkommen im Rage&P Kundencenter. Und dann ausgerechnet noch in der Ecke, Alter, wo heute alles eröffnet. Ja, man, war Fehlercode 69. Ich kriege gerade Flashbacks von GTA Live. Alle 15 Minuten. Wie haben wir das damals ausgehalten? Ja, hey, ist aber anscheinend nicht. Ich verstehe das auch nicht, wie man da eine Location wählen kann. So ein Dreieck, wo drei Partys stattfinden. Wo einfach der Sing versagt. Von Rage&P Kundencenter. In der nächsten Mal. Wie haben wir das jetzt mal gesehen? Wenn nichts mehr geht, dann wird weh. Boah, Junge, ja, ich glaub, das war's für heute. Mein Auto ist nicht mal reingespawnd. Jo, DayNight war ganz, boah, wisst ihr noch, ganz früher sind wir sogar ab in den Norden gegangen, wenn er in der Stadt gecrasht hat, sind wirklich alle in den Norden immer abgehauen. Jamie, weil da nur der Sink gut ist bis 60 Spieler oder 120 Spieler, man kann 5M mittlerweile auch auf 1000 spielen, aber da versagt der Sink genauso, aber das hat dann nichts mit der Mod zu tun, sondern mit der Engine von GTA selber. Ich glaub, nur Alt-V hat es im Griff, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, aber da bin ich mir auch nicht sicher, ich weiß zum Beispiel nicht, wie es auf GVMP läuft, da sind ja so 800 Leute oder so, da sind sogar teilweise 1000 Leute auf einem Server. Und die laufen unter Alt-V. Ach, die haben ein Cluster in der Zirk, okay. Hi. Du hast ihn stecken lassen, du bist kurz im Winkel gegangen und ich hab ihn kurz zur Seite gefahren. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ähm, da vorne rechts. Und dann glaub ich erstmal nur weiter geradeaus. Ja genau, weiter geradeaus. Und hier muss es irgendwo sein. Ich hab echt Angst da rein. Ach, guck da oben, Jack sagt irgendwas davon, die sind die Treppe hoch und dann direkt rechts. Da ist guter Spot, sagt er. Okay. Ohne laute Mucke und so'n Scheiß. Warte mal kurz. Ich weiß nur nicht, wo die Treppe ist. Ich muss kurz auf mein Libis gucken. Ja, guck mal. Ich stell das mal in so ein. Und fertig geguckt? Ich lese. Hallo, mutterfuckern! Vielen Dank. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass ich den Stream-Sound kurz muten kann. Weil wenn ich da Teamspeak mute, dann kann ich nicht weiterlaufen. Okay. Da hat ich geguckt. Ja. Schön, 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 schön. Und wo ist da jetzt die Treppe? Keine Ahnung. Super. Toll, Jack. Rande, danke schön für den Prime am 13. Hier muss irgendwo eine Treppe sein. Ich glaube, da vorne ist eine. Guck da oben stehen, Leute. Ist das Cody? Ich glaube schon. Ich grüße euch. Show me the way. Do you know the way? Hier und dann direkt rechts rum. Gegenüber da, wo die Yade stehen, ist Musik. Hier dürft ihr am Pool entlang. Hier, geradeaus. Gut. Ich bin schon wieder am Helm. Je, je, je. Ich habe jetzt dann von denen welche getroffen. Ja. Und habe denen gesagt, dass die sich daraus verpissen sollen. Und anscheinend haben die halt nicht weitergetragen. Und dafür kriegen die einen auf den Deckel jetzt. Ey Mädchen, schrei mal nicht so. Danke. Ja, deswegen, wenn du die siehst. Ich finde deinen Verlusten ausgeschlossen. Ich hätte jetzt gesagt, okay, wenn du irgendwie nochmal kurz mit dir quatschen wolltest, du hättest sie zur Seite nehmen können, mit dir quatschen können. Und danach wären wir sofort da hingegangen. Ach, glaub mir, die wollen nicht quatschen, sonst wären die heute hier aufgetaucht. Wer ist das? Schordi. Schordi? Ja. Ziemlich blass. Schordi, du wolltest mit dem Nitz was klären? Äh, genau da. Oder mit dem BOM. Ah, okay. Ne, mit BOM. Ich gebe ein bisschen Musik hören. Okay. Weil wir welche von euch, da Leute auf der Route die ganze Zeit haben. Wer hat denn heiratet heute? Das ist aber so nicht richtig. Hallo? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Jetzt ist dein Leben vorbei. Was ist passiert? Was ist passiert? Ach. Wer hat geheiratet? Das Schlimm ist doch nicht. Schlimm ist doch nicht. Ich freue mich, finde ich. Ja, spannend. Ja, ist doch nicht Shorty, sondern Shorty. Sie wissen aber Bescheid. Dann hast du noch Feuerwerk hier. Auf jeden Fall eine hübsche Part. Dankeschön. Gehle Puppe. Warte mal, kamen die jetzt nicht hin, die Maxis? Die Maxis stehen hinter uns, oder? Die Maxis sind doch auch hier. Achso, ne, ne. Die BOM hast du vorhin gesagt. Die waren bei der Trauung, ne? Ja, die sind doch vorbeigefahren. Haben geguckt, wie viele da sind. Und weil die ganzen Jardis da waren, haben sie sich gleich wieder verpisst. Weil die Jardis alle da waren. Vielleicht sind die dann jetzt auch auf Arbeiten. Und wo sind die Maxis? Die Maxis stehen hier links. Ja. Ich gucke mal allgemein, wo die sind, ja? Ich komme mit. Na, ich fahre auch mit. Ja, übertreibt nicht. Die fahren sowieso mit den Zweisitzer. Achso, Herr Rütt. Achso. Ja, Digga, chillt mal. Ist der schon dicht? Wer ist dicht? Guck mal, der ist rotzevoll. Ich meine, ja, ja. Schubst du dir in den Pool? Schubst den. Hallo? Da ist kein Wasser, also nie schubst du. Alles okay? Okay, ich schubst du nicht. Ich kenne... Nein. Schubst den bloß. Noch nie schubst du. Guck mich mal an. Probier's doch grad. Ihm weg, siehs. Wir helfen dich mal zu stützen hier. Warum? Was wollt ihr? Ja, die fünf Leute helfen dir jetzt. WAAA! Oh, lass das! Hahahaha. Schon recht, ja. Ich sag's, ich kann noch mal hier. Ja, ja. Ja, aber die Maxis scheinen nicht so Holzkörper zu sein wie die BOM, ne? Mhm, ne. Eigentlich nicht. Die sind eigentlich ganz entspannt. Pff. Und warum haben die Angst vor den Naris? Ja, BOM, wir werden schon unbedingt noch einen Krieg anfangen. Nö, die haben wir erst drei Stück. Vier. Vier. Wow, was für Kriegstreiber. Autsch! Dann haben die doch was wegen United gesagt. Mhm. Mit uns. Und der Grove. Ach ja, der Grove auch noch? Ja. Pff. Wie kann man sich so viel Ärger einhandeln? Dann mit Grove, dann mit euch und jetzt mit uns. Und keiner von denen ist bereit zu quatschen, ne? Die raffen ja nix. Voll Idioten. Die wollten, dass ihr keine Pilze mehr kriegt. Dann sollten wir es doch wieder machen. Und dann hat er mir die Ohren voll geheult. Warum wir euch das gesagt haben? Bruder, wir sind da hingefahren und wir sagen, warum willst du nicht mal, dass wir Pilze kriegen? Zu diesem, keine Ahnung wie der heißt. Der hatte mit dem Maske auf. Der hatte so die Haare zur Seite gegillt. Und dann sagt er so, ja, ihr wisst doch genau, was ihr gemacht habt. Warum machen die das, wenn die doch schon Ärger haben? Weil die nicht intelligent sind. Ich weiß, es gibt die Grove nur, weil die bespielen halt Bennys da. Ganz so hell wie die, ihre Farben sind die nicht. Ihr Bandana. Der war gut, der war gut, Johnny. Was? Was? Was, Burdo? Was soll ich sagen, Burdo? Wo ist eigentlich der Hase und so? Keine Ahnung. Und Mo? Ja. Was? War Mo nicht da? Weiß nicht. Ich kann die alle nicht auseinanderhalten, ich weiß auch nicht. Und Avol, die schwirren bestimmt Dinge wo rum. Ey, es geht nicht dran. Mo geht dran. Ja, Shorty, sollen wir heute ein bisschen Geister zocken, sagst du? Wir beide nur. Komm, Shorty. Trau dich. Okay. Wir sind dann da oben da. Treppe hoch. Wir sind da. Frag einfach. Tschüss. Der Mo ist auf dem Weg. Wer sind denn die anderen, die die Hochzeit hier feiern? Forty-Frau, sehe ich. Ne, Forty-Frau ist hier nicht. Doch, da hinten. Bei den Mexi steht Forty-Frau. Die hat es gerade angelaufen können. Okay. Tach, tach. Tach, tach. Hallo. 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 Da hinten sind auf jeden Fall die Jardis im Flick. Bula. Ja, die Jardis sind immer aus dem Mist geboten. Sind die alleine? Will alleine eine Flag von denen? Ich verkaufe die. Befehl? Fünf Dollar. Da haben wir eh drauf gepisst. Scheiße, Mann. Ich möchte keine Fläge auf meinen Sachen. Ach, schön reingesprockt. Du bist da selber. Warum? Oh, der hat einen Knaller. Ja, das ist ein Baller. Der hat einen Knaller. Ja, sag es doch. Das hat Baller gesagt. Mach das weg. Ich kriege, äh, ja. Aber hier auch. Da fühle ich mich wohl. Was geht bei euch? Er ist schon wieder am Cringen. Wer? Jess? Ja, mit den Jardis. Wo sind die? Da drüben, gegenüber von uns. Ah, da. Irgendwie ist ein Pink. Mach die Kippe aus! Sieht gut aus! Ja, meiner macht gut aus. Forty First, was geht denn in der Projektmampe? Geht. Habt ihr schon Blätter von den Dächern ohne geholt, falls man Stress ist? Hi, Jutta. Es ist neues Herbst. Ja, ja. Müsst ihr bald machen. Da baust du noch auf, Philo, oder? Hm? Was? Wir haben auch Riesenpark. Ja. Unsere Toiletten wurden heute aufgeschlossen. Aber wir haben keine Regenrinden. Was habt ihr? Keine Regenrinden. Oh, shit. Und falls ihr mal pissen wollt, ja, Toiletten sind da. Benutzt ihr eigentlich unsere Toiletten? Ja. Ja, in einer wohnt Memo. In einem Toiletten-Bund-Memo, in der anderen ist ein Fuß im Klo drinne. Also bitte. Wem hat der Fuß? Kein, irgendein Rocker. Da hängt auch eine Kutte drinne. Echt? Ja. Nee, hier. Ging, ging. Ging, ging. Das ist halt kein Witz, du hast wirklich einen Fuß im Klo. Ist das eine echte Kutte oder eine gekaufte? Das ist eigentlich nur ein Kleiderschubber mit den gleichen Patches. Kuttenlager. Ah, okay. Ah, da kommt der Hausmeister. Guck, der ist im Fegen. Typisch pechiger Jaldi, bitte. Was geht ab, Mann? Dach meiner. Verpässt dich, Jaldi. Ah, halt die Schnurze, Curtis, Junge. Du kannst gleich mal meinen Schwanz von unten betrachten. Wie redest du mit der Moji, Junge? Ist das die Mama, Jaldi? Ah, guck mal da. Hol mal schnell Loop raus. Irgendwie juckt ein bisschen mein Eichelband, Mann. Kannst du da mal gucken? Dann solltest du aufhändig an deinen Brüdern zu halten. Ach, komm. Mike, Junge. Ist das die Braut? Oh. Oh. Nicht deiner? Autsch, das war Mike, Freunde. Das war Mike. Das war Mike. Autsch. Autsch. Ah, das tut weh im Herzen. Was ist das denn? Der liegt, Junge. Der liegt. Ich krieg Kakao mit Sahne und Schoko-Ding. Was ist das denn? After 8? Der unten, Junge. Wo unten? Da, wo oben oben ist, Junge. Okay. Am LKW. Hinter dem Jukula. Oh, halt die Hotel hier. Da ist kein Wasser drin, du Sch... Ja. Idiot. Rott verarscht. Rott verarscht. Oha, halt die Hotel. 100 Jahre, da war's. Nee. Wenigstens hat mich ein Mensch lieb, während der Chat mich immer ärgert. Nee, nicht Mama Kusch, Schwester Kusch. Aber so... Wer kommt denn da an, die Schaffelt? Der ist kurz dreist Jahre alt, lebt bei seiner jungen Schwester. Nee, nee, die ist ältert sich. Hallo? Grüße. Grüße. Wer kommt denn da an, die Schaffelt? Ich hier. Wer ist Schaffelt? Ja, du. Boah, das ist sogar heiß. Ich bin immer... Ich bin entweder eine Schlange oder permanent am Schaffeln. Ich bin ein Guter. Boah, schmeckt aber gut. Danke. Was bist du? Wer ist Schlange? Mahlzeit! Ja. Klar ärgert ihr nur. Und der Schaffelkündig nimmt man mich auch. Was ist denn das für eine Party oder eine Mucke? Ja, ich wollt grad wirklich... Geh doch mal zu kurz. Soll ich anmachen? Geh doch. Komm, wir gehen, komm. Soll ich anmachen? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Soll ich? Was wollt ihr machen, Bruder? Was wollt ihr machen? Was wollt ihr machen? Er sagt nicht, ihr wollt tanken gehen. Nein, wir finden eh niemanden. Wir schaffen mit dem Wechsel jetzt den ruhig. Hi, Leute. Hi. Hi, na. Grüße. Wir haben von der Tanzfläche uns verabschiedet. Oh je. Oh. Oh. Das ist wirklich mein Ding. Oh. Warte, nein. Ich glaub der DJ hat's aber schon wieder hochgemacht und hat gekotzt. Atemlos. Okay, ich muss weg. Wie gut aus, du willst da. Ist hier halt das Brautpaar? Ja. Ich glaub, sie sind schon Vögel. Ich glaub auch. Deshalb bricht das hier so ne Schwanz. Die sind direkt zur Hochzeit nacht übergegangen. Ja. Du wirst keine Zeit verlieren. Verpasst euch, ihr scheiße Ardis. Hey, mega Drecksack an der Rasse und große Fresse. Heils Mauler drüben. Das war halt da vorne hier, da hinten der. Wer? 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 Der mit dem blauen Kappi. Der mit dem blauen Kappi. Wer soll mal die Fresse halten? Ich bin doch dein Lover mit dem... Ich bin dein Lover. Ich krieg meine Stimme nicht so tief. Das war im 5.01 die Fresse. Der war eh so frech. Ich weiß ja, wo ist Gray sehen? Hallo, er ruft mich zu bedrängern. Ich bin voll Heidegger. Das geht OG. Das sind von heute schon. Das ist Logikon. Die Jungs von der 1-8-7-Straßen, warte, sind wir heilig. 10-20. Hört auf den Logan zu ärgern, der ist mein Freund. Sunny, guck mal, das flossen. Ich will auch flossen. Das sieht so aus. Wer hat das gesagt? Weil wir schwabbeln? Ich frage mal schon, ob er die 1-8-7 einladen kann. Das ist doch richtig interessant hier. Was liegt denn am Power richtig rein? Ey, ich will auch flossen haben. Du willst auch flossen haben? Komm her, ich hab welche. Gibst du mir deine? Nein, ich hab welche. Wirklich? Die Hochzeit war schon. Ich hab für die Schuhgröße 59. 50. Wow. Jungs, Alter. Jungs, kannst du bitte los machen. Die Kutte aus. Bist du vom Beruf klauen, Alter? Oder warum machst du kurz Füße, Alter? Ich brauch diesen Sound, Alter. Zieh die Kutte aus. Ich glaub, ich nehm den als Sub-Sound oder so. Ich mag das. Ja, Jungs, passt nisch. Finn. Ja. Das ist Arten verbraucht. Nee, das ist nicht der Ronny. Ich glaub, Ronny zeigt doch KW. Du auch, mein Schatz. Ja, du doch immer. Bist du da, Mann. Was? Gatti willst du auch? Was? Finn, küssen? Gerne. Komm. Komm mit. Hallo. Was? Was? Zieh dich mal an wieder. Zieh dich mal an, wenn ich sehe ich nicht aus wie Mann und eine Frau. Was bist du? Finn, machst du mir einen Knutschleck auf meine Fleck? Warte, lass mich sorgen. Ich hab grad meine Zähne eingesaugt. Ui, das ist cool. Ich mach nen Köpfer. Au, 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 au. Au, au, au. Ey, das ist ein guter Boxring, oder? What? Ich bin weg, ja. Oh, die Klappe. Äh, ja. Bist du Telefon? Ja, mit Dings mit Arbeit. Mir doch egal. Was willst du? Die schnauze ich weg da. Die knutschen, die sind sich voll Idioten. Warum magst du die nicht? Ne, die tanzt auf viel zu vielen verschiedenen Aufzeiten. Ja und, lass sie doch. Mit Cops, mit uns, mit Jadys. Ja, aber die gibt doch Informationen. Hast du schon eine gehört? Na klar. Welche? Dass der Schäppel im Junkiepark hochgenommen wurde und niemand den reingelegt hat. Eieiei. Apropos Schäppel, der müsste heute aus dem Knast kommen, ne? Ich weiß nicht, wie lange der sitzt. Ich verstehe das nicht. Warum haben die jetzt Angst vor den Nadis? Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht, keine Ahnung. Also ich weiß nur... Guck mal, die wingen da aus dem Auto. Da kommt die Patscherrand. Ey, ich bin hier. Guck mal. Da hätte beide Hände am Steuergarten... Der hat die Lambe umgefahren. Der hat fregelfiecht. Hast du gerade mitbekommen, die BOM hat sogar Stress mit der Grove, ne? Ja, ja. Mit Jamestown, Grove, United und uns. Bekloppt, Alter. Die haben einfach nichts anderes verdient. Die sollten sich mal Gedanken darüber machen, was die da fabrizieren. Also keine Ahnung, das kann nicht nur an andere liegen, wenn ich mit so vielen Leuten Stress habe. Ist einfach so. Die fühlen sich auch wie die letzten Idioten. Selber schuld. Das sind ja diese alten Leute vom Pink Cage, ne? Aber war das nicht eine Mafia? Pink Cage? Ja. War da nicht so Anzugträger, wo wir dachten, die Sopranos sind dann gezogen? Ne, ne, ne. Die haben auch so eine auf Yang Yang gemacht. Weißt du, damals waren wir mit dem Fahrrad da. Weißt du, wir waren mit dem Fahrrad? Ja, wir waren mit dem Fahrrad da auf dem Parkplatz oben von denen. Da ist doch so eine Halfpipe gewesen. Ja, aber ich habe ja noch nie jemanden gesehen. Doch, da waren doch voll viele da. Da sind wir doch den 56ern hinterher gefahren. Die sind dann da oben auf dem Parkdeck gefahren. Und dann standen doch die ganzen Leute vom Pink Cage da. Und dann kam dann noch hinterher... Wo wir die Polizei eingegangen haben? Genau, 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 genau. Weißt du noch, ne? Mhm. Ja, und die haben sich ja irgendwann aufgelöst. Und der größte Teil davon ist halt in den Ranchos gezogen. Das sind die Spacken. Das sind auch die Spacken, die damals immer... Hier, Jamar und hast du nicht gesehen, von der Route runterschicken wollten. Wurde, wie sie ja mal hingefahren ist, so komplett ausgerastet ist. Und die, vor allem alle Mann so... Beleidigt und... Von welcher Route? Von der Grasroute? Ja, ja. Aber das gehörte dann 56. Ich weiß, aber die haben voll einen auf Wachhund da gemacht und so. Die waren schon mal so... Der Young von den Yardis hat mir erzählt, dass die den Yardis auch Döner gebracht haben. So. Gott, Alter, lass dich doch mal reden, liebe. Wenn das stimmt, ne? Aber die Maxis sind hier hingekommen. Ja, ja. Ja, das Ding ist... Ja, guck mal. Irgendwie war das so, dass... Die oben abgeknallt worden sind, die haben gedacht, das wären wir gewesen, aber waren eigentlich die Yardis. Aber das wissen die nicht. Ne, ich glaub nicht. Aber ich hab mit Shorty telefoniert. Der Shorty? Der United-Typ, der heute da heiratet. Und dem hab ich gesagt, dass wir das nicht waren. Meinst du, der hat das weitergegeben? Ja, wollte der eigentlich machen, ja. Ganz ehrlich, ich check sowieso nix mehr. Nein? Mir ist das doch scheißegal, das will nur meine Waschstraße. Und ich will meinen Laden. Haben die gesagt, ob die morgen da sind? Dieser Bob hat gesagt, immer mittags. Wann war der denn heute mit, also bei dir? Boah, das war so 17 Uhr vorgestern. Weil du bekommst so nen Zettel von dem. Damit du der Polizei sagen kannst, dir das ist mein Werbe. Ja, ja. Ja, gut, dann... Ohne Metro-Karte bekommen wir noch und wir müssen die Liste anpassen. Ja, ja, das ist ja kein Thema. Das ist eigentlich schnell gemacht mit der Liste. Und wir müssen halt Geld drin schaffen, ne? Wie viel? Ja, der vom Gewerbeamt hatte mir gesagt, für Gewerbetreibende kostet das nicht so viel, die Umbauten am Laden. Na, müssen wir aber nochmal wegen dem Gewerbe nochmal was bezahlen? Mhm. Nur Steuern dann. Aber da wollte sich nen... Warum auch immer, FABler bei mir melden. Ja, was haben die denn da zu tun? Die machen wohl das mit den Steuern, keine Ahnung. Weil die vielleicht so ne... Wie sagt man? So ne Dings haben. Steuerverhandlungen in ihrem Haus. Mhm. Aber der hat auch nicht angerufen. Soll ich uns jetzt mal eben kurz 200.000 zu besorgen? Was willst du mit 200.000? Der uns noch, der Taxi-Chef. Warum? Für die Information, die ich dem gegeben hab. Ah, der gibt 200.000 dafür? Ja, hab ich vorher mit dem ausgemacht. Pass auf. Hast du mit dem gesagt, dass das von 56 kam? Ja, ja. Aber die 50... Und ich hab denen auch die Information gegeben, dass es die 56 noch nen Auftragsgeber hatte, deswegen. Die quasi an uns nur weitergeleitet haben. Aber hatten die das wirklich? Ja, hatten die. Und ich habe herausgefunden, sogar wer das ist. Wer denn? Aber das kann ich dem zu kein... Also kann ich dem nicht sagen. Wer denn? Du hast ja schon die Gerüchte gehört, über einen Waffendealer, der in der Stadt ist. Der hat den Auftrag gegeben. Warum? Weil der Hans-Peter wohl damals irgendwie, glaube ich, mit irgendwelchen Waffen ein bisschen gemacht hat. Aber nach all den Jobs, die wir durchgezogen haben jetzt, noch keiner hat uns angequatscht, ne? Ja, das stimmt. Aber den verkauft ihm die im Folder auch. Ich will nicht, dass das rauskommt. Okay, wenn das rauskommt und der Typ das mitbekommt, dass wir den verpetzt haben, dann sind wir mal. Dann werden wir nie wieder Waffen kriegen. Und ich habe keinen Bock über irgendwelche Dritte irgendwie an Waffen zu kommen, weißt du? Weil hinterher sagen die, ja, guck mal, durch uns seid ihr uns verschuldigt und so nen Scheiß. Nur durch uns kriegt ihr Waffen oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, diese Abhängigkeit schaffen. Genau. Wow, der Tierarzt kommen will da. Da ist ein Tierarzt, ne? Guck mal. An der Seite von der Tür ist ein Hund und eine Katze. Ja, da unten sind da Ohren. Also die Information will ich ihm nicht geben. Ich werde ihm wahrscheinlich sagen, sodass er aufpassen soll, dass er keine Waffen-DZ mehr macht oder so nen Scheiß. Was hältst du denn von der Idee, wenn wir ein bisschen von dem Equipment, was wir erbeutet haben, was wir nicht brauchen, zurück an die Koppers verkaufen? Getarnt als Info. Lassen wir irgendwelche Leute hochgehen damit. Warst du gestern nicht dabei, wo ich dem Wurschenken das gesagt habe? Nein. Warst du nicht gestern am Krankenhaus mit? Doch. Na klar, du wirst du die ganze Zeit im Auto rein. Achso. Ich habe dir nur gesagt, ich kenne einen Schwarz-Dealer, der Sachen verkauft. Ja, aber der hat das doch nicht als Dinges aufgefasst. Meinst du? Na ja, neben dem, Alter. Brauchen wir diese Marke? Die ist sehr viel wert. Ich würde mich erstmal erkundigen, was die wert ist. Ach, außerdem gehört die nicht uns, ne? 50-50 wieder. Ich weiß nicht, ob die was von der Marke wissen. Ich weiß nicht, ob die... Schoko hat die geklaut. Ja, ich weiß nicht, ob die was von der Marke wissen. Doch, doch. Schoko hat die getragen, Idiot. Oben. Im Norden. Vollidiot, hat nicht nachgedacht. Aber wir wollen ja den Kitzau nicht bescheißen. Warum sagst du nicht Gesundheit? Weil die neue Etikett ist, dass du dich entschuldigst dafür. Und man nicht mehr Gesundheit sagt. Liest du keine Bücher? Memo, sag mal Gesundheit. Gesundheit. Danke. Was ist los? Ich hab genießt. Hast du es nicht genossen? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit den fälschten Dokumenten nicht weiterkommen. Und dann werden wir so viel Geld verlieren, ne? Nur weil die nicht drüber nachdenken. Weil die das Ding durchboxen wollen. Du meinst, das ist bei den großen Job oder was? Meinst du jetzt den großen Job? Ich hab nur nicht einmal was gesehen von der Meisterfälscher. Ich schon. Ja und? Wie sieht das aus? Gut. Das geht niemals durch. Geh zum Frank und sag, der soll dir mal überzeigen, was die gefälscht haben. Dann wirst du ja sehen, was die gemacht haben. Und das sah echt nicht schlecht aus. Wir werden so viel verlieren, ne? Aber egal. High Risk und High Reward. Guck mal, ist okay. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann sagt mir das. Dann sage ich denen, dass die Leute keinen Bock mehr auf die haben. Das müssen wir mit allem mal besprechen. Ja. Aber so wie ich das mitbekommen habe, hat keiner mehr Bock, solche Sachen zu machen. Sag denen ab. Ich höre nur immer von jeder Ecke. Ich hab nix gegen die, ich hab nix gegen Frank und so. Mir ist das auch egal mittlerweile. Aber die Leute sagen halt immer, immer wenn wir was mit denen machen, gehen wir im Knast. Immer so. Guck mal, du, halt nicht mal die Füße still, ne? Guck mal, was die gestern gemacht haben. Guck mal, das muss ich auch sagen. Das finde ich auch scheiße, ne? Warte. Ja, ja. Guten Tag, Kundenkontrolle. Guten Tag, die Kundenkontrolle. Halt die Klappe, sonst hättest du den Jacks auf dem Hals. Hey, 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 der ist frech, man. Der ist frech. Weißt du, wer hier vor dir steht, man? Na denn? Die Team motherfucking Jochen. Ich bin der Rot-Captain, der Büchsenöffner. Oh, die können mich Bierchen nennen. Bierchen? Ja. Brauchst du schon für ein Chapter? Bin doch klar, meiner. What's working? Das tut wem Hals. Hier, tritt uns bei, dem Freckle-MC. Heils Schwager. Ich bin doch neu, aber wir bauen uns da auf, Mann. Freckle-Au. Freckle-Au. Mein Titelsong, Jochen, sing mal. Der Freckle-MC ist da. Der Freckle-MC ist da. Ich dauere einfach keine Hobbys, ne? Der Jochen, der Knochen. Wir rekrutieren. Ja, ja, der Song, der geht dir rein und so, wie so ein kleines Flüchtchen nur. Unsere Kunden gehen mit bei einem Klamotten-Shop. Und Patches? Jeder kann mitmachen, doch. So, die Patches brauchen wir dich, Mann. Merch? Unser Patches ist in unseren Herzen. Träge-MC. A-Hu. A-Hu. Und was habt ihr für ein Logo? Einen sabbernden Werwolf? Na, einmal die schnelle Brille. Ich bin das Logo. Ich bin das Logo. Ihr habt keine Hobbys, ne? Sano bist du es. Habt ihr mitbekommen, dass mit dem BOM-Typen... Was? ...dass sie euch gesehen haben, weil die Hochzeit in Abgeordneten sind, weil die Angst vor euch haben? Er ist sie for real? Mh. Vorm Frager-MC. Die sind auch vorbeigefahren, oder? Hab ich gehört. Ja, die sind vorbeigefahren, haben euch gesehen und sind abgehauen. Weiter, ja. Ja, das verständlich. Ja, ich mein, vorm Frager-MC hätte ich natürlich auch Angst. Kann ich nachvollziehen. Also wollt ihr das mit den Rollen wollen? Ja, nee, das... Mit den Leuten, wo wir nichts zu tun haben. Das sind Fanboys. Was für ein Motorradclub war er? Scheiß Poser. Ich weiß nicht, wer das war, Mann, aber wenn ich die zwischen die Finger kriege, ich sage, dass es ist, Mann, dann haben die zwei weniger. Richtig. Wir fahren Supersportler. Richtig. Und Superbeiß. Ich fahre Reiskocher. Wie bitte? Fahrt ihr Reiskocher? Ja, auch. Wir fahren alles außer Motorräder. Das macht uns aus. Alter, der MC. Ja, der MC. Der F-M-C. Der Freck-Lim-C. Nein, aber MC steht hier nicht für Motorradclub. Sag nein. Maschinen-Club. Für Motor-Club. Weil wir alles Maschinen sind. Ja, Mann. Makina-Babas. Und wer boxt sich da? Wer boxt sich? In dem Tag haben wir es heute mit. Nicht in unserem Club. Ich dachte, wir mögen keine Reihen. Ah, Jeff K. geht schon wieder voll auf. Wann wir schlingen blieben? Boah, das sind Idioten, ne? Dass die Leute keinen Bock haben, sich immer wieder festnehmen zu lassen. Aber ganz ehrlich, wir haben von Anfang an gesagt, wir sind dabei, wir machen das. Ja, müssen wir durchziehen. Jeder war dem eigentlich bewusst, was da passiert oder was passieren könnte, weißt du? Müssen wir das durchziehen, so? Besser. Ich meine, ich muss dir recht geben, klar, so die übertreiben es, weil die... Was die gestern gemacht haben, hätte alles zerstören können. Neben unseren Aktionen machen die nur weitere Geiseln. Ich weiß nicht, wie... Also, das finde ich auch richtig... Also, keine Ahnung. Da finde ich keine Worte für. Ja, die können die Füße nicht schnell halten. Die sind schlimmer als unsere, oder? Die sind jeden Tag fast die Geiseln am Ding gefühlt. Gefühlt so. Ich weiß nicht, guck mal, was wir mit denen machen, ne? Ja. Oder diese Raubebefeile mit... Auf die Shops und so. Eigentlich alles. Wenn... Oh mein Gott, Juni! Oh mein Gott! Warum springst du? Hilfe! Wollen wir hol den Arzt! Juni! Hilfe! Hol den Arzt, schnell! Ich helfe! Oh mein Gott! Warum springst du? Müsst du mir nicht ziehen, meine Hilfe! Der Juni ist von der Terrasse gepfungen! Oh nein! Oh mein Gott! Boah, Devil Roadman! Juni! Ei, ei, ei! Ja, war gut, dass sie rasen ist. Wo hat er denn Schmerzen? Er hat Hunger! Oh, im Brustkorb! Der Juni ist runtergefallen! Boah, ich weiß, es tut schon gut weh, Alter! So, das ist nämlich Timing. Einer schreit um Hilfe, ich hab Schmerzen. Er hat Hunger! Oh, fuck! Der kann wie Nibel der Ballett tanken! Zum Glück ist der Rasen hier! Ja, zum Glück ist ein bisschen weich gefallen, ne? Ei, ei, ei! Ja, zum Glück ist ein Fertsack! Bist du mit dem Brustkorb direkt auf dem Boden aufgekommen? Ja! Gut, dass du gemäht bist, Arme! Oh, das sind schon ein paar Meter, ne? Hallo, können wir jetzt... Oh, ich weiß! Ruhe jetzt hier mit eurem... fast gammelten Fleisch und was weiß ich, was ihr euch da reinzieht! Ruhe! Da müsste man nicht eigentlich mal durchchecken! Brennkind und so! Meinst du, du kannst sitzen im Auto, dass das geht? Dass wir dich einmal ins Krankenhaus bringen? Ach, warte! Ich hol einen hierher! Ruhe! Ja! Tags übertreibt nicht, Alter! Bist du besoffen oder so? Danke, Shorty! Der Shorty fegt jetzt hier durch! Warte, 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 warte! Damit der kein Geister spielen muss mit mir! Äh, Leitstelle für die 68, komm! Äh, wir bräuchten hier mal ein RTW beim Postelcode 51... 51... Juni, zum Glück ist der Tierarzt da! ...45, das ist über dem Parkhaus 2020! Gott sei Dank! Das sieht aus, als wäre hier ein Meteor eingeschlagen! Arschloch! So ein Krater! Über dem Parkhaus 2020 ist der Postelcode 5145, dort einmal ein RTW! Wichtig am Strand flanken! Und richte dem RTW aus, er soll möglichst... am Strand langfahren, nicht durch die Stadt! Winnie Cube! Wegen unserer neuen Diskothek! Lass es dir schmecken, Meister! Hochzeit! Hochzeit! Servus! Hallo? Hallo? Komm hier, mit einem Patschicken-Nuggies-Zweifen! Du gehst jetzt erst mal in die Röhre! Denkt er jetzt erst mal essen? Hallo? Warum ist das denn so was Positives denn jetzt? Vicky Nuggies! Warum bist du runtergesprungen? Ich guck, wir sind ein paar Zwinkies! Ich glaub, der muss zum Psychologe! Ja, ich komm durch! Also, dein Funk und alles gut! Ja, ja, alles gut! Was war das denn? John, hast du dir ne Cola-Dose aufgemacht? Nee, ich war das nicht! Verde, Go! Das ist grad so spannend! Die einer hat grad was zum Essen gesagt, das hab ich dosed bekommen! Jetzt bist du tot, Jonny. So kann noch nie in dem der Himmel aussehen. Doch, da sind Sterne. Ja, aber so eine fettige Fresse gerade. Du kannst wusseln, dass du nicht tot bist. Auch. Bestimmt ist dein Fußnagel abgebrochen, eine ganz lange. Das ist deine Ruhe, das ist echt niepig. Ja, das ist deine Kokoschippe. Und wenn du schon im Krankenhaus bist, geh direkt zum Zahnarzt. Du hast nämlich Mundkolle. Du hast Kaffeeatem. Trinke Kaffee. Ja, dann würde ich mir mal Gedanken machen. Geh nur noch zum Zahnarzt. Warum? Dein Mund riecht nach Schwanz. Oha. Hören Sie, was der sagt? Katastrophe. Ich glaube, der ist verwirrt. Katastrophe. Unhöflich, ne? Genau, du bist eine Katastrophe. Katastrophe. Ruhe, lass mich der Michael Mano Sarkis in Ruhe hier. An die Täterin, schafft er das? Er wird es überleben, irgendwie. Er wird es schon überleben. Nein, doch was. Tony, hast du Hunger oder Durst? Er will Chicken Wings. Helf mir ein paar Chicken Nuggies. Äh, nein. Ich hab CK Burger, wenn du willst. Die sind gerade richtig schön heiß. Nee. Ach, Mann. Okay, der John holt. Ja, für später, nicht jetzt. Ich hatte sie einpacken lassen. Wer bist du? Ich? Ja. Äh, ich bin die Gama. Warum wird der Ruiz-Tabit nicht angezeigt? Kann gut sein, ja. Ich verstehe das nicht. Ja. Äh, JB, Dankeschön für Ruiz-Tabit. Aber ich bin nicht da. Ja, ist nichts. Danke. Oder hat man die Anzeige gesehen im Stream? Weil ich hab keinen Sound gehört. Was? Mach ich ja schon lange genug. Wie lang? Drei. Drei Monate. Was? Nee, länger. Über ein Jahr schon. Oh. Bist du Oberärztin oder so? Nee, ne? Äh, so gut wie ja. Kann man fast sagen, ja. Ich gehör zu denen dabei, ja. Kann ich deine Nummer haben? Ja, stimmt. Nein, nein, zwei. Oh, jetzt hast du... Oh. Okay. Äh, die sind halt schon wieder... Ich bin ruhig. Hm, äh. Äh, Bronco, Schmunko, Dankeschön für den freundseiten-Buni. Klappen kann. Was? Was denn räuchte er denn jetzt? Ach, leider wollte er umgucken. Warte, wie sollte er jetzt auch sofort da sein? Ich wollte auch mal Arzt werden. Ich auch. Sicher, dass ihr das wollt? Nein. Soll ich bewerben? Ausbildung machen? Ich kann schreiben. Und ich kann nicht lesen. Aber was nicht wird, das kann doch werden. Ich glaub, dann wird nichts. Der Zug ist abgefahren. Ja. Ich mag Züge. Ich auch. Ich lass euch mal alleine. Gibt's hier was zum Essen, oder? Wir machen grad Tuchfladosen voll. Warum? Ja, ist kostenlos. Er stört's? Ja. Für mich gibt's nix gehört es. Ah, die Klappe drücker, ja, mal die. Willst du was haben? Willst du ne Bombe? Ja, wollen wir mal wieder hochgehen? Nö. Guten Tag. So. Jetzt Wings. Ey, Kollege. Gattest du was zuerst und fertig machen für mich? Warum hat der ne Knallenhand? Äh, zwei Burger. Und, äh, keine Ahnung. Was hast du an Trinken, der Mann? Nimm die Knarre weg. Ja, nee, warte kurz. Ey, die ist nochmal in Ozen. 1, 6, 4. Das ist ne Knallenhand. Nein, Ruhe. Ja. Äh, 5, 5, 5, 1, 6, 4. 0, 4, 8, 6. Die ist vorbei, Bro. Ja, warte, ich muss auf mein erstes Warten, Bro. Wo fällst du hin? Ja, komm, da komm ich mit. Der macht Taxi. Ja, Digga, die Wände ist erstmal... Ach so. Nicht den Warenklaufen. Ja, ich hab das genau gesehen, vom Brecher. Ich ruf die Kopf. Das war aus Versehen. Alles gut. Hat er dir irgendwas erzählen wollen, ne? Was? Deutsch, bitte? Ah, der Schiffke. Ah, was hab ich gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ich hab dich runtergeschmissen. Das ist doch... Na, du bist gesprungen. Ja, der hat mich runtergeworfen. Aha. Keine weiteren Fragen, Memo. Na, Johnny. Ich hoffe, die stehst du nicht mehr auf. Der wollte dich umbringen. Das war ein Geständnis. Ja, er wollte den umbringen. Der Memo hat den runtergeschoben. Oh nein. Und der hat gesagt, er hofft, der steht hier auf. Ich hab einen Zeugen. Curtis ist hier. Hallo, Schoko-Kupi. Okay, wir machen, was wir wollen. Kupi. Ja, was ist er? Johnny ist gesprungen. Ja. Der meinte, mein Leben ist scheiße. Wenn du meine Aussage unterstützt. Und dann ist der gesprungen. Also, vor Schreck meinst du? Ja. Vielleicht hat da oben die Wand doch sein Gesicht wieder gespiegelt. Wow. Das trifft zu. Ja, ging mir der Schwanzgeruch da auf den Sack von dir. Ja, dann mach deinen Mund zu. Ne, ne. Ich hab gesagt vorhin, das kommt aus deinem Mund. Keine ganz... Ah, obwohl, ich hab mit deiner Mutter rumgeleckt. Kann schon sein. Ja, das kann natürlich sein. Ist eh deine Tante. Also, von daher... Aber ich meine nicht mal eine Mutter. Egal, trotzdem deine Tante. Na und? Hättet ihr auch, wenn du das trinkst wie... Ich hab da was hier... Ich hoffe, dass du stirbst. Ja, ich hoffe, du kriegst AIDS. Deinen Erbe schulden. Oh, geil. Die slag ich mir nachher. Dankeschön. Gott, Alter. Da gehörst du hin, du Lutscher. Wer? Da liegst du. Wer? Du. Ja, das wissen will. Oh, Harman, was der gesagt hat. Na, Olam, hör doch auf. Johnny, benimm dich. Was macht ihr jetzt hier? Ist das dieses Kekswichsen? Du hast angefangen mit dem Scheiß. Nein, Juni ist runtergesprungen. Du hast gerade gesagt, da liegst du. Nein, das war nicht zu dir. Nein, du hast angefangen. Was hat denn John gemeint? Halt die Klappe, John. Haufe eine Folle schnitz im Tier. Du hässlige. Was sagst du da? Geh wieder zurück nach Köln-Schhausen. Was? Don't let fuck. Oha, hat er nicht gesagt. Oh, der war echt hart. Hat er nicht gesagt. Nein, John. Komm zurück. Och, John Boy. Bom, 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 bom. Na, willst du noch ein Krebs, Haltchen? Ja, mach dir keine Sorgen. Wenn niemand hört, dann ist es vorbei. Das ist eklig. Ich finde das süß. Nein, ich glaube, uns sind unterwegs beim Zweiternukulu. Ja. Ja, Schotti, was ist das? Gleich geisterst, oder was? Kollege Barfuß. Schotti. Hat er nicht gesagt. Doch. Wo bleibt es dann? Die Ärztin ist doch hier. Johnny, was ist denn los beim Liebsten? Bin geflogen. Ah, von wo? Den Vogel. Da oben. Oh. Du hast versucht, deinen Adler zu befallen. Hast du dich nicht abgerollt? Nee. Waren sie nicht in meinen Abrollseminar? Nee. Ach, verdammt. Hör doch auf damit, Mann. Bring mir das Kahn. Pack das Ding jetzt wieder ein. Ich wollte, dass der da rumspielt. Das sieht ja entzündet aus. Ich bin immer... Johnny, Ambulanz ist da. Chat, wer will Schotti in den Geister sehen? Die nimm dich jetzt mit. Hände hoch. Oder eins im Chat. Wer will hören, wie Schotti angst hat? Dann kommst du dir in den Rollstuhl. Und dein Pips, dann ist er noch kleiner. Äh, lang her, Joe. Guten Abend. Ich bin gerufen. Oh mein Gott, Schotti, du bist am Arsch, Alter. Ja. Du bist am Arsch, Schotti. So halbherzig. Überlegs, danke schön für den Prime zweiten. Eins. Nein, zwei, Bruder. Ja, guck doch mal. Ich bin doch schärfst an Papier. Komm her jetzt. Ich muss hier so bereden. Ach, doch. Guten Tag. Was ist passiert? Der Kollege ist... Da oben, der Balkon. Ja. Wenn du von da oben runtergeführtst. Ja, okay. So, gut, ich tass mal gleich ein Muskel ab. Atme jetzt ganz normal ein und aus, bitte. Ja. Ai, 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 ai. Das sieht ja nicht gut aus. Oh, das tut weh. Keine Ahnung, ich habe das Pneumatron. Ja, Schotti, hast du ja noch. Hast du ja noch Zeit. Let's go. Bitte die Vakuummatratze und den Stiefenig aus dem RTB. Das ist diese komische Matratze, die in Rot und Gelb leuchtet. Und den Stiefenig, das ist der Halskrause. Übersetzt, ey, ist am Arsch. Übersetzt, ich kann es noch nicht sagen. Kann der noch Ballerinerin werden? Ja. Ja. Ich denke schon. Also, solange das Ganze nicht auf Balkonen stattfindet, sondern auf Ebenenflächen, dann denke ich schon. Ballerinerin. Juni, der hat die Hubs genommen. Ach, den Meter sitzt ich hier wieder nach oben. Ach, alles gut. Viel Spaß bei der Party. Ja, mal schauen. Gut. Gute Besserung dir, ja? Dankeschön. Dankeschön. Okay, dann packen wir mal in die Vakuummatratze. Wollt ihr nicht gehen? Ja, wir müssen jetzt mit sechsmalen hoch riefen, ne? Nein, ihr könnt aber schon auf die Seite gehen, wenn ihr wollt. Sicher? Das ist schon ganz, ganz heftiger Brückeln. Nö, das ist... Alles gut, ich kriege hier einen Bocken auf. Ui. Ich weiß nicht, ob die das sehen, aber... Das würde ich sehen. Gertes? Hm? Guck mal. Was denn? Die gefällt mir, Bruder. Guck mal, wenn die sich um... Ich darf das hier gucken. Nieder sieht alles. Guck mal. Nein, warte. Äh, Batchel! Hast du gesehen? Nein, ich gucke nicht dahin. Ich schwörst dir. Roller, die ist hübsch, Bruder. Ja, nicht gut aus. Dann geh hin und sag, ich spiel ne Memo. Nein, warte. Die macht doch grad den Johnny wieder. Nun? Tanze die an. Wir sind auf dem Party. Ich bin gleich wieder da. Nein, das kann ich jetzt. Das fällt nicht auf, Memo. Okay. Ah, hier liegt ja noch einer. Da liegst du. Hä, wer ist denn das? Ja, hallo. Hilfe, Finn. Hä? 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 Was machst du hier? Ja, hallo. Wer hat hier eine reingezentriert? Ja. Du wirst lügen. Ja, Kumo. Warum redest du so? Ja, sorry, aua, aua. Wer bist du? Wie, aua, aua. Hallo, ich bin Mike. Du bist der Mike, ne? Was für ein Mike? Ich hab schon viel von dir gehört. Ach, du hast den, der vorhin hinter dem Jugeleit auf die Fresse bekommen hat. Ich hab gar nichts. Ich hab Apothekenbesuch gehabt. Bist du ein Jardi? Nein, ich bin BOMler. Echt jetzt? Nein, als ob ich BOMler bin. Ja, aber du hast den Fleck auch. Ja, ist auch meiner. Ja, lass den mal unter das Auto schieben, damit keiner den findet. Könnt ihr bitte den Medic herholen? Nö. Nein? Nö. Memo, du den Autos kriegst du nie wieder. Schieb den unter dem Auto. Du kleines Arsch, aber ich darf den gleich an den... Schieb den unter das Auto, guck. Memo, hol den Medic doch jetzt bitte. Damit den keiner findet. Ja, und wenn die fahren, dann wird der überfahren. Ja. Dann stirbt der. EFG, ich hole dich gleich mit deinem eigenen Auto ab. Da kommst du rein. Boah, Schott, die hol nicht rum, Alter. Ich bin auch nen Schisser. Komm, Schott, nur wir beide. Wir gehen getrennt ins Haus rein. Du immer nach oben, ich nach unten. Oder du unten, aber da musst du Keller mitmachen. Meinetwegen können wir noch Tyrese mitnehmen, wenn der Bock hat. Die ist in den Krankenwagen. Ich pack den jetzt und hau ab. Was? Ich hau mit der ab. Scheiße, jetzt ist er da drüben. Du sollst einsteigen und mit der abhauen. Nein, bist du bescheuert? Doch, das ist bei uns so. Wir hauen dann immer ab. Weißt du, was ich mein? Nein, das darfst du nicht. Ich hab nicht aufgepasst, ich weiß nicht, was du meinst. Jetzt ist er weg, für immer. Boah, Schott, du bist so ein Hölzer. Hahaha, Loser. Du hast ja schon mal ne Freundin. Aber Da Vinci auch, ne? Da Vinci, komm mal nicht mal ran. Ihhh. Das wird mal Zeit. Niemals. Ja, Tyrese, dann bring deine Frau das jetzt schon bei. Boah, mein Ding. Jeff K, spielst du heute ne Super Nintendo? Weiß nicht. Willst du Super Nintendo spielen? Weiß nicht. Warum nicht? Es geht doch eh nix. Und Mila ist krank zu Hause. Ich muss mich um die kümmern. Die brauchen ein Schoko-Shank. Oh, oh. Ach stimmt, ich muss bei Cody nur was holen. Was isst denn die mal? Ähm. Twinkies. Und Shake. Sind die immer Schoko oder Vanille? Vanille, ne? Vanille. Ich hol mal kurz was. Weil er halt hier die dicke rüber geht, ne? Cody? Ja, Curtis? Kannst du was für die dicke Mila fertig machen? Die ist krank zu Hause. Die ist hingefallen. Die musste sechs Wasserkästen schleppen. Ich konnte nicht helfen. Ich war im Essen. Faul ist dick. Äh, ja, aber wir haben kein Chikinagi-Eis und so hier. Ich würde dir einfach einen Burger oder sowas machen, ne? Kannst du nicht einfach den Burger in den Mixer werfen? Und das dann so zusammenrollen wie Chikinagi? Das merkt ihr nicht. Die ist auf Big Mildi, Leute. Okay, aber es ist ja nicht kalt, ne? Musst du denn zu Hause nochmal in den Kühlschrank legen? Ja, ich lege das deinem verdroßenen Park hin. Dann wird es kalt. Und, da hast du Vanille-Shake bei? Äh, ne, wir haben keine Shake-Maschine am Foodtruck. Hm, was trinken die noch? Die hätten kriminellen Eistee oder E-Cola vielleicht? Trinken die sowas? Ja, also wenn wir da was anderes trinken, dann glaube ich am ehesten kriminellen Eistee, weil sie sich dann wie ein richtiger Gangster fühlt. Können wir da ein bisschen Sahne und so reinmachen, damit das aussieht wie Milchake? Hallo, Motherfucker. Aber das ist doch in der Dose. Ja, dann machen wir die Dose auf. Na gut, dann gebe ich dir hier so Kaffee-Sahne-Packs mit, so, und dann musst du das zu Hause in so ein Glas tun, so. Oder nimmst du hier noch so ein paar Becher da oben vom Tresen. Okay. Dann schmeiß einfach alles in den Mixer rein. Ihr bestellt immer die skurrilsten Sachen, so, ne? Warum? Die beim Gewerbeamt haben auch schon komisch geguckt, als ich da gesagt habe, ich würde gern Kauquappen bestellen zum Herstellen von Kauquappen-Eis. Das ist eine Delikatesse. Ja, das sehen wir. Und Deli bedeutet dumm. Ist türkisch. Guck mal hier, dann ist die Kale Burger. Ja. Ja, guten Appetit. So, also, für Mila irgendein püriertes Zeug, dass du auch so geschickt nach ihr eisst. Ja, schmeißt einfach alles rein, nur Fußnagel und so. Die, die isst sowas gerne. Ketchup mit Fußnagel, Käse. Das verkrasselt die schon. Die Dicke. Aurel, danke schön für den Prime-Supp und herzlich willkommen. Wo ist Mila eigentlich heute? Dir geht's nicht gut. Hallo, Velogo. So, könntest du schon mal die Getränke? Okay, was ist das, Wilder? Okay, okay. Das kippst du einfach alles zusammen. Das willst du dir dann das ergeben, was du willst. Irgendein komisches Getränk, was Mila vielleicht fancy findet. Also cool, damit Bier und so? Ja, und ein bisschen O-Saft und Stückchen halt. Oh, Brückchen mag die. Die trinkt doch immer die abgelaufen Milch. Guck hier, dann kannst du da noch Muffins reinbröseln und ein Twinkie. Nee, ein Twinkie isst sie auch, glaube ich, gerne so. So, auch einen Keks kannst du noch reinbröseln. Okay. Wenn du das alles zusammen mixt zu Hause in einem Glas, könnte das dem nachkommen, was du magst. Okay, danke schön. Wie viel Geld bekommst du? Nee, gar nichts, Sir. Ist im Sonnenfall, du? Ja, das braut Palädein. Warte, warte. Okay. Dann kümmere ich mich jetzt um das pürierte Zeug. Dankeschön. Hopfart. Und ich mix kürze das Getränk. Das nehmen wir und dann mixen. Das ist viel zu dickflüssig noch. Jetzt kann man das trinken. Guck nicht so, Mila. Bring ich dir mit nach Hause. Und du trinkst das. Auf jeden Fall zweimal Cola. Der jute Herr Ronan. Vielen lieben Dank auch für den Zap. Und herzlich willkommen. Noch zwei von den Burritos. Oh, nee. Oh, doch. Hast du auch so ne schicken Nuggets, oder? Ich hab da jetzt alles reingeworfen. Ananass, Saft, Cola, Bier, Cookies. Ich muss gestern gerade in den Satz von gestern denken. Alle meine Freunde haben Kinder und machen was. Und Curtis Mix Sachen. Verstehst du nicht? Ja, mach das mal. Alles gut. Curtis, jetzt schon mal. Curtis, jetzt schon mal. Ich hab das alles zusammen gemixt. Nee. Musst doch Essen hier machen. Das sieht aus wie der Vielsaftrank von Harry Potter. Ja, aber ich bin nicht so, weißt du, nicht so Gangster, dass ich das aus halte. Aber Mila hält das aus. Ja, da kann ich stolz, dass ich sein. Guck mal her. Da hab ich dir so, dass du alles da irgendwie zusammengekreist hast. Das ist ein schick Nuggel. Das musst du doch einfrieren. Und hier, das kannst du daneben legen in den Park. Das sind Chili-Cheese-Nuggels. Vielleicht zieht das die Ratten an, damit die Milas Essen nicht aufessen. Okay. Und jetzt, für den Geruch? Bevor ich der das Gebel in die Badewanne und zerkutscht das mit dem Fuße. Ja, guck. Dann kannst du damit du den Ruf vom Thunfisch noch dazu kassieren. Ja, das mag ich. Da folgt er sich. Vielleicht krieg ich das alles in ein Schokoladenei. Und dann krieg ich eine Kinderberaschung. Dann musst du das noch in so Alufölde an. Weißt du, dass das cool auszupacken ist? Nein, wir haben keinen Alufölde. Weil Mila raucht immer zu Hause Blech. Und die schlägt mich. Die ist drogensüchtig. Wusstest du das? Echt? Immer wenn die auf Crack ist, haut die mich. Mila nimmt Drogen? Ja, die raucht Crack. Und Heroin auf dem... Die raucht Schore. Läuft bei ihr so. Sie nimmt das ziemlich ernst mit dem krasse Gangster sein, ne? Ja. Und dann kriegt die mal so Aggressionskippen. Verkloppt mich mit dem Gürtel. Ach, Können. Jetzt macht die nicht schneller, als du bist. Als wärst du so ein Membete. Doch, hat die glücklich gemacht. Du schlägst bestimmt zurück. Willst du meinen Rücken sehen? Der hat mich mit dem Gürtelfaller klopft. Hm, schlägst du dich zurück? M-m. Ein Schlag von mir und die bricht in den Mitteln durch. Hast du dir mal angeguckt? Die biegt 30 Kilo. Ja, gut. Dann kann die ja auch bestimmt nicht so neu zuhauen, oder? Ja, doch. Die alten Tennis-Armer mit dem Gürtel, der in der Hand tut es weh. Die hat auch irgendwas in den Keller gesperrt. Da kratzt immer was gegen die Tür. Und ruft, dass der Hunger hat. Dann tritt die mal gegen die Tür und sagt, sei ruhig, Köpsen. Buh. Alter. Ja, ich weiß auch nicht. Sagst du, Mila wäre mal so nett und so. Und sie sagt mir immer mal so, die Skinkseis klingt ja voll... Nee. Die ist gefärblich und merkwürzig. Hm. Okay, vielleicht überleg ich mir das noch mal. Also, vor Mila soll man halt so Angst haben, sagst du? Und dann versuch ich dir mal im Badezimmer vor dem Spiegel zu rappen. Und wenn ich sag, yo, dein Text ist ein Rack, dann knurrt die mich immer an. Die hat auch schon mal einen... Das klingt so... Das würde ich dir als... Die hat auch schon mal einen Fisch nach mir geworfen. Das würde ich dir auch glauben. Den musste ich dann essen vom Boden. Das mit dem Einsperren würde ich nicht glauben. Aber das andere mit dem Fischschärfen, das klingt irgendwie auch nach heute. Keine Ahnung, das könntet ihr auch jeden Tag bei mir im Imbus tun. So klingt das. Was, dich mit einem Fisch verkloppen? Nein, aber dass Mila dir einen Fisch an den Kopf wirft, das könnte ich mir sogar so bildlich vorstellen. Du wirst gar nicht wissen, woher die den Fisch holt. So könntest du jetzt... Ich geh essen machen, sonst kotze ich dir gleich vor die Füße. Da war der Fisch wieder. Wo ist Johnny jetzt? Jetzt machen wir keine Musik mehr. Ist Johnny tot? Ich glaube, der ist tot. Ja! Halt, warte, wenn er tot ist, dann muss ich ihn mit meinem Leichenwagen abholen. Ja, boah, den kriegen wir gar nicht da rein, ne? Und Memo hat vorhin letzte Vaseline benutzt. Was für Steffi? Nehmen wir den Clown Sven. Oder den Guardian. Geht auf! Ja, wir schleifen den Johnny einfach hinterher. JFK holt das Loch. Okay, ich übernehme die erste Schicht. Ja, wir brauchen einen Bagger. Wechselschicht. Memo, heute haben wir einen Spieler. Wir brauchen ein ganz großes Loch. Memo, du musst nur zwei Bagger besorgen. Genau. Okay, dann nicht Memo. Der Jack hat sich oben bestellt, ne? Schweißarbeit. Der Jack hat sich geboxt oben. Mit wem? Keine Ahnung, zwei gegen zwei, aber die lagen alle drei auf dem Boden. Der hat gewonnen. Zwei gegen zwei, die lagen alle drei auf dem Boden. Ja. Die Rechnung geht nicht auf. Zwei gegen zwei. Drei Stück sind auf dem Boden gelegen. Das heißt, sein Mitkämpfer ist auch auf dem Boden gelegen und zwei andere auch. Also der Jack hat gewonnen. Ja, habe ich auch gesagt. Jut. Ich habe dir nicht zugehört zuerst. Hast du gar nicht gesagt. So, Chad, was war jetzt mit dem Shorty? Spielt ihr jetzt mit oder nicht? Und Febias, danke schön für den gifted zappern. Schoko Kuppi. Ja, bitte. Ist das deine Freundin? Damit ist deine. Und Chucky, danke für den Wies am 32. Bup, bup. Der muss, ne? Aber jetzt noch nicht, machen wir gleich. Lutsch den Fuß aus der Toilette. Gucken, wann es nur abgeht. Mach nix, Full Lobby. Schaut, die wollen nicht rum, Jungen. Vielleicht ist ja JFK dabei und dann kommt der Da Vinci nochmal. So, wo sind jetzt alle anderen? Da oben, um sich am Prugeln. Johnny ist tot. Also da vorne steht nur noch ein Jugeler. Alle anderen Autos sind weg. Nö, mein Sturling ist da unten da. Stimmt. Ich gehe mal kurz Pipi. Ist der Komoda nicht auch bei uns? Mhm. Schaut, du bist so ein Angsthase, ohne Witz. Ach komm, Da Vinci, alter. Ruhe. Ich bin ganz kurz Dings. Äh, Toilette. Tschüss. 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 T phosphat-spdramatic. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Habt ihr BOM gesucht? Nee. Aber das FHB sucht uns. Warum? Was habt ihr gemacht? Nix. Ihr macht nix, ne? Wir haben doch nix gemacht, crazy. Wir haben doch nix gemacht, ne? Guck. Irgendein Typ hatte die Hände oben und FHB ist vorbeigefahren. Ja, ja, ja. Davor waren zwei Shotguns. Daglieder, danke schön für den Prem 10. Hab ich schon vorgelesen? Weiß ich gar nicht. Ja, da war halt einer, der musste nach Hause und wir haben ihm ein Taxi angeboten. Der wartet auf ein Taxi, also meinte er zu uns und haben gesagt, wir haben ihn nicht mit. Ihr habt ihn überfallen. Nein, wir wollten den nach Hause fahren. Aber dann hat das FHB den nach Hause gefahren. Voll nett von denen. Ja, ne? Ihr seid kriminelle Verbrecher. Nein. Ihr könnt alle schreien. Ich prophezei, dass ihr in den nächsten zwei Wochen alle im State Prison landet. Niemals. Was wollen wir betteln? Wenn du nicht hinterherkommst, dann warten. Okay. Ihr kommt alle im Knast. Wir wetten. Innerhalb von zwei Wochen. Du genauso. Ich kann die Zukunft sehen. Ja komm, wir wetten. Ah, wo? Okay. Halber Cheeseburger. 100.000 Dollar. Dreiviertel Cheeseburger. Du hast nur kein Geld. Lüge. Ah, wo? Ja. Deine Tasche ist voll. Ich sehe das. Kaboos, du bist mir dann schon für den Prime und Zeit. Wir haben sehr, sehr getroffen. Magier. Echt, ne? Nixfaktor. Ja. Wie hieß der? Der weiß genau, was du in der Tasche hast. Weiß nicht. Was hat denn der? Donovan Brakes? Nee, er weiß, was wir in der Tasche haben. Irgendwelche Röcker waren das? Kapier ich nicht. Aber warst du schon bei uns aufs Klo im Park? Nee. Da musst du mal hingucken. Echt? Wir haben die Toilettentüren sehen auf. Müssen wir endlich nicht mehr in die Büsche pissen? Ja. Aber in einer Toilette ist ein Fuß drin. Ein Fuß? Und eine Röckerkutte. Puttenlager. Und in einer Toilette schläft Memo. Mhm. Da, wo die Wixstücher steht. Taschentuchbox. Wo ist denn Badmeister? Unterwegs. Im Freibad. Suchen. Auf Kinder aufpassen. Geht nicht trauen. Vielleicht ist er selber ersoffen. Im Kinderbecken. Sein Afro war zu schwer. Rufen wir Max an, der ist, glaube ich, mitgefahren. Was für ein Wixstücher. Ist das schon ein Bildein, Runde Pfeil? Echt? Wo? Oh, ich hab's nicht gesehen. Wer war noch dabei? Ich hab immer noch nicht deine Nummer, ne? 5, 5, 5, 5, 5. Nein, 5, 5, 5, 5, 5. 4 mal 5? Ja. Aber ich guck doch auf dem Finger einfach rein. 6, 9, 6, 9, 2. 5, 5. Warte, ich bin zu langsam. Ich bin alt geworden. Doch, kurz rüber aufs Handy. Jetzt ist deine Nummer doch. Ich hab schwache Augen. Was meinst du, warum ich die Brille trage? 4 mal 5? Ja. 9, 6, 9, 2. Ja. 1, 8. 7. Ohne 7. Hö. Ich weiß nicht, ey. Ruf mich an. Ja, ruf ihn an. Ruf ihn an. Ruf ihn an. Hallo? Hab dich schon wieder aufgelegt. Hö. Junge, deine Stiefel, ne? Junge. Ich speichere dich unter Avocat. Anwaltsliebling. Okay. Ich hab Leute im Handy, ne? Du darfst als Broker durchgehen. Da passen Leute rein? Schokobärchen zum Beispiel. Ist der Jeff. Aschenbecher. Big Mac, Seacab, Fastfood. Janakarn. Aschenbecher arbeitet jetzt im EMS. Dreckiger Jard, die hab ich auch drin. Ist der Reese. Franz Beckenbauer. Freches Napperskind. Wer ist das freche Napperskind? Keine Ahnung. Ich glaub Casey. Casey, glaub ich, ne? Aber ich weiß nicht, wer Helm von der Bike ist. Und Jori XD. Und Lack, wo bist du? Und Luke Skywalker, Anwalt. Oder NB, Gröfpommes. Oder Schimmelzahn, ZK. Wer ist ein Stinkfuß? Ich glaub Jazz. Schimmelzahn könnte heranlässt sein, oder? Dann T-Beutel, 56. Schimmelzahn. Dann hab ich noch Verbistolan. Dann will ich nicht wissen. TK, Pizza, Dr. Oetker. Manchmal in Stresssituation suche ich Nummern und vergess es verlesen. Steffi, ich hab deine Nummer nicht. Nee, das stimmt. Gib mal. Vorwahl hast du, ne? 5, 5, 5. 7, 8, 1. 1, 2, 7. 6, 2, 1. Und die 8. 1, 2, 7. Ich speichere dich unter Lackschliffen. Drizzy McFizzy. Klink mal doll. Ich möchte auch alle Nummern nochmal, ich hab ein geklautes Handy. Hast du keine Cloud-Verknüpfung? Nee. So ein Opfer. Sagst du, was willst du jetzt so? Ich hab die Nummern. Auch bei neuem Handy. Ja, die auch. Nö. Zu Hause, bestimmt irgendwo, aufgeschrieben. Safe irgendwo. Nee? Ja, gut. Hab die Nummern? Warte, ich ruf mal. Wenn du einfach so eine Telefonliste rumgeben lassen. Ich ruf Aschenbecher. Wenn die nicht am Arbeiten ist. Wer? Wer ist denn Aschenbecher? Ascher. Ach, das ist die Aschenbecher. Nee, so rede ich gar nicht. Erst mit dir richtiger Name, dann kann ich reden. Ascher? Ja? Du arbeitest doch jetzt im Krankenhaus, ne? Ja. Kannst du mir so eine Pfanne geben, wo ich reinscheißen kann? Reine was? Ja, so eine Pfanne. Wir müssen unseren Körbsen im Keller füttern. Wir wollen keine Teller dafür verwenden. Ich kann dir auch gerne einen Stoma legen. Was kannst du mir legen? Ein künstlicher Darmaustrag, den ich dir rausschnippel, und dann hast du halt Beutel an deinem Bauch. Nein, das ist doch für den Körbsen im Keller. Ja, nee, ich kann dir keinen Eimer jetzt geben. Warum kannst du mir keinen Eimer geben? Curtis, weil wir keine Kackeimer hier haben. Die haben wir... Dann gib mir eine Kibipulle. Das kannst du irgendwo... Kauf dir eine Windel. Was soll ich denn... Das ist der nicht. Der ist keine Windel. Haben wir schon versucht. Curtis... Oh, das tut mir leid. Curtis, ich kann dir keinen Eimer geben. Komm schon, Ascher. Taylor, Taylor, sag ich gerade. Curtis, ich muss jetzt hier... Warum nennst du mich Taylor, motherfucker? Das ist meine Schwester, die ist gerade hier. Also, ich muss jetzt kurz hier behandeln, ja? Kannst du dich um Körbsen kümmern? Wer ist Körbsen? Den haben wir im Keller. Ist das ein Mensch oder ein Tier? Das ist ein Mensch. Der ist ungefähr 1,20 groß und auch breit. 1,20 groß? Ja, sein Bauch wackelt, wenn er rennt. Der knurrt ihm und haut seinen Kopf gegen die Tür. Wir lassen ihn nie raus. Dann sitzt du im Rollstuhl. Du weißt, dass das... Du weißt, dass das Freiheitserziehung ist, was du da machst? Nein, das... Ja, das ist schon Erziehung, aber unsere Erziehung. Da kann ich dir aber nicht helfen. Da müsst ihr euch selber helfen. Aber du bist doch Krimschwester. Du musst im Waschen kommen. Du kriegst gleich meine flache Hand in dein Gesicht. Warum denn? Ich bin Aschenbüchter bis hier, ne? Nein! Wir brauchen Pflegeservice. Wir brauchen Lautsprecher. Ja, wenn du mir 50.000 in der Woche bezahlst, gerne. 30. 50. 30. Ne, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Da verdient sogar ich hier mehr. Ne, 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 tut mir leid. Für eine Stunde den mal kurz mit dem Gartenschloch abwaschen. Ja, Curtis. 35.000 Dollar. Curtis, hab dich lieb, ja? Ja, also schönen Tag noch. Tschüss. Die hat gesagt, die hat mich lieb. Aber will nicht den dicken Körbchen waschen. Will einer von euch 35.000 Dollar in der Woche verdienen? Ne, 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 ne. Komm schon. Auf gar keinen Fall. Ich wusste schon einmal Jutta waschen, das reicht. Wer ist Jutta? Kennst du Jutta nicht? Die Oma aus dem EMS. Die mir den türkisen Pippchen. Ich hab Angst vor dem. Immer wenn ich nach Hause komme, beiß der in die Tür klinke. Ah ja. Ja, hoffentlich gibt's Mila noch gut. Hast du Mila mit dem? Mila schmeißt dem immer mal so Hähnchenchenkel in den Keller. Abgenagte. Und der lutscht dann den Knochen weg. In der Speckfalte. Warum füttern ihn nicht einfach Rockerfüße? Beim Körbchen kannst du sogar im Nacken Geld abholen. Und Nüsli-Riegel. Ja, aber nur Power-Riegel. Und Schiffstüte. Der hat auch so einen Brieffreund, der heißt Cousin. Der malt denen immer Bilder. Aus der Zentrale. Und ich bring die nie zur Post, ich schmeiß die mal weg. Und jeden Freitag hörst du den Heulen. Weil Cousin hat schon wieder nicht geantwortet. Will keiner von uns um 30.000 Euro verdienen? Ich glaube, das ist das Oben-Pallito-Krankenhaus. Was? Den kann ich nicht fragen. Hab die Nummern von Mädchen. Keine Ahnung. Was? Blaine County... Irgendwas, irgendwas. Medical Service? Kann sein, ja. Von Mädchen? Wer ist denn Ruby? Das war eine Freundin von mir und Willi. Ich hab was andere verstanden. Von der hab ich auch schon lange nichts mitgehört. Ruby, küsst mich. Oh geil. Ich hab nur Tupen drin. Ist Memo wieder schlafen, oder was? Ist schon wieder so weit? Ich brauch eine Pflegekraft. Nee, der holt Johnny ab. Der braucht der. Der braucht der. Ich wollt grad sagen. Ja, guck mal. Da. Guck. Wenn man vom Teufel spricht. Der Jules, die ich bin schaubegraben. Steffi, hast du keine Freundin? Hm, nicht wirklich. Enkel. Hallo. Was hast du gemacht? Ich bin von da oben runter geflogen. Gesprungen bist du. Warum ist es auf einmal so kalt hier? Johnny, wir haben ein Problem. Minus singen wird. Oh, gefriert wird noch. Mila und ich haben uns so einen Dings gekauft. Der ist im Keller. Was? So einen Körbsen. Ja. Wir füttern den immer mit Hähnchen. Ja. Aber nur mit den Knochen. Ja. Ich brauch jetzt eine Pflegekraft für den. Weil der fängt schon an die Tapeten zu fressen. Du musst die Pflegekraft den auch manchmal tragen. Ja. Dann brauchst du fünf. Fünf Pflegekräfte? Ja. Allein kriegst du den nicht gepackt. Ja doch. Wir haben unten so einen Seil, mit dem wir den hochheben können. So einen Kran. Ja. Gar mit Stapler. Dann reicht doch einer auch mal als Pflegekraft oder so. Ach, Oma Jutta könnte das machen, ne? Aber die Fütter, die nur mit Kekse, das hat sie nicht verdient. Übrigens, äh, hier, Phil und so, ne? Ja. Die haben einen von der BOM abgestochen. Wo? Bei denen da irgendwie in der Dörf. Und die waren da ganz alleine? Ich glaub schon. Ja. Bin mir nicht sicher. Mythos. Warum gehen die nicht am Handy dran? Keine Ahnung. Die sind gerade, äh, den Jadis hinterher gefahren, weil die Jadis Probleme mit Drifts haben. Und die Jadis gerade bei den Drifts eingeritten sind. Warum das denn? Ja, bitte? Seid ihr auf Speertour? Äh, ein bisschen, ja. Wir sind gerade am Park. Habt ihr einen schon erwischt von denen? Ja, einen haben wir schon erwischt. Okay. Den haben wir abgestochen. Ja, kann stolz sein. Kriminell, du. Ja, du bist kriminell. Tschüss. Kriminell. Warte mal, die Jadis haben mit Stress mal den Drifts? Ja. Warum? Weil die Drifts irgendwie zu denen gesagt haben, die liegen da im Dreck und so und scheiß alles. Keine Ahnung. Warte mal, wer sind jetzt die Drifts? Die tragen Rot-Braun oder so, haben die gesagt. Ja. Wer sind die, wo kommen die her? Denken die hoffentlich selber, ne? Ach, Rot-Braun, das kann ich auch schon, ja, oder? Doch. Ach, das sind die bei dem, äh, bei dem Mechaniker da oben. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ein Weinrotz. Boah. Ich will zugucken. Was für ein Mechaniker? Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ach, haben die schon? Ja, aber die haben da nicht geschossen oder so, sondern die sind da irgendwo hochgegangen und dann hat man nichts gehört oder so. Kann sein, dass die vielleicht jemanden abgestochen haben oder auch nicht. Keine Ahnung. Die sollen keine Bälle machen und das lässt sich den Körbsen los aus dem Keller. Ich wollte gerade sagen, ich habe eine Idee. Der kriegt dann so einen Helm auf vom Opa und dann kann er los rein. Wir rollen einfach Körbsen die BOM-Hut runter und machen die ganzen Häuser kaputt. Pac-Man. Ja, wie eine Abrissbörse. Nom, 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 nom. Ach, Körbsen, ich würde das schon feiern, wenn du hier in Band werden würdest und auf einmal als Körbsen hier auftaust. Nur keinen Panzerfaust. Da wird es dann schwierig. Also ein Wichsen geht noch. Sind die wieder oben bei den Maxis vielleicht? Keine Ahnung. Können wir mal vorbeifahren, wenn ihr wollt. Also die Maxis haben gesagt, dass sie jetzt gleich noch zu Tequila-Lala gehen. Ich gehe gleich super, Ninterno. Ich stehe schon wieder viel zu... Ja? Kommst du mit? Ja. Geil, super, Ninterno. Die wird da. Wir haben doch dieses Spiel. Ja, Rolf. Bastard. Du, 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 du. Du, 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 du. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Igen. Oder habt ihr nur was vor? Verdammt. Nö. Ja. Das war ja eine ganz krasse Hochzeit heute. Ach, das war eine Hochzeit? Nö. Nö. Die war vom Feinsten. Alle restlichen Partygäste haben sich gerade mit 10, 12 Leuten den Pool zusammengeschlagen. Sollen wir die Hochzeit hochnehmen? Und überleg mal, da haben zwei Stücke geheiratet, ne? Also, ja, einmal von United und einmal noch irgendjemand und ne andere. Ach, noch? Ne, aber die haben auch anders geheiratet. Ich will auch heiraten. Taxifahrer. Äh, Popeye, danke schön für den Primim-Sippen. Lallaba-Hochzeiten-Hacken-Klisten. Harry, keine Ahnung, gucken wir gleich mal. Wenn Shorty, der Falken, würde ich auch gerne. Oh, was? Die Rockcup haben das. Ich werde da echt mal vorbeifahren. Ja, lass den mal unterstützen. Ne, danke. Ne, danke. Haut euch Örstäbsel sein. Örstäbsel? Das hilft bei seiner Musik nicht, die geht auch durch die Nase. Klingt gewaltig. Wir müssen Präsenz zeigen mit einem MC. Ja, voll. Ja. Hallo, Natsuma. Ja. 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 Aua. Hallo? Ist oben überhaupt noch wer? Ja, zwölf Leute von der Genging. Von United? Genging. Und die hauen sich gegenseitig auf Schnauze. Die hauen sich gerade auf die Schnauze. Ja. Der Weiße von denen hat gewonnen. Oh, so. So, was ist das denn jetzt da vorne wieder? Grün-Lila. Oh, was sind die? Hier. Da trippt. Oh, hier, die fallen jetzt raus. Was ist denn das für ein Mist geworden? Das ist United. Das sind die. Das ist ja auch nicht mit euch, Alter, ne? Das müsst ihr gerade sagen mit der orangenen Mose. Ja, das ist was anderes. Ihr möchtet ein Gangster. Ich bin Rocker. Siehst du raus, Alter. Danke, danke. Mit dem Fallschirm. Ja, der ist immer dabei. Ey, hör zu. Ja. Die sind hingegangen zu der BM. Da war einer, ne? Der Typ hatte eine abgesägte Schrotflinte. Dann haben die zu denen gesagt, ey, dafür, dass ich weiter gesagt habe, dass ihr jetzt runter seid oder, ne? Den Scheiß halt. Willst du dafür bluten? Und wenn ihr das langsam nicht mehr macht, dann werden die anderen auch nur dafür bluten. Dann, der Typ hatte eine abgesägte Schrotflinte dabei, die haben den Stich gegeben, haben bei der Polizeilandestelle angerufen und haben gesagt, da ist einer, der liegt da mit einer Stichwunde und hat eine abgesägte Schrotflinte. Und die haben den da mitgenommen. Boah, ich bin so froh, dass wir keinen Gangster-Codex befolgen, ne? Dass wir einfach nicht mit dem Ratten sind. Wie? Das wäre mich von Ratten. Wir sind richtige Gangster. Wir sind Ratten. Hey, wassup, man? It's your boy Tyrone, man. Notification Gang. Als ob die Kumpas da hinfahren. Doch, die haben die schon mitgenommen. Ich stehe einfach nur eine Minute da. Get rekt. Ja. Läuft denn ein Ende rum? Ja. Äh, crazy. Wir haben es 23.08 Uhr. Äh, sieben. Wir sind jetzt weg, ne? Okay, tschüss, Mr. Magidimann. Tschüss. Danke für deinen Einsatz. Bitteschön. Vor fünf Stunden und 52 Minuten. Hahaha. Ich freu mich. Immer so nebenbei. Crazy, wie machen wir die Nacht durch? Ne, auf keinen Fall, Alter. Aber denk dran, wenn wir das bei dem machen, die das so bei uns, ne? Aber wir haben ja keinen Schrotflinte. Außer Hase. Ja, nur Hase hat eine. Hahaha. Das war ein Staubsauger. Hallo. Sanitäter stehen hinter euch. Oh. Und? Oh. Ja. Ey, ist doch egal. Dass so ein Kopsel stehen würde, würde ich dir raus holen. Weiß ja nie, ob das Ratten sind. Ja, ja. Ne, Marc ist keine Ratte. Du bist die Ratte hier. Achso, ist das Marc? Ja, die Kollegin weiß ich nicht. Oh, hi Marc. Du hässliches Tier. Genau du, rechts vor mir. Ja. Was ist denn das? Was? Das ist Bierchen. Ey. Bierchen? Pass mal auf. Du sprichst weiter fucking. Ach, das ist Dr. Wolfgang. Das ist der Jochal. Ich weiß nicht, das ist der Jochal, ne? Jochen Flo? Ja, das ist der. Nein, nein. Das ist ein Fan. 10, 20. Junihan. Ich bin jetzt am Telefonieren. Ja, ja. Um die Kurve. In die Kurve. Hä, wer dürfte in die Wurzjax? In die Kurve. Lachen, ne, Bruder? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Warum bist du gut gelaunt, MMO? Ich? Ja. Was ist passiert? Was ist nächste Woche? Ich bin gut drauf. Ja. Hört, ist alles okay, Bruder? Nein, mein Oberschenkel. So gut? Ich muss kratzen. Oha, der packt euch beiden am Arsch. Das sind meine Mädels. Ich kümmer mich gut um die. Hast du da Juck die Fresse oder was? Jucko, setz dich mal auf den WP seinen Schoß. Nee. Was waren die Einnahmen heute? Ich schaff gleich, ja, ja. Geh nichts, ne? Nee, geh nichts. Das gibt weniger Crank. Vielleicht haben's doch Nusskast. Alter von Nussi, oder was? Bist du im Telefon? Ja, bin ich im Telefon. Mit wem? Mit Reese. Was will der? Gut, alles klar, Bruder? Sorry, ne? Der hat mir gerade erzählt, warum Stress und so. Und warum? Ähm, die Yadis waren irgendwie bei den Drips. Haben da ein bisschen Faxen und so gemacht. Dann meinte irgendwie so eine alte da von denen, von wegen, dass die Maxis irgendwie besser als die Yadis wären und so ein Scheiß. Dann meinte W zu denen, ja, dafür, dass die besser sind, lagen die aber ganz schön im Dreck gestern. Oder vorgestern. Und dann meinte die wohl zu denen, ja, du liegst vielleicht im Dreck und so. Jetzt sind die da hingegangen, haben die Leute zur Seite genommen und haben gesagt, bis Sonntag 250.000. Opa will die Bunker. Ja, gehört das, ich bin traurig. Warum? Der FC hätte schon wieder nicht gewonnen. Ja, die gewinnen noch nie. Ja, schon wieder unentschieden. Das kann doch nicht sein. Gegen wen haben die gespielt? Gegen Bremen. Ich war richtig sauer. Ja, ich hab auf den Tisch gehauen und da ist was abgebrochen. Warte, Katie, nicht anfassen, ich telefoniere gerade. Warte, lass meinen Schniedelwurz in der Hose. So, scheiß FC, ich bin richtig traurig. Was machst du? Dann wäre doch einfach Erfolgsfällen. Ja, dann muss ich, ja, Bayern München holen ich mir. So eine Jacke. Erfolgsfällen ist auch gut. Wir sind auf eine Hochzeit. Ach so, auf eine Hochzeit, okay. Ja, dann sagt der, der Jeff, dann ist der da wahrscheinlich auch bei dir, ne? Und Party hier, Cube, ist nix für dich, ne? M-m. Ja, okay, hab ich schon gedacht. Ja, okay. Bist du denn noch ein bisschen wach? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, okay, vielleicht sieht man sich ansonsten. Ich bin noch morgeln. Ja, okay, morgen. Kannst du mir irgendwas Aufbauendes sagen? Ich bin ein bisschen echt geknickt gerade. Ähm... Sag mir irgendwas Nettes. Der erste FC Köln gewinnt irgendwann mal, vielleicht. Wenn die den Ball treffen. Okay, das baut mich auf, Curtis. Okay. Okay, ich hab dich lieb. Ich dich auch. Okay, ach so, ich muss dir noch eine wichtige Nachricht sagen. Was denn? Es kann sein, wir sind hier mit dem DJ, hier ein bisschen, äh, den kenne ich. Und er will von der Metro Ramsdorfer Köln besorgen. Oh, das ist cool. Und soll ich dir was sagen? Du kriegst die erste Kiste von mir geschenkt. Ja, sonst gibt's nur das Sandoz-Verbot. Alles klar. Auf Lebenszeit. Tschö, Curtis. Wo fahren die hin? Keine Ahnung. Komm, muss los, Boulder. Wer schneller? Aber nicht, weil ich dem Fuß schieße. Du musst vor, du hast den Schlüssel. Boah. Was für eine coole Hochzeit. Die war schon krass, die Feier, ne? Mann, 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 bin ich jetzt fertig. Wieder komplett einen Tag verschwunden. Doch, wir haben ja schon lange nicht mehr gefeiert. Oh, Mensch. Was sind wir mit denen? Die stehen da, wie Noten. Warum? Wie viel? Warum steht die hier? Ja, die sind einfach gefahren ohne uns. Also, was für Wichser. Wichser. Ja, und jetzt? Ja, die kommen. Also, ich glaube, Johnny ruft da an. Glaubst du, ja? Ich hoffe. Ansonsten für 20 Dollar fahr ich überall mit. Dann springen wir im Kofferraum. Und einen am Handschuhfach. In den Zahnsch... He, geh ins Handschuhfach. Geh du jetzt mal zum Arzt. Nee, du gehst lieber im Kofferraum. Mit deiner Nikotin-Lunge. Was macht denn Phil? Und Max, und... Dann soll die... Boah. Weißt du, wen du da anrufst? Da rufe ich Schoko an, auf den es verlässt. Was? Ja, kannst du bitte mich und Johnny nach die Abbrüren kommen? Jut, ich danke. Voll die Huren. Huren. Und Trottle. Weißt du nicht, wo der hinfahren will? Oh, ich glaube, die Straße ist kaputt. Verdammte Baustellen. Überall Baustellen. Ja, Schlaglöcher. Fahren wir halt hier lang. Super. Ich mag meine Autos. Da waren Tennisplätze. Hm? Da waren Tennisplätze. Jeff, kehren du mal die Dose da? Nee. Da hab ich für die Mila was zusammen gemixt. Was ist das? Riech mal dran. Ich riech da nicht dran. Doch, riech mal dran. Das sieht eklig aus. Komm schon. Trau dich. Nee. Komm schon. Das ist für Mila. Das muss was Ekliges sein. Mhm. Doch. Das ist Leckerschmecker. Nee. Doch. Ist da Hundefutter drin? Vielleicht. Und Rosenkohl. Du musst dran riecheln. Nein. Doch, nimm meine Nase. Ist das ein Dauerlutscher da? Du bist ein Dauerlutscher. Und mit Zuckerstange? Warum ist da eine Zuckerstange drin? Ich hab alles zusammengewürfelt. Du hast was vergessen. Was denn? Da muss noch so ein Chirmchen rein. Ein Chirmchen? Ein Chirmchen. Ein Chirmchen? Ja, ein Chirmchen. Ist das gut, ne? Ja. Spring. Spring, Schirm. Ein Chirmchen? Ganz genau. Ein Chirmchen. Und gekriegelte Strucker. Krass. Toll, jetzt hast du den Vorhang dreckig gemacht. Oh shit, macht euch breit. Los, sie kommt. Wer kommt? Ich laufe im Kreis und trifft mich keiner. Genau. Knall weg, ja. Ich glaub schon, ob wir nur ein, zwei Runden, zwei, drei Runden spielen. Geister. Bevor ich jetzt hier wieder drei Stunden im Kreis stehe. Oh, die Rocker. Wer war das? Die Rocker. Die Rocker sind das. Oha, wohin? Haben die unsere Kutze dann? Ich glaub, die fahren zu Linear, die sind in Jamestown rein. Ja, ja, die fahren da hin. Das zuckt alles. Soll die Dinger ausziehen. Einer muss die Junior anrufen. Ja, ich ruf schon. Aber nur gucken. Das geht breiter, Jungs. Vorsichtshaber. Nein. Nein. Fuck. Auch die Besserdiehunde. Oh, 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 oh. Ich muss... weiter weiter und hat die rocker da hinten auf dem dach bleiben die rocker die sind eh nicht da ja doch in die rock was nicht viele jetzt sind heute ich sag mal dass sie das sind ja nicht oder nicht das sind doch keine röcker die rocker sind bei euch oder gerade oder seid ihr alle wieviel sind kollegen kann man bei euch vielleicht ein praktikum machen eine foto jeder den foto dabei der aus dem auto der kunden der karte die karte braucht sie beim Junkiepark noch ein Prozent unrespektierten O.G. warum wir haben das für mich und ja geil Jetzt verschwindet du Wichser! Halt's Maul! So ihr könnt los ihr seid vollständig! Nix gegen meine Kutte, du Wichser! Ja ok Schraube, wenn das jetzt so läuft, dann läuft das jetzt so! Maul W! Digga ich sag wir müssen auf Ed warten Digga, was machst du denn fest los Digga? Keiner trägt mehr Altardi! Ey Kollege! Die haben Merk entführt! Ist das nicht AWO? AWO ist auch da ja! Bravo ist auch empfiehlt worden! Elf mich mal runter hier! Ja komm ich schmeiß dich! Na gut danke! Toll! So Manners, was machen wir mit unserem neuen Hut? Erstmal alle Autos reinfahren oder? Ja! Das ist nicht dein Revolta! Junge 5000 Autos hier alter! Ja! 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 Und das ist nicht schneller! was sind die anderen erzählen ja die laufen hast du schon unseren vorhang sehen ja ausgelaufen wir sollten mal ein paar autos hier wegschleppen wir müssen an die umwelt nicht wegschleppen lassen warte mal chef ja bist du nicht im gefängnis seit heute raus was passiert los daheim du wurdest dir hops genommen von wem wir wissen von wem ja er hat mir schon erzählt hier der war so ein tucker der hat uns das gesagt ja die cops haben ja auch gesagt dass es ein agent war wir wissen nur welcher ja das hat jeff mir auch schon erzählt welcher das war der wurde anscheinend gestern auch schon als geisel genommen oder irgendwem hast du uns verraten nein ok und was haben die beide gefunden 15 reines 30 abgepacktes 225 joints 150 koks und 26 pilze und ein taser wie sind die denn da angekommen an deine drogen die haben mir meinen schlüssel abgenommen und haben meinen ponder geknackt und meinen benson geknackt der im parkhaus stand woher bist du dass die drogen da drin waren ja keine ahnung vielleicht weil die mich observiert haben kam der her und hat was gewollt hat der kam am yankee und keine ahnung kam zu mir wollte was und so wie ich halt bin gebe ich halt die in drogen und und dann bist du zu deinem lkw gefangen hast drogen geholt ja dann haben die dich beobachtet ja das ist mir auch aufgefallen dass die mich deshalb hat man immer eine zwischenkarre ja das ist mir jetzt auch aufgefallen lasst mich doch fehler machen hast du nicht noch zwei funker hätte von uns ja habe ich noch aber die sind nicht weg die sind im zwischenauto da war auch die uniform drin aber von max wer hat sich jetzt verkauft ach stimmt pass auf so nen tag aber hier der hat uns erzählt dass so nen luke der wohl eine werkstatt haben will dass er vorher hoch genommen wurde von diesem undercover agent und dann hat dieser tag gesagt wollte der seinen kopf aus der schlinge ziehen und hat die nächsthöchste instanz verraten und zwar dich dann kann liegen wir auf dich ich habe mit luke abgespeichert nicht mal drogen verkauft hat wahrscheinlich luke oder luke oder so heißt der der ist auf jeden fall derjenige der dich verraten hat weshalb die überhaupt auf dich kamen weil von diesen tucker die freundin war dabei dieser luke hochgenommen wurde trotzdem komisch wieso sind die dann ich bin halt gerade aufgestanden bin am park und es war halt zufällig die mich erwischt haben hat sich denn der luke angerufen vorher bevor er kam aber du hast dem sachen verkauft ich habe irgendjemanden am park park verkauft ja auf jeden fall hast du die info dass dieser luke dich verraten hat dann kannst du dir das was du das geld was jetzt fehlt kannst du dir bei dem wohnen oder wir holen uns das ja ich habe ihr noch ein bisschen geld auf reserve also so schlimm ist es nicht doch das schon aber nicht an dem luke das ist eine ganz normale methode die polizei tatsächlich illegal hier im staat ich glaube nicht doch steht nicht in den gesetzten das ist ein fest dass du für undercover arbeiten drogen kaufen darfst etc er könnte dafür seinen job verlieben das ist ermittlungsarbeit ja und das müsste im gesetz festgeschrieben sein und dadurch dass es das nicht ist das ist illegal ist genauso drogen kaufen wie jeder andere auch du musst es wissen nein du kopf scheiße nein das ist ganz egal ob das drin steht oder nicht das ist ganz normale polizei arbeit das nennt man heute das nennt man honeycomb ja dann muss das aber irgendwo bei den gesetzten festgelegt sein das ist einfach so das ist ganz normale polizei arbeit quatsch nicht du anwalt ging es doch du bist darauf reingefallen und du wirst gebürzt man verkauft doch jemanden den man nicht kennt so viel geld und so viel drogen wie viele drogen habe ich dann verkauft da da ging es nicht um drei joints ja und auch wenn es um zehn joints gegangen jess meinte irgendwie du bist mit dem ganzen auto gekommen ja auch wenn ich mir zehn joints geholt hätten die trotzdem ein lager ja wie viel geld was hast du dem verkauft 90 joints aber was standard mit 90 joints ich habe doch alle zwei tage locker bei dir 200 joints gekauft und schwäzer da muss man in gesetzten drin stehen dass die polizei drogen kauft tut mir leid aber das dümmste was hier gehört hat dass die strafftaten zu ermitteln betätigen dürfen das musst du drinnen geschrieben da sind keine strafftaten natürlich sind das strafftaten hat er die drogen entgegengenommen? ja 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 ich glaube nicht doch natürlich ich hab sie in seinem auto gepackt und er hat sie aus meinem auto rausgenommen ja das nennt man trotzdem honeycomb na das ist ein wichser der am wichser ist es aber nur weil er dich richtig gefickt hat und du darauf reingefallen bist ja weil ich darauf reingefallen bin aber der schreckt dich überraschend in deinem Arsch rein das soll er erklären soll er mich nächstes mal nicht schlagen das ist auch kein Streit welcher Streit? Danjo meinte dass ich ein Vollidiot bin dass ich darauf reingefallen bin weil er daneben stand und abgehauen ist aber mir nicht Bescheid gesagt hat dass es ein 31er ist der mich da irgendwie hops nehmen will ne du hast zum Danjo gesagt er ist ein 31er und daraufhin hat er dir eine gegeben ne ich hab gesagt dass du noch nügend alter hä? ich kann dir genau den Kontext da ist deine Nase länger geworden er freist mir jetzt wie das Ding jetzt aus ich erklär dir den Kontext ich hab zum Danjo gesagt wenn du weißt dass der Typ irgendwie was am Laufen hatte und das ein 31er ist dann bist du genauso ein 31er wenn du mir das nicht weiter sagst also ne darauf musst du sein ja da hättest du von mir aber auch eine gekriegt doch Pinocchio auf 30 jetzt du wirst niemals ein richtiger Junge ich hab mal ne Frage was hast du jetzt vor? Schlafgudoglu was möchtest du jetzt machen? was hast du vor? ja das muss ich sonst auch machen ja da will doch zum Kopf gehen Bruder da will ich doch irgendwann rechnen oder irgendwas hat er gesagt der Kopf der dich hops genommen hat an den kommst du nicht ran ich komm an den ran ich komm an den ran ich bin stolz auf dich du mastert schon welcher Kopf war das denn? ne du mastert das war der Fische Fisch wenn es dann das war irgendein Fisch ob der jetzt genau das war weiß ich nicht ich weiß nicht wie viele Fischer da rumrennen hat der ne Maske auf gehabt? ne er hatte Schminke im Gesicht und Falten also so ein alter Sack ne ja ja aber halt Schminke in der Fresse und das ist ganz gefährlich und du verkaufst dann im alten Sack der geschminkte Drogen Junge das sah aus wie ein wie ein keine Ahnung wie sah der aus? kann ich gar nicht richtig beschreiben als ob das irgendeiner vom uralten komischen Stamm werde einfach Gras kaufen weil wo soll ich das denn für 40.000 ja ey Junge für seinen Stammesbrüder ich verstehe das der wollte auf Vorrat kaufen du wolltest nur Geld verdienen alles ist gut ja passiert Bruder du bist ein Ehrenmann ich hab nur an euch gedacht ich bin stolz auf dich Junge ja dann geben wir uns die Kohle die du verloren hast geben wir uns bei diesem Luke holen das hört sich doch gut an der ist eh der ist ne Businessman der will ne Werkstatt aufmachen der muss ja Kohle haben ja oder er macht die Werkstatt auf und das ist dann unsere Werkstatt nö und er leitet die und kriegt Geld dafür hä wieso? dann halt mal die Nummer bereit dann quatsch mit dem rufen mit dem Mom an ja machen wir wir haben gehört du hast jemandem verraten bitch dein Arsch gehört uns ja genau die Biene die hier immer rumfliegt wie viel Geld hast du verloren? 230.000 Straßenpreis an Drogen also doch was ich dann auch mit Umsatz gemacht hätte und 70.000 Strafe plus 50.000 der Taser sind insgesamt 350.000 das tut weh ja hallo Eckenhose 370.000 ja kann auch sein dass ich mich für 20 verrechnet hab der hat's anbügt dann nein Hauptsache dir geht's gut das ist aber ein Scheiß direkt zur Clubkasse Junge was ist denn die Clubkasse? was ist denn die Clubkasse? meine Kasse ach super ich bin die Clubkasse ich bin die Clubkasse und wie war's im Gefängnis? absolut langweilig ich durfte Fahrrad fahren die haben mir ein Rennrad besorgt dann durfte ich im Kreis fahren mehr war da nicht ich durfte kein ich durfte kein Fahrrad fahren das haben die auch erst neu für mich geholt ich hab nächstes Mal gesagt wenn ich das nächste Mal da bin gibt's ein BMX Junge hat er gesagt okay geht fit also das nächste Mal wenn ich im Knast bin gibt's ein BMX für mich aber sonst war arsch langweilig die haben mich ich sollte dann arbeiten gehen und dann sind die abgehauen dann hatte ich kein mehr zum reden dann hab ich mich irgendwo in der Ecke gestellt haben wir Trommeln gespielt und dann sind die irgendwann wieder gekommen weil ich zu laut war aber es war arsch langweilig das ist schlimm dort ich darf halt auch nicht raus alleine die müssen die ganze Zeit auf mich aufpassen und dann haben die mir gesagt wenn ich zu nah an die Zäune gehe dass die auf mich schießen warum willst du dich durchbeißen dann? ja ja sie meinte wenn du zu nah an die Türen oder Zäune gehst dann schießen wir einmal scharf in die Luft und wenn du nicht von den Zäunen weggehst dann schießen wir dich also die haben zu mir auch gesagt die haben irgendwie so ein Sicherheitsproblem da bei sich oder so und ich durfte nur mal raus gehen ich durfte hier nichts ich durfte einmal abends eine rauchen nachdem Ben mich besucht hat am ersten Tag und einmal Fahrrad fahren wir fahren Fahrrad fahren wir hatten kurz gegen gegen Gespräch mit wem ach so ihr wart ja kurz wieder auf Tour mit wem mit Jadis ja und wo waren die? äh gegenüber von den Roten da wo die Sixthos mal wohnten und wer wohnt da jetzt? oder 49ers oder wie die heißen was? keine Ahnung 49ers die Roten ja Mutter, Vater, Kind auch mit denen hatte ihr Gespräch? ja also wir nicht aber das sind ein paar alte Bekannte warst du jetzt bei dem 49ers oder bei wem anders? nein, bei 9 ja warum sagt Johnny dann 49ers? ja weil die da da wohnen näher gegenüber von den 49ers und wer ist der scheiß Juggler da? da wo die Sixthos mal näher gegenüber von den Roten ach so da ist da oben denn neugang? ja ja, gang gang wer ist da? keine Ahnung keine Ahnung keine Ahnung wie die heißen Farbe? was haben die an? gar nix noch gar nix auch wuuu aufbau, aufbau das ist bestimmt 33 aber ich sag irgendwas mit ner Zahl aber ich könnt mir vorstellen die boah also die sehen mir so aus wie so grün-blau oder so grün-blau der richtige Hustler ist der criminal Hustler nee, nee Abo ja komm, Meld wohin komm wem ist der scheiß Juggler da? oh, hallo Wunderproppen ich glaub, das wird halt doch nix mehr mit Geister schon wieder 20 vor 12 geh hier im Klo guck in den Klo raus hier ach, Schott, ihr hattest Maul, Alter du bist so ein Schisshase, ne? ach, du Scheiße ist der größte Lucha, den ich kenne alter, das ist meine in welcher schläft Memo? hier wohnt Memo in der hier hallo Memo aber wozu ist der Kondomsbender hier? den gibt's ja doch nie geboren need money for beer guck, wir lassen ihn nicht mehr aus ach, reng da drin du Arschgesicht nein, oh mein Gott Junge, du bist so ein richtiger Ressler, Alter ich will halt gucken hast du das gesehen, Mo, hier in der ersten? was, was, was bestimmt das? ja, guck mal ins Klo ey, fick dich nein, guck mal doch, geh mal rein doch, guck mal ich war grad auch drin liegt deine Hand? nee guck mal geh rein da nein, Gott, bist du ein Schisser richtig auf die da liegt ein Fuß nein wer ist da runtergespült worden? irgendein Rocker da hängt doch eine Kutte die passen da und vorhin hab ich meine meine BMX versteckt hier Junge, wie läuft ne, hier da hab ich meine BMX reingeschmissen ich wollte Klo runterspülen na, eigentlich sind die Toiletten dafür gedacht, dass man da Drogen dealt, aber das wird ein bisschen schwierig, weil da klein ist das sind unsere Toiletten sind wir jetzt Röcker der Junge hier im Team läuft auf jeden Fall also habt ihr jetzt einen von dem abgestochen? ja ja vielleicht trägt der diesmal die Nachricht weiter was ist denn los, ich war seit einer Woche nicht mehr draußen ich weiß gar nicht, was hier los ist mhm echt, und den habt ihr da weggehauen? ja gut gemacht und da habt ihr die Polizei gerufen? mit dem Schropphinter? also doch, die normale Leitstelle doch, doch, doch die normale Leitstelle haben wir gerufen habt ihr gerufen? ja, ja, die normale Leitstelle, ja mit abgesegten dabei wie schaden wir dir am meisten? abstechen, Geld wegnehmen und dann auch ein Knastner wir kommen in der Woche volle Mannstärke und ficken uns komplett weg na klar dann verstecken wir uns erst mal man sieht sich immer dran in meinem Leben dann sind wir auch in der West Side und in den Kanälen ja, wir sind dann nochmal dran wo verstecken wir uns dann? bei den Mexikanern an gehen wir auch zu den Mexikanern, ne? ja, ja, ja wir gehen einfach auf die Close ja, Mann, aber wir Avo und ich und TK auf einen Klo geil ohne TK was? ich bin sowieso sauer auf Finn oha nö, das ist das, wenn ich die Scheidung ist, Penn tschüss alter, nein Schatz ey, du hast ihn vergrault, Mann boah, Schatz, so nicht der, der kommt echt nicht mehr ey, der wollte eh Penn gehen, Hanno ja, immer so spannende Kreise hier, ne? ja, ja ich sterbe heute schon, will dann, ne? so ein verschwendeter Tag die ganze Zeit bei dieser Hochzeit stehen, Alter wie ein Vollidiot die ganzen Tage, seitdem wir den Krieg haben, sind verschwendet weil wir immer hier rumstehen und warten, dass die kommen ja, was sollen wir sonst machen? ja, einfach mal suchen und dann aufs Maul gehen ne, wir sind dort suchen ja, aber bist du, du Crocodile Hunter, oder was? wir suchen doch schon die ganze Zeit zu Fiat damit Drinks nicht alle suchen müssen Boah, ich hab'ne richtig richtig gute Idee erzählts mich? Geisennahme und Kieselsteine halt zum Kopf, Leute ey, das sind wegglichs immer moins hihihihihihihi wir hatten übrigens gestern schon einen ich sag' heute und wer ist jetzt der neue Partner von den? ja, heute bestimmt auch wer ist der neue Partner von denen? keine Ahnung ne, die kamen vorher quasi zu uns vor, also bevor die gestern was gemacht haben und haben gesagt, ob wir jetzt den nächsten Tage was geplant haben Die würden jetzt mal selber was starten, aber wenn die anscheinend schon wieder mit dem Partner was machen, die können nicht nix da rein. Hey, vielleicht machen die das mit der BOM. Das könnte sein. Wahrscheinlich. Das ist ein juter Partner. Sag niemals nie, Jack. Das sind meine Jungs. Wer? Die BOM. Das sind meine Kids. Wie geil? Sollen wir nicht das Klo runterspielen? Wie den Rocker? Da guckt auch nur noch dein Fuß raus. Ey. Oh, 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 5-0, 5-0. Mit Winkfahrt Johnny. Das macht mir Angst. Ich gehe mit dem auch nicht mehr rum, was das angeht. Weißt du, ich meine? Für mich ist der Ofen zu in dem Punkt. Was für ein Ofen? Ich weiß. Ich weiß. Ja, hör dir das mal an da. Keine Ahnung. Der Ding macht mit deinem Dreister gesagt, ne? Ja, genau. Da ist noch mehr, aber... Das Ding ist halt eben, er hat sich auf Arbeit hatte. Wir arbeiten ja im Codys und da war eine, die hieß Amy Mann, die hat der halt auch schon verkrault, man. Von wegen, der hat ja irgendwelche dummen Sprüche gedrückt und sich nicht entschuldigt und sowas und hat sie halt die Scheiße behandelt, man. Deswegen ist sie zum Beispiel auch vom CKs weg, man. Deswegen hat sie gekündigt bei uns. Dann dieser Taka bei uns, der ja Arbeiter ist, den hat der ja auch verkrault an dem Abend, man. Dieser Taka hat mich wutentbrannt angerufen und gesagt von wegen, was das für ein Scheißverein wäre, den ich da unterstütze. Und was das denn für Leute sind, die reden von einem mit oben herab und hast du nicht gesehen. Und da hab ich ihn gefragt, wer hat denn mit dir geredet? Sagt dann ja dieser Chap. Sagst du, ja geil, man. Der gehört niemand zu irgendwen. Ich hab gesagt, das ist ein Ticker, man. Ganz einfach wie ich, man. Und wie gesagt, Chap erzählt halt auch rum, dass er für einen Junkiepark arbeitet, man. Das ist halt genau der nächste Shit, man. Und da brennt mir die Hutschnur, man. Mich fragen die ganze Zeit Leute, man, was dieser Junkiepark ist, ob das eine Gang ist oder irgendwas. Und ich sag den, hey, wie kommen die da drauf? Das ist ein Park, wo Junkies chillen. Und die schon so, ja, ja, wir haben da mehr gehört, so, weißt du? Und das geht mir halt so auf den Sack mittlerweile. Und dann, wie gesagt, vor uns die Aktion, als er das mit diesen 31er rausgehauen hat, dass ich ja gewusst hätte, dass der Typ da im Parken 31er ist. Und ich hab gesagt, das ist so, Dicke, Alter. Keine Ahnung, Alter. Wenn jemand so viel kauft und dies und das, dann auf alle Fälle, Mann. Dann müssen die Alarmglocken schrillen. Dies, das. Und dann sagt er, ja, als hast du den bestellt dahin, den Kopf. Und, äh, hast den auf mich losgeschickt. Sag ich so, nein, Alter. Ich wusste doch nicht im Vorhinein, dass es ein Kopf ist, Alter. WTF. Und dann hat er mir unterstellt, ich wäre der 31er. Hast du den WTF? Ja, das Ding, genau. Und dann hab ich ihn halt eine verpasst und er kommt halt gleich mit. WTF, Alter. Auf jeden Fall. Ah, okay. Auf jeden Fall kommt er dann. Ich hab ihn halt eine verpasst und er kommt gleich mit dem Schlagring, Alter. Als ich dann lag nach einem Schlagring, was ja natürlich nicht, äh, nicht wirklich fair ist vom Faustkampf her, dachte ich mir, okay, da war ein Sanitäter, der hat mir gleich mal aufgeholfen und, äh, mir ein Pflaster auf die Wunde gegeben, so. Steh ich auf, geh zu meinem Auto, will halt zur Apotheke und mir halt vielleicht nochmal ein paar Ibus für die Kopfschmerzen zu holen, kommt der Wichser von hinten und ballert mir nochmal zwei rein. Ich wär wieder umgefallen. Er sagt, du hast ihn beleidigt. Ach, der, am Arsch, Mann. Was ist das für ein Kindergarten? Am Arsch, Mann. Ich sag dir so, wie es ist, Mann. Der Typ, der ist Kindergarten-Pur, Mann. Ey, ich hab, das ist seine zweite Chance gewesen. Jetzt ist Feierabend, Mann. Weißt du dich, meiner? Ja, da brennt mir die Rutschnur. Ja, genau, da brennt mir die Rutschnur. Ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich den Tisch rausschmeißen oder Chatbrot? Nein, ey, nein. Auf so'n Kindergarten will ich gar nicht runter. Wer soll mal ein bisschen Respekt haben vor anderen Leuten, Mann? Ganz einfache Sache. Ich hab jetzt gerade gesagt, er soll runterfahren und das ist, äh... Auf alle Fälle. Der hat gerade erzählt, dass das, was die Polizei gemacht hat, illegal wäre. Ja, ja, wahrscheinlich. Ich hab ihn auch gesagt, er ist selber dran schult. Wenn einer eine größere Menge bestellt, weil das hier im Kreise mal so rumgegangen ist, dass eben... Ja, vor allem ist der vom Park aus zu seinem LKW gefallen, ne? Ja, anscheinend. Und wie gesagt, es ist halt hier rumgegangen, dass es nicht nur zwei Joints waren, sondern ein paar mehr Joints. Und selbst da hätten wir Alarmglocken geschrillt, Mann. Dicker, Alter. Neukunde 90 Joints. Ciao, Alter. Wo gehst du hin? Äh... In den Wald. Elfenjagd, ne? Elfenjagd. Easy, Alter. Kampel die Nachtschicht heute? Nee. Macht's gut. Jungs, Mädels. Easy, Peace, Mann. Aber guck mal, das meine ich ja. 90 Stück, Alter. Ein Neukunde. Einer, der auf dich zukommt und sagt, ey, hast du mal 90 Joints für mich? Dicker, Alter. Das ist jetzt mal ganz ohne Joke, ja? Das ist doch... Da wird doch jeder fuchsig und sagt sowas wie... Den kenn ich gar nicht, Alter. Ja, der ist halt... Ja, und was machen wir jetzt mit Chef? Der ist halt so geldfixiert. Der hat nix, was... Ich hab eh das Gefühl, dass der raus will. Also nicht mehr ticken will. Meinst du? Hm, das klingt nicht so. Der wird weitermachen. Der hat grad gesagt, der wird sich an den Korb rechnen, anstatt seine Kohle von dem Typen wiederzuholen, der dem verraten hat. Was dieser Tucker uns erzählt hat. Dieser Luca oder Luke oder wie der heißt. Das war ja auch ne ganz komische Aktion. Irgendwie sollte eigentlich der Tucker angerufen werden, weil er der Ticker wäre. Aber Tucker tickt doch gar nicht, oder? Ne, aber der Tucker ist ein Freund von mir und der holt sich ja immer mal so ne Spaßtasche bei uns. Da ist alles drin. Kokain, Silze, bla bla bla. Ach so. Und wenn die dann was rauchen will, dann gibt er ihr halt was oder was ziehen will. Deswegen hat sie ihn angerufen. Aber dieser Chep wurde nie angerufen, alter, wegen dem neuen Kunden, ne? Niemals. Ne, ne. Das hat Chep auch gesagt. Auf den wurde er zugegangen. Ja, eben, ne? Weil es war die Rede von wegen, Tucker hätte Chep angerufen und gesagt, dass da einer was haben will. Das war aber nicht der Fall. Ne, ne. Die Freundin wollte den Tucker anrufen, der ging nicht ran und dann hat die einen anderen angerufen. Den Luca. Ah, und das war aber nicht Chep. Okay, alles klar. Und der Luca soll den dann wieder verraten haben, aber keiner weiß auch nicht, wer Luca ist und Chep sagt auch, ihn hat kein Luca angerufen oder so. Ein Luke heißt der oder so. Luke? Ich denke Luca. Ne, Luke oder Luca. Aber der Chep bei mir hat, der hat jemanden im Handy, der heißt Luke. Hm. Und der hat schon mal bei dem gekauft. Ja, dieser geht halt nur darum, dass der Typ halt langsam mal einfach mal ein bisschen Respekt vor anderen hat einfach. Da geht das jetzt das zweite Mal, wo er so respektlos mir gegenüber geworden ist. Und da, klar, ey, mir ist heute echt wirklich ruhig schon gerissen. So, da hab ich ihn auch beleidigt, ich bin nicht ganz ehrlich, man. Aber ganz ehrlich so, da hab ich die Faxen dicke gehabt. So, weißte, er geht mit dem Schlagring auf mich zu, auf mich los und dann bin ich schon wieder einigermaßen fit, bin mir ein paar Ivos holen, boxt er mich nochmal um, also. Ne, man, das hat nichts mit Respekt zu tun, man, weißt du, ich meine. Er will so behandelt werden, so wie er sich gibt und genauso muss er auch den Respekt entgegenbringen und das war halt nicht der Fall, man. Das ist schon zweimal passiert, man. Ja, irgendwie müsste er jetzt aber miteinander klarkommen. Ja, wie gesagt, ich geh aus dem Weg, man, das ist kein Ding so, aber. Hör ich halt nochmal irgendeine Scheiße, dann ist wieder ein Konflikt, man. Das kann man nicht umgehen. Sag ich so, wie es ist. Ja, immer diese scheiß Konflikte. Ist so. Jungs, mir platzt die Eier und mir platzt der Kopf nicht geschlafen. Mir platzt der Kopf nicht geschlafen. Ich hab richtig Kopfschmerzen. Ey, sag mal, dass du aufhörn deine Eier platzen, ne? Na. Super Nintendo, geil. Ne, kein Super Nintendo mehr. Ach, Super Nintendo. Nein, okay, ein, zwei Runden. Ja. Machst du nur Super Nintendo an? Jo. Ein, zwei Runden chillen? Jo, jo. Super Nintendo. Okay. Jo.